Hallo und herzlich willkommen zur Ausgabe 95 des Tele-Stammtischs. Ja, 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 es tut mir total leid. Diese Ausgabe hat wieder mal super lange auf sich warten lassen. Und ich verspreche Besserung. Denn in Ausgabe 95 kriegt ihr jetzt endlich zu hören, was ich bei der Leipziger Buchmesse gemacht habe. Beziehungsweise bei der Manga Comic Con. Das ist ja inzwischen somit die Kick-Off-Veranstaltung für die Saison der Live-Veranstaltungen in Deutschland. Und auch dort konnte ich wieder stundenlang Interviews aufzeichnen. Das habe ich jetzt gemacht, alles fein geschnitten. Und damit es nicht noch länger liegt, habe ich es jetzt tatsächlich in meinem Urlaub finalisiert. Ihr bekommt jetzt hier liebe Grüße aus Kreta geschickt. Und natürlich auch ein paar ganz tolle Interviews auf die Ohren, bei denen ich euch auch verdammt viel Spaß wünsche. Ich kann auch schon ankündigen, dass sich hier einiges ändern werde. Ich bin ja nicht nur als Podcaster, Moderator und so weiter unterwegs. Ich bin ja auch Podcast-Consultant. Das heißt, ich berate Firmen darin, wie sie ihren Podcast aufbauen können. Wie sie ihn veröffentlichen, wo sie ihn veröffentlichen, was da alles zu beachten ist. Um auch eine gewisse Reichweite zu erzielen. Um damit einen gewissen Erfolg zu erzielen. Und aus dem Grund werde ich ab Ausgabe 100 den Tele-Stammtisch, die Comic-Talks und Interviews noch ein bisschen umstellen. Ihr kriegt kürzere Ausgaben, also im Schnitt eine Stunde. Das war früher ja teilweise auch schon so. Und dafür regelmäßiger und verlässlicher. Wenn alles klappt, auch zweimal im Monat. Und damit für alle so ein bisschen geiler. Also regelmäßiger zu erscheinen, viel zu machen, ist glaube ich auch für euch ein bisschen toller. Aber ihr müsst dann nicht mal so ewig auf diese Monster-Ausgaben wie diese warten. Sondern kriegt von mir kurze, knackige Podcasts auf die Ohren. Und da freue ich mich mega drauf. Bevor Ausgabe 100 allerdings am Start ist, könnt ihr euch noch darauf freuen, dass wir noch zusammen in Erlangen eine Menge erleben werden. Zum jetzigen Zeitpunkt ist Erlangen noch circa zwei Wochen weg. Und die Planung steht soweit. Es ist so viel geiler Scheiß. Folgt mir also unbedingt auf Social Media, um alles mitzubekommen, was es dort von mir mitzubekommen gibt. Und das sind insbesondere die Aufzeichnungen beim Interview-Speed-Dating im Podcast-Studio. Das wird wieder sein in der Altstadtmarkt-Passage. Dort teile ich mir zusammen mit den Mädels und Jungs von dieser Hochschule dort ein Studio. In der Zeit von 9 bis 12 Uhr könnt ihr da gerne an jedem der vier Tage morgens vorbeikommen und zuhören, wie ich Stars und Starrs, halt einfach Starrs und Stärnchen der Szene interviewe. Es wird ganz toll. Ich habe mega Bock drauf. Und dann ist ja nicht um 12 Uhr für mich Feierabend oder so. Nein, es wird insgesamt neun Veranstaltungen geben. Vor allem Bühnenpanels, die ich interviewe, beziehungsweise durchführe. Es sind auch Interviews dabei, das ist schon so. Beispielsweise das Podcast-Treffen der Comic-Podcasts. Ja, das ist ein Riesending. Oder auch die Veranstaltung Comics gegen Rechts. Und viele, viele, viele weitere tolle Dinge. Der Kleinverlagsgipfel, der große Kleinverlagsgipfel. Der hört unbedingt mal rein auf Social Media, was da alles noch so an Details auf euch wartet. Und schaut auch gerne schon mal ins Programm. Das ist alles bereits online. Es wird ein Riesenfest mit unfassbar viel Rohmaterial. Und ich werde schon versuchen, das teilweise dann auch womöglich sogar ungeschnitten hier im Feed zu veröffentlichen. Da könnt ihr euch auf jeden Fall drauf freuen. Nun also erstmal viel Spaß hier mit den Interviews von der Leipziger Buchmesse. Da war auch richtig viel, richtig tolles Zeug dabei. Sehr entspannte Interviews. Diesmal wieder sehr auch inhaltsstarke Interviews. Ich muss sagen, ich hatte wieder viel Spaß, auch wenn ich eigentlich nur vor einem Tag in einem Kellerräumchen saß da in der Leipziger Buchmesse und sonst nicht viel mitbekommen habe. Wer noch ein paar mehr Details wissen möchte, hört gerne mal bei den Comic Cookies rein. Da habe ich in der vorletzten Ausgabe auch bereits ein Fazit zur Buchmesse gezogen. Ja, und ansonsten sehen wir uns dieses Jahr auf vielen Veranstaltungen. Auf der Frankfurter Buchmesse bin ich am rumstreuen und mache da Dinge auf Bühnen. Ich werde unterwegs sein bei der Comic Expansion zum Beispiel. Und generell ist gerade wieder viel Bewegung auch in der Comicszene. Stay tuned, follow me on. Wo bin ich eigentlich? Ich bin auf Instagram, Facebook, Twitter, Blue Sky, Mastodon. Eigentlich überall. Auch wenn es mich gerade mega nervt. Ich glaube am aktivsten könnte man sagen, bin ich auf Blue Sky und auf Insta. Alles andere wird irgendwie auch bespielt. Ich kriege es mit, aber wie es halt so ist, kommt vorbei. Und guckt auch mal in die Shownotes. Es gibt nämlich einen neuen Discord-Server. Der ist eigentlich initialisiert vom Film-Podcast, also der Tele-Stammtisch, die Filmkritiken. Dort gibt es ja ein riesen Team, wir machen ganz viele Sachen. Wir haben jetzt auch mal einen Community-Server aufgemacht, einen Community-Discord-Server. Und da wird es jetzt auf kurz oder lang auch sehr viel mehr Comic-Inhalte geben. Auch da könnt ihr gern vorbeikommen. Der Tele-Stammtisch hat euch lieb und wartet auf euch auf dem Community-Server. Kommt vorbei auf tele-stammtisch.de und checkt mal, was ich sonst noch so mache. Unter anderem gibt es auch so eine Abteilung für Services, die ich anbiete. Also konkret Consulting, Moderation und Co. Sieht alles voll fancy aus. Muss man mal draufgeklickt haben. Bis dahin. Tschüss. Wir sind in Leimzig auf der Buchmesse. Es gibt hier einen neuen Chef und es gibt auch wie jedes Jahr seit geraumer Zeit die Manga-Comic-Con. Das ist genau der Grund, warum ich hier der Andi vom Tele-Stammtisch hier aufschlage. Und ich freue mich mega, heute ganz viele tolle Interviews zu führen. Wir starten gleich direkt mit einem Highlight mit einer jungen Frau, die wir bereits bei uns beim Tele-Stammtisch mehr oder weniger zu Gast hatten. Ist schon ein bisschen her. In München saßen wir da im Biermuseum und haben über Dinge gesprochen, glaube ich. Und seitdem hat sie richtig viel gemacht. Ich habe inzwischen auch alles nachgeholt, was man nachholen konnte. Ich freue mich sehr aufs Gespräch. Vor allem, dass wir heute auch über das neue Buch sprechen können. Hallo, ich bin der Andi. Und wer bist du? Katrin. Geil. Hi, Katrin. Oh, Leipziger Buchmesse, das ist schon so ein Highlight im Jahr, oder? Ja, das ist immer so der Termin. Immer meistens auch die Eröffnung der Messesaison. Und dann ist es gleich immer mit der Leipziger Buchmesse statt. Das ist richtig so. Boom. Boom, genau. Ist es eigentlich anstrengend für dich oder ist es zwischen so viel Routine drin, dass es geht? Mittlerweile ja. Und ich bin auch sehr dankbar meiner Routine, weil früher war es viel schwieriger, mich irgendwie darauf vorzubereiten. Mittlerweile habe ich alle meine Sachen parat. Ich packe einfach ins Auto und fahre los. Aber trotzdem, bei der Leipziger Buchmesse, das ist nochmal anders als andere Conventions. Einfach, weil man viel mehr mitnehmen muss, viel mehr planen muss. Das sind ja auch vier Tage. Meistens relativ großer Stand. Von daher, ja, so ist schon ein bisschen anders als andere Conz. Du hast gemeint, großer Stand. Es gibt ja immer so verschiedene Konzepte. Die klassische Artist-Allee, wo man sich so einen halben Quadratmeter mit anderen Leuten teilt. Und halt eben auch ein bisschen die größeren, breiteren Stände. Da hast du auch einen in diesem Jahr. Genau, diesmal habe ich einen großen Stand, ja. Das ist für dich, warum ist das sinnvoll, einen großen Stand auf so einer Veranstaltung zu haben? Also ich persönlich mag einfach den ganzen Platz, weil ich mit den Jahren gewachsen bin. Und mittlerweile auch sehr viel Angebot habe an Prints und diversen Merchandise. Von daher auf einem kleinen Tisch passe ich einfach nicht. Und das ist einfach auch schön, dass die Messe dir dieses Konzept auch ermöglicht, dass du quasi wirklich dein kleines Eck hast. Also wie so ein kleines Zimmerchen. Wie so fast schon ein begehbarer Shop. Und deswegen buche ich meistens auch immer so einen großen Stand einfach für dieses Feeling. Wie ist denn das so für uns, die wir jetzt, also in meinem Regelfall haben meine Hörenden nicht so viele Stände auf Messen gebucht. Ist das denn mit der Messe, mit der Kommunikation, wie ist das denn? Wenn du so einen großen Stand hast, dann willst du ja auch aufhalten. Du willst vermutlich, willst du da hinten in der Ecke sein oder vorne in der Ecke oder willst du mitten drin sein? Wo ist so ein Stand eigentlich am besten in so einer Riesenhalle wie hier bei der Leipziger Buchmesse? Das ist echt eine gute Frage. Ich finde, das kommt immer ein bisschen drauf an. Also ich persönlich sitze immer gerne in der Mitte. Weil das ist, wie es halt von allen Seiten kannst du begehen. Also alle Seiten kreuzen sich quasi an deinem Stand. Was auch manchmal ganz gut ist, ist auch direkt am Anfang oder am Ende zu sitzen. Neben Ausgängen und so. Weil wenn dann neue Besucher aus anderen Hallen in die Halle reinkommen, sehen sie dich auch sofort. Von daher, ich finde, es gibt keinen ultimativen Bestenplatz. Weil jeder Platz hat seine Vor- und Nachteile. Jetzt hast du diesmal was Neues mitgebracht. Ich habe dich die Tage im Internet auspacken sehen. Es ist nämlich der dritte Band von Radios erschienen, richtig? Genau. Wann ist offiziell Release? Ist das hier bei der Buchmesse oder später? Heute glaube ich sogar. Oder? Ich weiß gar nicht. Ich glaube, heute ist der Release-Tag, ja. Sehr gut. Erzähl doch mal, seit wir uns letztes Mal gesprochen haben. Ich glaube, das war kurz nach dem Release des ersten Bandes. Da hatte ich zur Vorbereitung auch, glaube ich, noch die Version gelesen, die du im Self-Publishing hattest. Ja, ja. Da ist einiges passiert inzwischen. Vielleicht kannst du uns mal abholen, wie es dir in den letzten, was wird das gewesen sein? Vier, fünf Jahren ergangen. Stimmt. Ja, die letzten vier, fünf Jahre saß ich ja eigentlich an Band zwei dann und Band drei. Allerdings war ja zwischendurch die Pandemie. Und da hat man echt gemerkt, dass das wirklich ein bisschen sehr viel ruhiger wurde. Also diese Conventions, dass es die nicht mehr gab, dass du nicht mehr dein Werk direkt vor deinen Fans quasi bewerben konntest, war schon schwierig, das nur über das Internet zu machen. Und das hat mir schon sehr gefehlt. Und zwischendurch hatte ich auch so eine kleine Tiefphase, weil in meinem Comic geht es ja um ein Virus. Und im dritten Teil ging es dann auch teilweise um Impfungen und so. Und ich habe da gerade daran gearbeitet, es war 2020 im März, mitten im Lockdown. Und ich konnte es nicht hören, weißt du, weil ich höre das jeden Tag in den Nachrichten. Es passiert im realen Leben. Wir waren ja alle damals noch sehr ahnungslos, wie es weitergeht. Und bei mir war es ja aber so eine romantisierte, fiktive Welt mit einem fiktiven Virus, der nicht so schlimm ist. Und ich konnte das irgendwie nicht distanzieren. Also was in der realen Welt passiert und was in der fiktiven Welt passiert. Und deswegen hatte ich da mal Radios auch mal zur Seite gelegt gehabt bis Ende 2020. Deswegen hat es auch ein bisschen länger gedauert mit dem Band. Hast du dann auch irgendwie Anpassungen gemacht? Überlegt, okay, vielleicht wäre es besser, wenn die Storyentscheidung anders ausfällt oder der Charakterark sich vielleicht doch eher in die Richtung ändert? Hat das Eintriss gehabt? Tatsächlich nicht. Das wäre, also normalerweise, ich habe das ja schon alles fertig geschrieben. Und wenn ich dann noch zwischendurch Sachen ändere, die halt essentiell für die Story sind, würde ich mir ja alles kaputt schießen, was ich vorher überlegt habe. Von daher musste ich aber nur ein bisschen Abstand nehmen, generell von dieser Seite. Aber es ist ja natürlich echt Zufall gewesen, dass ich gerade in diesem Jahr diesen Part dann der Geschichte eigentlich ausgeschrieben habe. Aber naja. Jetzt im dritten Teil lernen wir alle Figuren natürlich nochmal deutlich besser kennen. Ich finde, wir kriegen einen recht guten Eindruck auch von den Hellbounds und den ganzen Militärstrukturen, die es da so dahinter gibt. Und wir können auch bei einem krassen Einsatz quasi dabei sein, der sich dann bis zum Finale natürlich auch aufbaut. Was würdest du sagen? Vielleicht aus deiner Sicht, das ist, glaube ich, das Sinnvollste. Worum geht es in Band 3? Oh, Band 3, es heißt ja, Band 3, okay. Reflection. Reflection, ja, das ist so ein bisschen, das, ja okay, Tom reflektiert zwar nicht wirklich, aber wie soll ich sagen, er erfährt mehr Informationen über all das, was in Band 1 und 2 aufbereitet wird. Weil er ja, sag ich mal, seinem Kumpel begegnet, der ihn über ganz viel abklärt. Und ich finde, das ist so der Meilenstein in der Geschichte, wo man eigentlich mehr über diesen Virus erfährt und erfährt, ungefähr dem Leser vielleicht auch einen Hint gibt, wie es weitergeht. Und was ich auch noch für mich ein Highlight in der Story ist, dass es so aus dem Militärischen wieder zurück so ein bisschen ins zivile Leben geht, dass ich Tom halt auch mal auf dem Bike in der Stadt zeigen kann. Das war meine absolute Lieblingsszene. Da habe ich mich die ganze Zeit auch darauf gefreut, es endlich zeichnen zu können. Und ich finde, das ist auch so ein Merkmal von Radius 3, dass es halt auch noch ein bisschen mehr von der Welt zeigt. Nicht nur die Hellhounds, sondern eben auch so ein bisschen, wo es genau spielt. Und dass es ja auch noch andere nicht-militärische Charaktere in der Geschichte gibt. Und genau, das wäre so. Wir sehen auf jeden Fall die Stadt. Und die erinnert natürlich stylistisch für alle, die es nicht kennen, an viele tolle Sachen. Ich weiß, dass du genau wie ich auch großer Fan von Batman Beyond bist. Da gibt es jetzt auch irgendwie so Gerüchte oder erste Ideen für ein Animationsfilm von den Leuten, die die Spider-Man-Animationsdinger haben. Das ist ja im Studio. Blöderweise ist da Crunch ein großes Thema. Deswegen weiß man noch nicht, ob da was draus wird. Aber die Richtung geht es unnatürlich. Ganz klar, Blade Runner, natürlich Tron, wenn du jetzt von dem Motorrad sprichst. Da sind echt viele richtig coole Sachen dabei, die hier zu einem ganz tollen Cocktail, aber auch mit einem gehörigen Portion Eigenanteil dann auch auf die Lesenden wartet. Ich habe ewig für das Bike-Design. Ja? Ich habe bestimmt drei, vier Jahre dran gearbeitet. Und das war anfangs noch nur ein Hover-Bike, weil ich eigentlich weg wollte von richtigen Reifen. Und das ist ja die Zukunft. Allerdings sah der meistens als Hover-Bike immer aus wie ein fliegender Mähdrescher. Da habe ich dann doch Reifen noch mit eingebaut. Aber ich wollte wirklich ein eigenes Design machen, nicht, dass es so aussieht wie das Bike von der Kira. Ja, auch Kira, sage ich. Aber das Bike aus der Kira. Oder von Tron, ich wollte halt wirklich mein eigenes Design für das Bike. Und da habe ich das auch ganz lange an dem Design rumgespielt, das in 3D nachgebaut und alles. Also ich habe wirklich drei Jahre Conceptual Design nur für das Bike gemacht. Das ist ja genau dein Ding. Das wollte ich nämlich kommen. Du hast ja dieses 3D-Modell, das man wohl in den Anlagen, glaube ich, auch sehen kann. Hast du das gezeigt? Denn im echten Leben arbeitest du ja auch mit 3D-Sachen. Das ist ja deine echte Welt. Vielleicht kannst du da uns nochmal kurz sagen, was machst du, wenn du gerade nicht tolle Comics machst? Also ich bin als Concept Artist tätig und mache Illustrationen für Games oder Filme. Und da muss man natürlich auch viel mit 3D arbeiten, einfach weil es auch ein bisschen schneller geht oder weil man dem eigentlichen 3D-Artist auch erstmal so ein Mockup von der 3D-Visualisierung zeigen muss, weil er baut es dann richtig detailgetreu nach und ich zeige ihm einfach nur, was ich halt haben möchte. Und das ist einfacher, das manchmal in 3D mal vorzubauen, so richtig low-level, damit er eine bessere Vorstellung hat, wie er es richtig machen soll. Weil ich meine, das Bike, was ich nachgebaut habe, das ist ja nur eine Außenhülle. Da ist ja, ich glaube, das würde vorne und hinten niemals fahren können. Ja. Und er kümmert sich dann um alle Details, aber im Prinzip jetzt, das wäre als Mockup, zum Beispiel würde das durchgehen in der Produktion. Wir sehen beispielsweise auch in den Anlagen, wie du dich mit dem Charakterdesigns beschäftigt hast und auch dir selbst zu fragen stellst, wie, welche Farben trägt mein Charakter eigentlich? Was würde zu ihm passen und was nicht? Jetzt haben wir ihn über drei Bände schon ein bisschen besser kennengelernt. Was ist denn unser Protagonist eigentlich für eine Figur? Wie stellst du ihn der vor? Was ist das für ein Typ? Ich sage aber, Tom ist mein alter Ego. Er hat sehr viel von meiner Persönlichkeit oder sage ich mal, durch ihn, wie er auch die Geschichte erzählt. Und ich glaube, ich würde ihn so ein bisschen darstellen, von wegen, ja, er ist wie so ein Diensthund. Er hat seine Befehle erhalten, er führt ihn aus, aber gerade bei drei Finkern anders ein bisschen zu hinterfragen und traut sich vielleicht auch Sachen, die er so eigentlich nicht hätte machen sollen, aber er merkt, dass er mal aus seiner Schale rauskommen muss, damit sich was verändert. Und das soll so ein bisschen auf sein Character Development hindeuten und dann auch hindeuten oder vielleicht jetzt schon darauf vorzubereiten, was er letztendlich in Band 4 machen wird, weil letztendlich wird der Krieg zu Ende gehen, basierend auf seiner Entscheidung. Jetzt habe ich ein bisschen gespoilert, aber ja. War die Reihen nicht auf sechs Bände? Nee, auf vier. Auf vier, okay, dann vorbei erstmal. Eine Frage, die habe ich mir wirklich gestellt beim Lesen vom dritten Band. Was ist das eigentlich für ein Ding mit diesen Undercuts? Warum hat eigentlich jede Figur einen Undercut? Da stehst du ein bisschen drauf, oder? Ja, ich finde Undercuts, vor allem, als ich das angefangen habe, Radius und Character Designs, damals ja noch, das war ja gefühlt vor zehn Jahren, hatte ich so einen Flex auf Undercuts. Ich wollte unbedingt einen haben, aber ich war damals 16, 17, meine Mutter hat es mir nicht erlaubt, deswegen dachte ich, das gebe ich aber jedem Character einen Undercut, weil ich es schön finde. Ja, ich habe da noch selber mal welche getragen, aber dann habe ich gemerkt, wie ätzend das ist, wenn die rauswachsen. Mhm, weil es komisch aussieht dann. Ja, das dauert dann ewig, aber trotzdem meinen Charakteren gebe ich Undercuts, weil das ist auch, ich hatte auch mal mit einer Freundin drüber gesprochen, das ist so das Merkmal deines Character Designs, weil jeder Character in Radius einen Undercut hat und deswegen ziehe ich das fast bei jedem Character Design durch. Das wäre natürlich auch was, was ich mir auch in einer anderen Comicreihe von dir durchaus angucken würde. Ich weiß, die Frage ist fies und die Frage stellt man nicht so lang, dass wenn das neue Baby schon da ist und noch das nächste Baby im Petto quasi ist, darf man diese Frage eigentlich als guter Journalist nicht stellen, ich mache es trotzdem. Ich könnte mir nämlich vorstellen, dass du zum Beispiel auch in ganz anderen Genres zum Beispiel auch sehr gut deine Sachen funktionieren könntest. Habe ich tatsächlich mal überlegt. Welches Genre, sage ich mal, ohne dass du jetzt vielleicht darauf weiter eingehen musst, auf welches also noch hättest du noch so Bock, genre-technisch? So dark fantasy, so dark gothic, aber so richtig schwarzer, hexenmeister. Cool. Schwarz ist auch so eine Farbe, gut, ne? Ja, aber ich meine, darker than black, ne? Ja. Super geil. Ja Mensch, dann hoffe ich vor allem, dass ihr bei der Buchmesse, also wenn du jetzt deinen Followern und sonst wem sagst, ich fahre jetzt nach Leipzig, fährst du dann zur Buchmesse oder fährst du zum Manga Comic Con? Also tatsächlich eher zum Manga Comic Con, weil ich selber, ich bin ja schon wie viele Jahre in Leipzig, ich war noch nie richtig auf der Buchmesse. Ich habe noch nie es geschafft, meinen Stand für so lange verlassen zu können, dass ich mal wirklich durch alle Hallen gehe. Von daher, in Leipzig ist bei mir immer Comic Con, aber in Frankfurt dann Buchmesse, weil da bin ich meistens auch als Besucher unterwegs und da kriege ich das Buchmesse-Feeling. Aber in Leipzig ist es leider immer meistens nur die Comic Con. Okay, okay. Können wir dich in Erlangen treffen? Also, das weiß ich noch nicht. Aber ich denke mal schon. Toi, toi, toi. Ich wünsche dir, liebe Katrin, viel, viel Erfolg hier bei der aktuellen Leipzig-Buchmesse. Unfassbar viele Verkäufe, die du nämlich alle verdienst, denn Radios macht jede Menge Spaß. Vielen Dank für den Comic und weiterhin viel Erfolg. Ciao. Vielen lieben Dank. Tschüss. Im folgenden Gespräch habe ich die große Freude, jemanden zu interviewen, dem ich quasi verdanke, dass meine Kids angefangen haben, Comics zu lieben. Das muss man mal so sagen. Also, wir haben ja eigentlich angefangen mit diesem Boris und Barbette und irgendwas mit Skelette. Das hat vor kurzem einen richtig krassen Preis gekriegt. Aber als ich da angefangen habe, Trip und Tropf zu lesen, Trip mit Tropf und jetzt aktuell ein aktuelles Werk, das sie uns heute auch nochmal vorstellen wird, seitdem kann ich felsenfest behaupten, dass meine Kids richtig Bock auf Comics haben und auch im Kindergarten ordentlich Werbung für die Gattung machen. Und ich freue mich tierisch, dass sie jetzt am Start ist. Hallo, ich bin der Andi. Und wer bist du? Hallo, ich bin Josefine und ich freue mich total über diese großartige Einleitung. Das ist natürlich was, was mich sehr, sehr stolz auch macht. Es gibt kein kritischeres Publikum als die Kleinen. Absolut, absolut. Und da kennst du dich inzwischen ja wirklich wahnsinnig gut aus, denn ich habe zum Beispiel auch mitgekriegt, dass du bei, also du machst auch diverse Lesungen, beispielsweise beim Yippie-Kindercomics-Festival bei uns in Frankfurt, warst du schon eingeladen, da warst du auch vor Ort, schon mehrfach zumindest angekündigt. Einmal, glaube ich, hat es nicht geklappt, keine Ahnung. Fakt ist, du hast auf jeden Fall auch einen guten Draht zu deinem Publikum. Erzähl mal, wie ist es dir dann da in den letzten Jahren ergangen? Was für Erfahrungen hast du denn im direkten Austausch bei Lesungen zum Beispiel mit deinem Publikum gemacht? Ja, die Lesung, das ist tatsächlich was, was ich am Anfang nie gedacht hätte, dass mir das mal so viel Spaß machen würde. Also ich habe ja die allererste Lesung, das ist ja noch gar nicht so lange her, die war im November 2021, das war mit meinem Debüt Moor damals und ich weiß noch, da habe ich mit einem ehemaligen Kollegen zu Hause gesessen und wir haben versucht, irgendwie diese Lesung einzustudieren und zu üben und dass das halt irgendwie so halbwegs professionell klingt. Und dann bin ich von dort aus quasi irgendwie so ein bisschen im kalten Wasser gelandet, hatte dann das große Glück mit dem Ralf König eine meiner ersten Trittmetropflesungen in Erlangen zum Comicsalon zu machen und da habe ich tatsächlich ganz viel vom Meister gelernt, einfach nur durch, er saß halt neben mir und hat den Wolf performt und das war für mich so ein bisschen ein Augenöffner, weil das tatsächlich so war, dass ich plötzlich die Geschichte vor meinem geistigen Auge so nochmal richtig lebendig habe werden sehen oder hören und das ist was, was ich mir dann für die späteren Lesungen mitgenommen habe und daran feile ich jetzt eigentlich seit zwei Jahren und versuche wirklich mit jeder Lesung ein bisschen besser zu werden, kann das Buch auch auswendig mittlerweile. Ja, also das ist schon was, was mir großen Spaß macht und ich merke das auch an der Rückmeldung der Kinder, die gucken dann immer, also eigentlich gucken die ja bei einer Comiclesung immer auf die Leinwand, weil dort die Bilder projiziert werden und dann sehe ich aber immer wieder, wie so ein paar ungläubige Blicke auch so direkt zu mir gehen, weil die nicht glauben können in Anführungszeichen, dass diese ganzen Stimmen halt von mir kommen, die mich fragen, mich dann wirklich so, sind die Synchronsprecherinnen und das ist immer total niedlich und das ist auch was, was mich wirklich mit Stolz erfüllt, weil ich das nicht gelernt habe. Also das müsste doch auch inzwischen wirklich weggehen wie warme Semmeln, oder? Also wie viel Auflage von Tritt mit Tropf sind wir jetzt inzwischen? Gibt es da irgendwie? Die dritte oder vier, ich weiß gar nicht. Also es ist auf alle Fälle, wir sind glaube ich fünfstellig im Verkaufsbereich und das ist wirklich, also das ist auch was, was ich niemals gedacht hätte. Das ist einfach unfassbar. Ja, also. Und international geht es ja auch los, es gibt auch übersetzte Versionen inzwischen. Was gibt es da aktuell? Also ich glaube, es sind mittlerweile 13 Sprachen, sowohl schon übersetzt als auch angefragt. Also es ist da dabei Polnisch, Tschechisch, Italienisch, Spanisch, Mexikanisches Spanisch, Schwedisch. Ja. Alle wesentlichen Sprachen. Irgendwie alle, außer Englisch. Alles außer Englisch, genau. Voll krass. Ich meine, wir haben ja im Comic-Bereich immer so ein bisschen auch unter den Artisten die Situation so Förderung und davon Leben und so. Aber du schwimmst ja jetzt bestimmt in den Comic-Millionen, oder? Also es ist tatsächlich so, dass Trip mit Tropf mir zum allerersten Mal ein Einkommen ermöglicht hat, wo ich ohne Probleme am nächsten Buch arbeiten kann. Normalerweise ist es ja immer so, man geht ja immer in Vorleistungen bei jedem Buch, was man macht und muss dann einfach die nächsten zwei Jahre damit verbringen, das irgendwie wieder reinzuholen, was man da gearbeitet hat. Und das bei Trip mit Tropf ist es jetzt das Schöne, dass ich durch die Lesungen und Workshops mache ich halt auch, durch die Lizenzen und das alles, dass es halt relativ ein konstanter Geldfluss ist, also passiv und ich dadurch einfach sehr, sehr komfortabel an den nächsten Sachen jetzt arbeiten kann und konnte. Fantastisch. Man sagt ja im BWL-Sprech so schön, Sachen müssen skalierbar sein und wir sehen das vielleicht jetzt auch bei Moor. Moor kommt ja demnächst auch nochmal in einer neuen Version raus, zwar ursprünglich aber bei Zwerchfell, richtig, und kommt jetzt zu Karlsson, oder? Nee, das ist jetzt auch bei Kiebitz, also wo auch Trip mit Tropf erschienen ist und genau, Zwerchfell hat ja leider die Segel streichen müssen, Schrägstrich wollen, oder ne, also das ist was, wo ich auch den, meinen Verlegern vom Kiebitz-Verlag total dankbar bin, dass die einfach gesagt haben, wir nehmen das Buch zu uns, wir machen das, passen das quasi in das Kiebitz-Format ein, das heißt, es wird ein bisschen formatisch größer sein und ich habe auch nochmal mich richtig dran gesetzt und viel kleine Details noch gemacht, also es ist jetzt einfach eine Überarbeitung einfach, die auch einen Unterschied optisch auf jeden Fall macht und ich bin sehr gespannt dann, wie es ist, wenn ich es in der Hand halte. Ich schwöre auch, letzte Frage dazu, weil das meine ich mit Skalierbarkeit, so sehr ich die Jungs zum Beispiel Verlag auch liebe und schätze, auch auf privater Ebene, kann ich mir durchaus vorstellen, dass so ein Michael Grönewald von Kiebitz und seine Kollegen und Kolleginnen, dass da natürlich deutlich mehr Möglichkeiten plötzlich existieren, wenn man mit denen zusammenarbeitet und seinen Comic produziert. Ist das so? Sind die Jungs und Mädels von Kiebitz halt einfach dermaßen professionell und vielleicht auch einfach breiter aufgestellt, dass eigentlich nur mit solchen Verlagen auch so wirkliche dann internationale Erfolge passieren können? Das ist auf jeden Fall so, also der Kiebitz-Verlag ist ja ein Zwei-Mann-Verlag, also Sebastian Oehler und Michael Grönewald, beide einfach fest verankert im Verlagswesen und das ist glaube ich auch der Unterschied zu den Zwerchisnern, die sind halt auch Autoren, das heißt, das ist was, das kann man einfach nicht so in der Form leisten, wenn man halt zwei oder die haben auch mehr Jobs und genau und das ist was glaube ich, was der Kiebitz-Verlag sehr, sehr schnell auch so hoch katapultiert hat, weil die beiden einfach sind so eine Arbeitstiere, die haben eine Agentur für die Auslandslizenzen, das heißt, sie sind auf einem professionellen Niveau von einem Großverlag, sind aber ein Kleinverlag und das ist für mich einfach die perfekte Mischung, weil das sehr familiär ist, also ich weiß dort einfach, wenn ich als Autorin irgendein Problem habe oder es ist halt irgendwas, dann habe ich die beiden an meiner Seite und die hauen mich raus, also als ich jetzt irgendwie letztes Jahr ganz kurzfristig die Frankfurter Buchmesse absagen musste, weil ich krank geworden bin, die haben es einfach hingekriegt, meine ganzen Veranstaltungen umzuverteilen und nicht ausfallen zu lassen und die haben dann einfach, haben sich dann darum gekümmert so und das ist was, da braucht man auf jeden Fall ein Netzwerk, da braucht man viel, viel Fleiß und ja, unermüdlichen Kaffee-Input wahrscheinlich, ich weiß nicht, wie sie es machen, aber das ist schon echt, ich finde die beiden großartig. Das sind sie definitiv und ich gehe davon aus, dass da noch viele großartige Sachen kommen werden, tatsächlich, dieser Barbette und Skelette, ich kriege die Titel nicht zusammen, erscheint ja auch bei Kiewitz. Genau, von der Tanja Esch. Genau, Tanja Esch ist es, ja. Boris Barbette und jede Menge Skelette ist, glaube ich, jede Menge oder ganz viele Skelette, oh, aber ja. Ja, in dem Ex-Bilden viele Worte, wie ein Titel mit Kindercomic, aber der ist geil, der leuchtet auch im Dunkeln, wenn man den Licht hält und dann nachts liest, so, dann leuchtet. Das Kiewitz-Logo, das hat ja so eine, das leuchtet ja als kleines Skelett, das ist total cool. Das ist großartig. Jetzt erscheint da auch der Bärbeiß, der Bärbeiß, das gibt es wohl schon als Kinderbuch und ich muss sagen, ich kannte es vorher nicht, ich habe jetzt den Zugang tatsächlich über den Comic gefunden. Erzähl doch mal, was ist denn der Bärbeiß und wer ist das? Genau, also, die ursprüngliche Geschichte vom Bärbeiß ist von Annette Peent und Jutta Bauer erzählt worden, also Jutta Bauer, die Illustratorin, hat halt die ganzen Figuren gezeichnet und die beiden hatten die Idee, diese sehr krummelige und liebenswerte trotzdem Figur auch mal in eine Comicform zu bringen und das ist das, wo ich angefragt wurde von meinem Verleger Micha, ob ich da so als Skriptdoktorin so ein bisschen mit einspringen möchte und die rumlaren, wie das halt so ist, dann kommen dann plötzlich andere Projekte bei Beteiligten und auf jeden Fall hatte ich das am Ende dann komplett selber auf dem Tisch als alleinige Zeichnerin und Schreiberin und im Großen und Ganzen geht es darum, der Bärbeiß ist ein so ein kleines wuscheliges Monster ungefähr an der Größe eines Fünfjährigen würde ich schätzen und der kommt halt in so ein sehr liebliches, dorff voller ja freundlicher Wesen die auch ein bisschen so naiv und sehr zugänglich sind und der passt da eigentlich überhaupt nicht rein also der kommt da hin und will eigentlich mit niemandem Kontakt und wird aber dann gleich am ersten Tag von allen Dorfbewohnern besucht und die wollen ihn dann so ein bisschen zwangsintegrieren würde ich mal vorsichtig sagen also auch so sind alle ein bisschen drüber was ich sehr charmant finde und genau und diese Geschichte geht ursprünglich halt um dieses das Recht darauf auch mal schlechte Laune zu haben und ich habe das für mich aber noch so ein bisschen erweitert weil ich teilweise wirklich Mitleid mit dem Bärbeiß hatte weil der so ja der ist halt wie er ist der hat nicht einfach nur schlechte Laune das ist sein Charakter und ich habe dann einfach für das Comic die Geschichten des ersten Bandes adaptieren dürfen und habe dann mir dann quasi große Teile rausgenommen habe teilweise Geschichten miteinander verbunden habe neue Enden geschrieben habe neue habe halt auch neue Geschichten dazu erfunden und habe das aber trotzdem versucht an dem Original so nah dran zu halten dass es für die Annette also die Autorin einfach eine schöne Weiterführung oder eine Neuinterpretation ihrer Geschichten wird ohne dass dass das weh tut so das war mir ganz wichtig weil als Autorin die selber an ihren Figuren hängt weiß ich wie das ist wenn dann plötzlich jemand drüber bügelt und es ist ganz anders genau und das hat glaube ich gut funktioniert sie war damit auf jeden Fall sehr glücklich als sie im Herbst eine Lesung von mir besucht hat und ja und das ich bin jetzt einfach gespannt wie die wie die Hardcore-Fans des Buchs denn die gibt es das ja auf jeden Fall ich habe das jetzt tatsächlich auch erst im Laufe der Arbeit daran mitbekommen war ein bisschen erschrocken weil dann wird sich ja der Bär weiß das ist bei uns das ist total super und wir sind ganz gespannt wo ich dann auch dachte oje 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 hoffentlich enttäusche ich euch nicht also ich bin jetzt wirklich sehr sehr gespannt auf die Rückmeldung die ich bekomme und hoffe dass das den Leuten denen der Bär weiß am Herzen liegt auch in der neuen Variante gefällt das ist schon ein bisschen anders aber ich habe mich auch hoffentlich genug vor der Figur und seinen Eigenheiten verneigt das heißt du hast dir die Vorlage quasi genommen und dich hingesetzt in stille Kämmerlein sag ich mal und dann selbst aktiv in die Arbeit reingegangen oder hast du schon auch während der Konzeptionsphase einen kreativen Austausch auch mit der Autorin gehabt dass sie zum Beispiel dir sagen konnte was für Intentionen sie eigentlich mit einzelnen Figuren hatte zum Beispiel oder ähnliches genau also die Option hätte ich auf jeden Fall gehabt also es gab Kontakt zwischen uns wir haben einen Zoom-Call gemacht und im Prinzip war das aber so relativ klar vom Anfang an für mich dass ich eine relativ große künstlerische Freiheit benötige einfach weil ich so klare Vorstellungen habe wie ich Geschichten erzählen möchte und auch wie meine Figuren funktionieren und das war aber okay für die beiden also sowohl für Jutta als diejenige die ja das Visuelle geprägt hat ursprünglich die hat auch gemeint das ist wir übergeben dir das wir mögen deinen Stil das ist wir haben da Vertrauen dass das was Schönes wird das war für mich tatsächlich am Anfang ein bisschen schwierig weil ich mich nur schwer davon lösen konnte dieses Gefühl von es sind immer noch Leute dahinter denen das auch ganz viel bedeutet und ich möchte die nicht enttäuschen also das war so ein ziemlicher eine ziemliche Balance Balanceakt den ich da vollführt habe auch für mich also hätte sie jetzt keine Ahnung wenn sie sagen könnte mein Bärbeiß ist in meinem Kopf aber eigentlich blau so also wäre das keine Ahnung gut es gab ja eine optische Volllage aber theoretisch hätte sie jetzt da irgendwie einen Austausch oder was gegeben oder andersrum dass du dich vielleicht nochmal versichern wolltest ob du die Figur nach Lektüre des Buchs richtig verstehst gab es solche Momente dass du da in den Austausch mitgegangen bist also es ist so ich habe den ich schreibe ja immer den Text vorher also mein Script und das ist sowohl an Jutta als auch an Annette gegangen und da hätten sie quasi ihr Veto einlegen können was auch immer das gewesen wäre ich habe auch Figurenentwürfe hingeschickt und zum Glück war das aber alles gut das einzige fällt mir jetzt ein wo es ein bisschen nochmal eine Korrektur gab war im Cover also jetzt ist das Cover ja so dass der Bärbeiß sitzt grummelig da und das Tingle also die zweite kleine Hauptfigur die sitzt so die sitzen so Rücken an Rücken und Tingle guckt ganz lieb und Bärbeiß ganz grummelig und in meiner zweiten Fassung des Covers ist es so dass der Bärbeiß da so sitzt und das Tingle schwebt so ein bisschen um ihn herum weil in den Büchern wird das immer beschrieben dass das Tingle flattert zwischen den Figuren so hin und her und da habe ich immer so das könnte ja auch ein bisschen schweben so fliegen und dann hat aber Annette gesagt nee das ist einfach eine das ist einfach eine bildhafte Beschreibung von wie sie Tingle wie bewegt genau das fliegt halt nicht und das war was wo ich gesagt okay dann fliegt es nicht alles gut und dann haben wir das vom Cover wieder runtergenommen das war das einzige tatsächlich genau und Jutta das Bitter war dass der Bärbeiß seine karierte Hose behält das war das einzige wo sie gesagt hat das fand ich aber von Anfang an weil ich die Hose auch super fand habe ich direkt übernommen sehr geil also ein zentrales Thema auch der Reihe ist es ja eben das Recht schlechte Laune haben zu dürfen ich finde das ist gerade was das kann man gar nicht genug betonen sowohl bei einem jungen Publikum also bei Kids letztlich die das ja auch lesen wollen als auch zum Beispiel keine Ahnung so in der Internet-Bubble oder so da wird ja auch grundsätzlich nur Selfie-mäßig gelächelt war das für dich eine Motivation sich überhaupt diesem Stoff zu widmen gab es vielleicht auch andere Stoffe die du theoretisch interessant gefunden hättest also ich habe jetzt das war zumindest der erste Fremdstoff dem ich in Anführungszeichen Fremdstoff also wie sagt man das von einer anderen Autorin geschrieben einen Text Fremdstoff klingt richtig gut eigentlich der mal zu diesem Zweck auf meinem Tisch gelandet ist und ich habe tatsächlich beim ersten Lesen der Bücher habe ich so so ein Gefühl gehabt von okay der Bärbeiß hat diese schlechte Laune diesen Teil seines Charakters aber darf er das wirklich haben weil diese Dorfbewohner sind teilweise wirklich übergriffig also das ist da habe ich so richtig teilweise sogar eine körperliche Reaktion gespürt weil es mich manchmal so wütend gemacht hat wie kann man denn nur diesen armen Bärbeiß so bedrängen und das war was was ich in meinen Büchern ein bisschen mehr adressieren wollte dass die Dorfbewohner sich teilweise einfach auch mit der Andersartigkeit des Bärbeiß durchaus so auseinandersetzen dass sie sich selber zurücknehmen müssen also das ist was ich so ein bisschen versuche auszuloten wie sehr ist man man selbst und verletzt damit aber auch welche weil Bärbeiß ist einfach so dem ist das am Anfang wirklich alles egal durch dieses durch dieses durch dieses Tingle als sein Gegengewicht merkt man dann aber dass er in so ein Konflikt gerät also er ist eigentlich so aber er möchte auch durchaus nicht unbedingt jeden vor den Kopf stoßen bei einigen ist es ihm egal bei anderen aber wiederum nicht und das ist halt was was ich so ein bisschen nuanciert versucht habe in den Geschichten so herauszufinden auch für mich also wie wie sehr hält das einfach auch eine Freundschaft aus wenn es schwierig wird also ich habe halt einfach bei mir auch gemerkt ich habe halt teilweise Freunde auch so die sind ganz anders als ich und das knirscht und knackt da auch ganz oft aber das sind die Menschen die mir am wichtigsten sind weil das einfach dabei müht man sich halt ständig so und ja aber man muss halt auch immer gucken irgendwann ist halt auch Schluss also man muss auch die Grenzen setzen können und sagen bis hierhin und nicht weiter und das ist glaube ich was wo ich hoffe dass das für kleine Kinder auch irgendwie funktioniert aber wo ich einfach auch denke dass das vielleicht auch Bücher sind die man mehrfach lesen kann je älter man wird also ich gehe davon aus dass ein Kind mit fünf sechs Jahren was die Zielgruppe von dem Buch ist vielleicht eine lustige Geschichte sieht ähnlich wie bei Trip mit Tropf das ist ja auch an mehreren Ebenen liestbar und wenn es das dann vielleicht ein Jahr später nochmal an die Hand nimmt und dann hat es vielleicht nochmal einen ganz anderen Blick da drauf weil es einfach mehr Erfahrung jetzt hat und ich hoffe dass das einfach so ein Buch ist wo man auch öfter mal reinschaut und dass das Definitiv es sind mehrere Ebenen drin ich meine wir hatten ja schon festgestellt dass der Bär weiß letztlich in ein neues Dorf kommt er ist ganz anders als alle anderen und Stück für Stück nähert man sich da vielleicht ein Stück weit an also steckt doch auch eine Integrationsgeschichte mit drin oder? Ja irgendwie schon es ist ja irgendwie also ja auf jeden Fall ohne halt so hautraub mäßig aber ich glaube das ist auch was was ich beim Schreiben bemerkt habe dass das sicherlich auch was ist neu irgendwo hinzukommen sei das jetzt aus einer anderen Kultur sei das aus einer anderen Stadt völlig egal einfach in eine Situation zu kommen wo man wo man nicht normal funktionieren kann wie man das kennt weil man einfach vor vor Hindernisse stößt vor Befindlichkeiten stößt auf Unverständnis stößt das ist halt ja dass einerseits dass man sich halt integriert aber andererseits dass es halt auch eine Erweiterung und für alle einen Mehrwert darstellt wenn man wenn man sich darauf einlässt einfach auf die Andersartigkeit ohne sich aber an den Kragen zu gehen und das ist halt auch was was im Buch so ein bisschen also es gibt auch Streit im Dorf was es vor dem Bär weiß vielleicht nicht gab also weiß ich nicht es ist auf jeden Fall mischt ja das ganz schön auf mit seiner Präsent und da steht da eine fette Eis auch auf dem Band das heißt also es gibt auch noch theoretisch Material für Fortsetzungen ist das richtig? Es gibt auf jeden Fall die Bücher von Annette das sind ja mittlerweile vier Bände ich weiß dass ich also ich habe aus dem ersten Band ja nur eine Handvoll Geschichten motivisch verarbeitet aber ich könnte mir durchaus vorstellen dass ich noch ein bisschen weitererzähl und mich dann vielleicht auch von den Geschichten löse weil das ja ich glaube das ist einfach ein neues Medium was auch Möglichkeiten einfach bietet sich in eine andere Richtung noch weiter zu entwickeln oder noch mehr auszuloten also da müsste ich da einfach ich hätte auf jeden Fall sehr Lust darauf ich würde jetzt einfach mal gucken was die die beiden Originalurheberinnen sagen und wie die das alles so empfinden also wenn es nach meinem Nachwuchs geht brauchen wir auf jeden Fall noch eine Fortsetzung das ist entschieden vielleicht noch mal kurz zur Leipziger Buchmesse hier selbst ich finde es immer ganz spannend auch die Artistperspektive zu hören was ist für dich die Leipziger Buchmesse wie wichtig ist sie für dich ist sie immer eben meinte die Katrin Gahl das ist immer so ein bisschen so ein Kick-Off in die Convention Saison hat sie es genannt glaube ich was ist für dich die Leipziger Buchmesse oder die Manga Comic Con wie wichtig ist die dir eigentlich ich habe die Leipziger Buchmesse ja ganz klassisch als Kind zu Schulzeiten kennengelernt da wurden wir alle da war das sogar noch in der Stadt genau und war dann ganz lange nicht auf der Messe und bin jetzt als Autorin habe dann eine Zeit lang auf der Messe gearbeitet das kommt noch dazu genau und dann bin ich als Autorin das heißt ich habe eigentlich alle Funktionen die zu gibt Aufgaben genau genau habe ich alle irgendwie mal gehabt und ja und deswegen habe ich glaube ich so einen persönlichen Bezug zur Messe der so ganz stark auch nicht nur vom Buch geprägt ist ich finde die Messe ist einfach eine riesen tolle schöne Sache wenn ich auch bin ja heute Morgen mit der Bahn von auswärts gekommen und da sind wirklich schon 40 Kilometer vor Leipzig sind Kinderhorten eingestiegen und waren ganz aufgeregt und dann wurde rumgekriegt ja ich mag überhaupt keine Bücher ich muss auf die Messe und dann gab es ein großes Was und wurde dann diskutiert ob jetzt Bücher cool sind oder nicht und dafür ist es natürlich super also ich finde das total schön dass das also auch die die Manga Kids die hier in ihren in ihren Kostümen einkommen das ist so eine so eine euphorische Stimmung finde ich total toll und dann auf der anderen Seite die die ganzen die Presse und die Anzugträger innen so ne also da prallt so viel aufeinander ich finde es super cool was ich aber auch an Leipzig sehr sehr schätze ist dass so viel Messe auch in der Stadt stattfindet also diese ganzen Buchveranstaltungen Lesungen Panels die auch in den so kleineren in Buchhandlungen in kleinen Orten in der Stadt sind man muss nicht aufs Messegelände fahren um voller Trödung Buchmesse zu bekommen ich weiß nicht ob das auf anderen Messen ähnlich ist aber in Leipzig finde ich ist das was was ich sehr sehr mag und das habe ich ich habe sehr sehr lange einfach wo ich nicht auf der Messe auf dem Messegelände war bin ich trotzdem halt zu den kleinen Veranstaltungen in der Stadt gegangen gibt es auch Ausstellungen alles mögliche das ist schon ich finde es super und ähm ich muss gestehen ich war jetzt durch meine Krankheiten noch nicht auf der Frankfurter Buchmesse aber die soll wohl echt ein bisschen noch einen Ticken du kannst gleich berichten wie die soll genau machen wir dann genau also ich glaube was ich so gehört habe ist die Leipziger Buchmesse auf jeden Fall die die ist halt eine Konsumermesse und das die Frankfurter Buchmesse halt nicht einfach das war das Wort was ich jetzt gesucht habe dass es halt schöner ist für die Lesenden einfach hier und weil du sie gerade angesprochen hattest du hattest die Manga Kids genannt oder so tatsächlich finde ich ist das eines der zentralen Fragen die sich der Comic insgesamt gerade stellen muss und das soll auch ein bisschen die letzte Frage von unserem Gespräch sein ist immer so ein bisschen die Frage ob wir als Comic Szene schaffen davor zu profitieren dass so viele Kids die Mangas lieben ob wir es schaffen die dann auch und ich will da eigentlich keinen Gegenpol aufmachen sondern im besten Fall die Synergieeffekte sollen alle alles lesen im besten Fall da Leute so ein bisschen auch für Kinder und Nachwuchslesende halt für Comics im klassischeren Sinne zu begeistern eben gerne auch für die Sachen beim Kiebitz Verlag siehst du da Möglichkeiten die Manga Kids noch mit in die Comic Bubble wenn man da eine Unterscheidung treffen möchte mit reinzuholen also ich habe es jetzt durch meine Schulveranstaltung mitbekommen dass gerade so bei Workshops wenn ich frage wer mag den Comics dann geben sie mal Hände hoch und dann aber auch große Empörung ich mag Manga also dass die Kinder treffen da schon eine klare Unterscheidung und ich glaube auch dass Mangas einfach anders funktionieren die sprechen halt emotional ganz anders an also die sind viel viel expressiver und das ist eine andere Kunstform ich weiß nicht ob das so übertragbar ist weil also gerade so das ist halt einfach wirklich was anderes so und ich finde es schön wenn Kinder einfach die Hürde erst mal ein Buch in die Hand zu nehmen überwinden weil das darf man auch nicht unterschätzen wenn die nur mit Handy und Tablet am Start sind und dann plötzlich haben die zum ersten Mal Buch in der Hand ist das grundsätzlich immer schlecht das heißt wenn sie einfach sagen okay ich lese halt gern Mangas und dann ja das ist ja auch Buch und dann gucke ich mal irgendwann was gibt es denn noch so also allein durch das Manga kommen sie halt in Buchläden weil dort jetzt auch immer mehr Mangas stehen und dann wird ihnen vielleicht doch nochmal was anderes mit ans Herz gelegt das heißt es wird einfach so eine Hürde abgebaut ich hoffe natürlich dass das in beide Richtungen funktioniert dass halt Leute die gern Comics lesen im klassischen Sinne sich auch mal ein Manga angucken und nicht sagen ja das ist halt dieses japanische Kinderzeugs oder diese merkwürdigen anstrengend zu lesenden irgendwas sondern dass einfach geguckt wird ich bin jetzt neugierig ich schaue mir das an was zwischen den Buchdeckeln ist und dann gucke ich ob mir das gefällt und das bei allem also nicht nur Comics sondern auch ich lese ja auch Textbücher und Fachbücher und gucke einfach was mein Horizont erweitert und ich hoffe einfach dass das unabhängig von den ganzen Newsfeeds die man sich selber zusammen dass das einfach eine Erweiterung von von Interesse Tellerrand und alles mögliche so darstellt ja liebe Josefine diese Hoffnung habe ich auch ich freue mich auch sehr dass du heute da gewesen bist und mir über deine aktuellen Werke und deine Arbeit gesprochen hast ich wünsche jede Menge wohlverdienten Erfolg hier bei der Leipziger Buchmesse und freue mich schon auf Erlangen wahrscheinlich oder? Auf jeden Fall auf Erlangen ja Bis dahin Ciao Ciao Dankeschön für dieses Gespräch es hat mir großen Spaß gemacht Die Künstlerin die jetzt hier bei mir sitzt die hat dafür gesorgt dass ich im Bereich Manga so ein bisschen sowas wie ein Erweckungserlebnis hatte denn liebes Publikum ihr wisst vielleicht ich habe relativ spät angefangen mich mit Manga und allem was dazugehört zu beschäftigen und hole jetzt gerade ganz viele Klassiker nach und da gab es so diesen Moment da habe ich die innere Stimme gelesen da habe ich gemerkt okay es gibt sehr gute deutsche Mangas die sehr gut aussehen können und die auch noch eine richtige Geschichte mit mehreren Ebenen zu erzählen haben jetzt freue ich mich sehr dass sie da ist und ihr neues Werk präsentiert die Rede ist von Der Fluch des purpurenen Rauchs Band 1 und sie hat mir gerade schon erzählt dass Altraverse der Verlag bei dem sie hier ist eine Menge geilen Scheiß hier auf der Leipziger Buchmesse vorbereitet hat und ich freue mich doch sehr auf das jetzige Gespräch hallo ich bin der Andi und wer bist du? Ja hallo ich bin Rakami die mit dem geilen Scheiß Ja Mensch ich habe gerade über Social Media ein bisschen über Instagram diese Mini-Stories angeschaut und die haben da wohl so einiges für dich hier auf der Messe vorbereitet erzähl uns mal wir sind ein Audio-Podcast was hat Altraverse denn bitte da heute angestellt? Ja also wenn ich signiere sitze ich quasi in meiner eigenen Welt es ist nämlich so dass in der Collectors Edition gibt es einen kleinen Raum zum Zusammenstecken und wir haben jetzt für die Messe diesen kleinen Raum auf großer Ebene eins zu eins nachgebaut sodass ich tatsächlich in Artus also Artus ist der Hauptcharakter der Geschichte in Artus Raum sitzen kann und was ich vorher nicht wusste wo ich dann auch von meinem Verlag überrascht wurde ist dass neben dem Raum auch noch ganz viele kleine Monster da drin sind die nämlich auch meine Geschichte bevölkern und jetzt auch diesen Raum bevölkern und da gibt es einfach von größeren Monstern über kleine Monster hin zu einem kleinen Monster das in einer Tasse schwimmt weil sie sogar so weil sie sogar den Kaffee bewegt haben wo ich mir denke wie kann das nur sein und ich habe eins das blinzelt mit einem Monitor darin verbaut deswegen das ist also ich stand die erste halbe Stunde da und ich habe ständig neue Dinge in diesem wundervollen Raum entdecken dürfen und also das nur neben also in Anführungszeichen neben den Sachen wie zum Beispiel dass es jetzt grandiose Plüschis und sonstiges Merch halt gibt das ist der Wahnsinn das klingt so ein bisschen wie so ein 3D gewordenes Wimmelbild mit vielen tollen Sachen zu entdecken also ich habe den Eindruck dass man bei Ultraverse sich auf jeden Fall mal genau die Messeauftritte alle anschauen sollte haben das andere Artists auch bekommen oder ist das schon eine sehr exklusive Sache dieses Jahr also tatsächlich bin ich nicht die Einzige die so ein kleines Räumchen für sich hat sondern meine wundervollen Nachbarn mit Teddy Boys Love haben auch eine sehr schöne Box die ganz thematisch toll mit ganz vielen Teddybären ausgestattet bekommen deswegen das ist halt also nicht nur ich habe diesen wundervollen Auftritt bekommen sondern tatsächlich einerseits auch der Hugie und die Natalia die jetzt halt auch mit Teddy Boys Love zum ersten Mal hier veröffentlichen und auch Sora die ja auch als Ehrengast von Ultraverse eingeladen wurde Da merken wir schon Ultraverse das ist ein Verlag der nimmt Zeit und vor allem auch Geld in die Hand um hier Dinge zu präsentieren ich meine machen wir uns nichts vor so ein Messestand der kann schon so richtig richtig teuer sein und das heißt also wenn die hier so richtig viel Geld in die Hand nehmen und solche tolle ja Locations dann auch fürs Publikum ja auch letztlich auch machen dann erwarten die sich einiges davon was in ihrem Portfolio so an Dingen erscheint und jetzt erscheint da eben was ganz aktuelles neues von dir erzähl doch mal wovon handelt eigentlich der Fluch des Puponen raus also eben sprach ich ja schon von Arthur Arthur also ist ein Hexenmeister beziehungsweise es gibt Gerüchte dass er ein Hexenmeister ist aber ich glaube das wird relativ schnell klar dass er tatsächlich einer ist und die Protagonistin Erin ist auf der Suche nach einer Richtung für ihr Leben und landet so über ein Gerücht bei Arthur weil die Idee ist halt vielleicht kann er ihr ja zeigen wo denn ihr optimales Leben lang gehen würde und aus Gründen die noch nicht ganz klar werden im ersten Band aber sie werden später klar das versprechen ist Arthur auch relativ schnell recht gut also ist relativ davon überzeugt dass das in Ordnung ist dass er sich auf diesen Handel einlässt er verlangt zehn Jahre von Erin dafür dass sie dann direkt in ihr optimales Leben geschickt wird und sie überlegt halt erst aber im Grunde zehn Jahre wenn man das irgendwie rumstudiert und dann hat man Schulden oder so zehn Jahre sind eigentlich gar nicht so viel wenn man hinterher dann wirklich die Richtung weist und dementsprechend ja lässt sie sich halt drauf ein und landet so dann in Arthurs Haus und mit den ganzen kleinen Monsterchen die dort leben und dementsprechend geht es dann halt darum ja wie beide also wie Erin denn vielleicht auch was neben dem optimalen Leben findet was sie trotzdem erfüllt und ja was Arthur genau macht wird im ersten Band noch nicht so ganz klar beziehungsweise ich möchte da auch nicht spoilern aber im Grunde geht es auch darum auch er wird an der Situation wachsen mit Ehrenshilfe steckt da ein bisschen Romantik drin in der Geschichte absolut denn wie auch schon bei die innere Strömme ist mir aufgefallen dass du wirklich wunderschön Charaktere zeichnest sie sind sehr grazil sie sind sehr ausgearbeitet sie sind sympathisch sie sind auch alle sehr schlank glaube ich die waren auch bei die innere Strömme alle schon sehr schlank wie bist du an die Charaktere gegangen was für Absichten hattest du das hätte ja auch ein alter grimmiger Hexenmeister sein können also ich muss halt sagen Arthur war für mich tatsächlich eine krasse Herausforderung sowohl im Design als auch im Zeichnen deswegen muss ich auch also während der Konzeptionsphase hat sich da noch viel geändert ich glaube tatsächlich den alten grimmigen Mann hätte ich lieber gezeichnet am Ende ja aber schlussendlich war es für mich halt wichtig dass gerade bei dem was ihn noch so umtreiben wird und ich glaube wer den ersten Band gelesen hat wird auch wissen dass er halt eine Figur ist die nicht schwarz oder weiß ist sondern sehr grau in der Ausrichtung dementsprechend war es mir dann halt umso wichtiger dass man auf andere Art und Weise mit ihm sympathisieren kann und da ist halt natürlich wenn er ein schicker Hexenmeister ist geht das halt dann schon leichter und für mich war es halt auch sehr wichtig dass es glaubhaft ist dass sich Ehren halt recht schnell sehr zugetan fühlt und da hat das dann halt auch sehr geholfen und ich zeichne ihn auch einfach schlicht und ergreifend sehr sehr gerne so wie ich ihn jetzt zeichnen kann es unterscheidet sich auch vom Genre oder zumindest von der sagen wir mal Bodenständigkeit des Genres tatsächlich ja auch vom Vorgängerwerk es geht ja eben in diese Fantasy Richtung im weitesten Sinne wobei ich finde eine recht geerdete Version der Fantasy was hat dich gereizt in die Richtung zu gehen? Also grundsätzlich war es für mich am Anfang klar welche also welche Messages ich rüberbringen möchte und dafür war absolut klar dass es eine magische Welt sein muss damit gewisse Dinge passieren können die sonst nicht passieren konnten und dann hat sich das mit dem Fantasy Setting quasi von selbst ergeben wobei ich sagen muss in dem Moment wo mir dann klar war dass es ein Fantasy Setting sein muss dann habe ich halt angefangen meine Hausaufgaben ganz intensiv zu machen weil ich muss sagen ich würde absolut nicht leichtfertig an Fantasy Settings rangehen als großer Herr der Ringe Fan und dementsprechend weil klar das muss halt Hand und Fuß haben das muss idealerweise mit real vorhandener Folklore irgendwie verknüpft sein und habe dann da halt wirklich hart recherchiert und das Schöne war in dem Moment wo ich dann halt anfing diese Fantasy Welt immer ein Stückchen weiter auszustaffieren also umso mehr Informationen ich hatte umso mehr kam dann halt auch gefühlt immer dazu sodass es dann halt auch also genauso vollgestopft wie Arturs Raum irgendwann wurde so vollgestopft ist halt dann auch die Welt geworden weil dann halt einfach von allen Seiten noch neue Einflüsse dazu kamen und wenn sie halt gut gepasst haben konnte ich sie halt adaptieren wir sind jetzt hier ja auch auf der Leipziger Buchmesse und das ist ja nun auch wirklich was besonderes weil hier dieser Manga und auch der Comicschwerpunkt so eine riesengroße Rolle spielt erzähl doch mal das ist bestimmt nicht deine erste Leipziger Buchmesse und vor allem ist es nicht deine erste Veranstaltung dieser Art was ist für dich als Künstlerin die Leipziger Buchmesse unterscheidet die sich in irgendeiner Form meinetwegen von der Doku oder ähnlichen Veranstaltung also ich muss ehrlich sagen die Leipziger Buchmesse wird für mich immer einen ganz besonderen Platz in meinem Herzen haben weil es halt einfach das war die erste Convention also damals noch nicht wirklich Convention sondern damals war es halt noch vor allen Dingen die Buchmesse auf die ich halt mit 13 Jahren gegangen bin und dann 2007 da war es noch so dass man hier einen Stand bekam in dem man morgens als erster in einem kleinen schwarzen Kasten war wo ein paar Tische standen denen 10 Euro auf den Tisch knallte und sagte ich möchte gerne einen Stand und das habe ich dann 2007 auch mal gemacht 2015 war ich das letzte Mal auf der Leipziger Buchmesse danach hatte ich leider mit Stand kein Losglück mehr und habe hier den ersten Band von Zuckerwasser im Eigenverlag damals rausgebracht deswegen für mich war einfach aufgrund dessen dass das Publikum hier so divers ist dass ich halt auch gefühlt also wenn die Schulklassen hier durchtraben wenn halt dann auch immer mal die Leute aus den anderen Hallen sich dann halt zu den Manga Leuten quasi verirren das war immer wahnsinnig spannend und dementsprechend auch immer eine sehr sehr schöne Erfahrung und da kam dann halt auch immer super schöne Unterhaltung bei rum und deswegen finde ich es ehrlich gesagt ganz wahnsinnig toll dass ich jetzt mit dem ersten Band meiner ersten Serie zurück auf die Leipziger Buchmesse kommen kann und ja deswegen finde ich das sehr schön und bedeutet mir das viel wobei ich jetzt auch sagen muss die Dokumi ist halt auch schön sie ist halt nur anders Okay das ist das hier tatsächlich vielleicht ein bisschen eher noch ein gemischteres Publikum als bei der Dokumi kann man das so sagen? Genau das ist halt auch das was für mich denn den besonderen Reiz ausmacht was ich hier halt dann wo die Dokumi andere Stärken hat dann hier halt auch besonders schön finde Du wirst hier auch bei einem Panel teilnehmen bei der Buchmesse worum wird es gehen auf was kann sich das Publikum freuen es wird zum Zeitpunkt wo das veröffentlicht wird schon lange passiert sein aber vielleicht kannst du mal erzählen was vermutlich in Zusammenarbeit mit Altaverse dann da auf der Bühne stattfinden wird Da ist die Frage das Panel heute oder das Panel am Sonntag? Ich habe das heute jetzt auf dem Schirm gehabt Achso das Panel heute da wird es zusammen mit unter anderem auch meiner lieben Kollegin Susan Joshkun und auch Melanie Schober darum gehen quasi wie also wie macht man das eigentlich als Mangaka oder Comiczeichnerin davon zu leben und es geht dann halt sowohl die Webtoon Variante wird beleuchtet als auch die Verlagsvariante Okay und das findet hier dann auf einer Bühne vor Publikum mit vielen Sitzplätzen statt? Genau auf dem schwarzen Sofa was für mich auch sowas ist das war halt 2007 bin ich halt zum schwarzen Sofa gepilgert und habe anderen Leuten zugeschaut die dort dann irgendwas gemacht haben und auf einmal darf ich da selbst sitzen das das ist schon schön Könntest du dir weil es das ja vereinzelt tatsächlich auch gibt vorstellen dass deine Manga auch mal eine animierte Fassung kriegen also als Anime erscheinen wäre das was worauf du so ein bisschen Bock hättest? Also wenn jemand kommt und mir das anbietet dann kann ich nicht schnell genug Ja sagen das wäre tatsächlich ganz ganz wundervoll und da kann ich vielleicht auch darauf hinweisen die Leute die der Fluch des Popornen Rauches gekauft haben schaut euch vielleicht mal den Shoshos da die Rückseite da ist ein Kuarko drauf da ist was animiertes drauf das habe ich selbst zusammengeklöppelt also dementsprechend die Idee ist da gerade die kleinen Monsterchen kommen animiert sehr schön also das fände ich ganz wundervoll aber das ist halt natürlich nicht so wie bei Bakuman dass man darauf hinarbeitet aber ich würde definitiv nicht Nein sagen Vielleicht noch ganz kurz zu den kleinen Monsterchen weil du hast gerade eins mitgebracht das ist sehr flauschig und sehr schön Sie sind ja auch Teil des Mangas wie heißen sie wo kriege ich sie her was macht es zeichnet sie aus Es zeichnet sie aus dass sie vor allen Dingen viel Schabernack im Kopf haben also sie haben nur ein Auge oder einen Mund das können sie wechseln aber sie haben nie beides es gibt sie für 15 Euro am Altreibeststand ja ihren Namen kann ich noch nicht verraten weil da würde ich hart spoilern man wird das allerdings im letzten Band erfahren und solange sind sie für mich halt einfach die kleinen purpurfarbenen Monsterchen und ja also ich freue mich auch total dass wir das umsetzen konnten weil also ich zeichne sie halt so oft und es ist halt auch einfach so ernst die Thematik bei der Flucht des Purpurnen Rauches an mancher Stelle auch manchmal wird die kleinen bringen halt immer wieder halt auch dann ja so ein bisschen Humoristik mit rein wenn sie sich dann gegenseitig necken wenn das eine das andere irgendwo runterschubst und das macht mir halt auch solche Freude das zu zeichnen das erinnert mich auch ein bisschen an die Minions ne gibt es da Parallelen Minions Rußmännchen es gibt also das waren halt auch immer so die Sachen die ich halt an bestimmten Filmen halt die ich immer sehr genossen habe deswegen also definitiv ist da auch Verwandtschaft da weil das ist halt im Grunde wenn viele kleine Wesen die sich ähnlich sind auf einem Haufen sind dann passieren halt meistens sehr lustige wenn auch manchmal blöde Dinge und das war halt dann auch so die Grundprämisse für das Verhalten der Monsterchen wobei sie grundsätzlich wohlwollend sind Du hattest gerade eben den letzten Band der Reihe angesprochen auf wie viele Bände ist sie eigentlich angelegt? Auf sechs Bände Sechs Bände und im sechsten Band erfahren wir dann den Namen der lila Figürchen Poponen Also eins zu eins Namen nicht aber es wird in dem Moment wird klar was das denn genau für Monsterchen sind und dann ist auch klar mit dem was sie sind wie man sie benennen würde Das heißt also du hast zum jetzigen Zeitpunkt was auch die Konzeption der Reihe angeht das bereits durchgeplant gibt es einen groben A gibt es sogar schon Skripte wie ist der so der Stand der Reihe? Also momentan gibt es bis Band sechs das Ganze als Skript zusammengeschrieben wobei ich mir halt auch immer noch rausnehme wenn ich irgendwie merke ach Mensch jetzt in dem Band ist jetzt doch das nicht so rausgekommen wie ich wollte oder ich möchte gerne den Schwerpunkt anders legen da dann nochmal ein bisschen dran tweaken halt in eine Richtung die dann halt vielleicht dann noch besser das Ganze erzählen kann aber grundsätzlich ist jetzt klar wie es anfängt ist eh klar weil es jetzt draußen aber wie es enden wird und auch der Weg dahin welche Optionen es da gibt was unbedingt passieren muss das ist halt alles ist im Skript und das hat mein Redakteur auch schon gesehen und abgezeichnet Go ist also schon da und wir können uns darauf freuen auf die noch folgenden fünf Bände der Reihe die ich definitiv lesen werde machen wir uns nichts vor denn was da bei Ultraverse erscheint da sind viele gute Sachen dabei ich freue mich auch jetzt wieder sehr drauf ja lieber Akami dann danke ich dir vielmals für unser Gespräch und wünsche dir vor allem noch hier viel Spaß und besten Fall natürlich auch den verdienten Erfolg hier bei der Leipziger Buchmesse und vor allem auch bei den Signierstunden zum Beispiel vielen Dank bis zum nächsten Mal Dankeschön dass ich hier sein durfte Es gibt ja diesen Discord-Server von dem Netzwerk Comic in Bayern eine Initiative der Illustratorenorganisation ich habe es am Stück richtig gesagt beim zweiten Anlauf und dort tummeln sich ganz besonders viele vor allem hochkarätige Comic- und Manga-Artists aus Bayern und eine dieser Artists hat mich vorab angeschrieben hier ich bin auch bei der Leipziger Buchmesse ich habe Bock lass mal über meinen aktuellen Manga reden den ich vorab auch lesen konnte und ich freue mich sehr dass wir uns jetzt unter anderem über die erste Ausgabe von Lunatics unterhalten sie veröffentlicht dieses Werk im Selbstverlag wie es aussieht und wir müssen unbedingt ins Detail gehen Hallo ich bin der Andi und wer bist du? Hi ich bin Keisumi Hi Keisumi erzähl mal ein bisschen von dir falls dich das Publikum noch nicht kennen sollte wer bist du? Was machst du eigentlich? Also ich bin eine Künstlerin aus Bayern komme aus Erlangen in der Nähe von Nürnberg 35 Jahre alt und ich habe meines Zeichens Japanologie studiert also dadurch gehe ich auch tief in die Recherche rein was mein Manga angeht und kann da halt ziemlich tief reingreifen und hast du vorher schon andere Sachen gemacht andere Reihen abgeschlossene Sachen oder ist es ein Erstlingswerk? So gesehen ist es ein Erstlingswerk das heißt ich habe vorher schon viele Sachen durchprobiert also ich habe viele Sachen gezeichnet geschrieben probiert was geht was ich da machen kann was möglich ist in den ganzen Sachen in den ganzen Bereichen und das ist aber mein Erstlingswerk was ich wirklich halt an die Öffentlichkeit bringen möchte Okay und als andere war dann mehr so im internen Rahmen im kleineren für Freunde und Bekannte Ja genau so ein Testrun Und bist du dann auch aus so Veranstaltungen wie der Leipziger Buchmesse unterwegs oder ist das auch eine Besonderheit in diesem Jahr? Das ist diesmal eine Besonderheit weil das halt eine ziemlich große Messe ist ansonsten war ich nur auf kleineren Messen unterwegs Okay vielleicht nicht so klein auf dem Comic Salon war ich schon zweimal Ja Das in Erlangen das war ja ein Heimspiel Das ist richtig schön und ansonsten war ich halt auf so Sachen wie der Comic Con Stuttgart unterwegs Oh wie hieß das nochmal es gab so eine kleine Con in Düsseldorf da habe ich auch mal daran teilgenommen das ist so da zahlt man nur 5 Euro Eintritt das ist sowas kleines So blau und roter Schrift Oh das kann sein ja Gibt es mehrere von Ja genau Genau bei sowas habe ich mitgemacht Ja also da war ich unterwegs Ja prima und kurz nochmal zur Japanologie auf die wir auf jeden Fall zu sprechen kommen weil der Comic ist voll mit Dingen die mich auch an Japan ich war einmal in meinem Leben zweieinhalb Wochen in Japan erinnert mich einiges Was findest du eigentlich so faszinierend an der Japanologie insbesondere kulturell Was ist es was dich dann da sogar zugebracht hat es zu studieren Also tatsächlich hat mich am meisten die Sprache fasziniert Ich bin zweisprachig aufgewachsen Deutsch-Russisch und habe dadurch so ein bisschen Fable für Sprachen entdeckt habe dann auch Englisch gelernt also in der Schule das hat mich noch mehr fasziniert und irgendwann bin ich auch auf Japanisch gekommen habe gesehen man kann das studieren oh mein Gott das ist ja voll cool und ich war ja sowieso durch Animes die im Fernsehen liefen habe ich ja so ein Interesse dafür entwickelt und habe das dann irgendwie so ein bisschen versucht zu kombinieren das heißt ich wollte Dolmetscherin werden zu aller Ernst deswegen habe ich Japanologie studiert aber festgestellt dass das dann so ein bisschen schwierig ist man braucht dann einen eigenen Stil was die Übersetzungen angeht und sowas und das fand ich dann ein bisschen schwer deshalb bin ich umgeschwenkt auf also ich mache jetzt Mediengestaltung tatsächlich also aber das Studium habe ich beendet und Japan selbst ist ja ein ganz besonderes Land also das ist ja kulturell manchmal Vorreiter manchmal aber auch zumindest ganz anders und es ist ja auch ein Land das geschichtlich gesehen auch allein schon aufgrund der Inselsituation immer was Besonderes dargestellt hat was ist es denn was dich so an Japan reizt also bei mir war es auf jeden Fall das Essen ich habe in meinem Leben noch nie so viele Fotos von Essen gemacht wie im Japanurlaub was ist denn was aus deiner Sicht das Besondere an Japan ist das ist eine gute Frage also die haben viele Besonderheiten also allein die die Art wie sie miteinander umgehen finde ich finde ich sehr es könnte auf andere etwas kalt wirken aber ich finde die passen sehr aufeinander auf also das heißt die schauen immer dass sie dir nicht im Weg rumstehen oder sowas wenn sie an dir vorbeigehen sind sie sehr vorsichtig ich finde dieses dieses Achtenswerte sehr sehr schön dass die halt wirklich ja kann ich absolut bestätigen wir sind Auto gefahren in Tokio und Osaka und ich sage euch das waren Riesenstraßen mit tausenden Autos aber ich fühlte mich selten so sicher beim Autofahren in so einer Umgebung das war in Miami anders also das kann ich absolut bestätigen was du sagst und ist es dann auch so dass du dir auch Manga im Original durchlesen kannst also hast du Sprachkänzen die dann das Lesen auf jeden Fall voll ermöglichen ja genau und hast du warst du selbst mal da wahrscheinlich warst du auch selbst in Japan ich war ein paar Mal da genau okay sehr gut ja prima und dann hast du dir irgendwann überlegt okay jetzt kommt der erste eigene Band jetzt will ich meinen Manga veröffentlichen und es wird Zeit für Lunatics erzähl mal wovon handelt Lunatics eigentlich also wir haben ein 16-jähriges Mädchen das hat ihre beste Freundin im Grunde verloren also die ist unter mysteriösen Umständen gestorben und dieses Mädchen die Hauptperson möchte jetzt herausfinden warum und wie das dazu gekommen ist und wer der Täter ist und unterstützt wird sie dadurch durch den Vater des verstorbenen Mädchens die arbeiten quasi zusammen und wollen herausfinden wer jetzt der Übeltäter ist und sie geht dann ja auch ein bisschen auf so einen Trip also sie geht ja quasi in die Stadt und lebt da Dinge auch mit anderen Figuren da hast du dich auch in ganz vielen Szenen wie gesagt es gab hinten einen großen Anhang wo du uns nochmal einzelne Szenen auch erklärst oder war es mittendrin ich glaube es war im Anhang war es wo du ganz viele Dinge erklärst die so typisch sind die du mit eingearbeitet hast vielleicht kannst du da auch nur so ein zwei Sachen rausgreifen was du auch bei dir dann im Manga selbst verarbeitet hast genau also ich habe teilweise Sachen genommen die ich für spannend hielt also sprich was für Sachen was für Accessoires die Charaktere tragen um sie halt um sie halt zu charakterisieren einfach nur um zu zeigen wie diese Charaktere drauf sind weil im ersten Band wird prinzipiell werden die Charaktere halt vorgestellt und die unter Platten ein bisschen vorangebracht genau und was habe ich dann da schönes gemacht ich habe viele Szenen von Osaka insbesondere Number halt gezeigt weil ich das das ist teilweise mein Lieblingsort also wenn ich wegfliege tatsächlich dahin bin ich meistens nur dort ok weil ich das sehr schön dort finde dieses es hat was cyberpunkiges es hat was sehr lebendiges aber auch irgendwie was ich will nicht schmutziges sagen weil es ist halt so ein bisschen es sieht ein bisschen veraltet aus also die Häuser da und die ganzen Schriftzüge und sowas aber gleichzeitig das ist halt dieses cyberpunkige auch es ist so ein bisschen gritty ja ok das ist richtig toll und das wollte ich halt ein bisschen da drin zeigen und auch zur Schau stellen also wie schön das da halt sein kann was das faszinierende da dran ist und so genau aber ich wollte auch mitunter zeigen dass es auch ein paar Schattenseiten hat nicht nur also nicht nur die schönen Seiten beleuchten sondern auch ein bisschen vielleicht die schlechten zeigen einfach damit man auch wirklich sieht was für ein Land man da eigentlich sich anguckt oder also wenn man sich dafür interessiert dass man da ein bisschen mehr in die Tiefe geht halt wir sehen das ganz gut auch an einem Beispiel es gibt eine Szene treffen unsere Protagonistin auf einen sagen wir mal älteren Businessmann und du gehst dann auch im Anhang nochmal drauf ein und erklärst es uns weil es tatsächlich wohl so ist dass um sag ich mal karrieretechnisch die Leiter hochzusteigen nicht zwangsläufig die eigene Performance quasi zielführend ist sondern einfach wirklich die Betriebszugehörigkeit hier da eine Veränderung also letztlich auch in der Karriere darstellen kann das sind so Sachen die weiß man nicht wenn man da mal ein bisschen Urlaub gemacht hat in Japan kam das alles durch Studium diese Kenntnisse ja tatsächlich ja da habe ich ziemlich viel gelernt also auch diesen Businessman also ich wusste vorher auch selber nicht dass dass teilweise die Leute also nicht nur durch die Betriebszugehörigkeit sondern auch wie trinkfest du bist tatsächlich halt also mit dem Chef halt und so dass du halt dem im Prinzip wirklich wie ein König behandelst den wie nach dem Mund redest eben wirklich einfach die ganze Zeit bei ihm bist und erst nach Hause gehst wenn der nach Hause geht dass du dir das quasi nicht leisten kannst vorher Schluss zu machen oder sowas und so das kam alles erst mit dem Studium dass wir das gelernt haben auf zwei Sachen möchte ich auf jeden Fall noch eingehen in unserem Gespräch zum einen natürlich die Charaktere vielleicht lass uns die noch mal ein bisschen auseinander nehmen du hast gemeint sie hat unsere Protagonistin hat ihre Freundin verloren sie tritt jetzt ein Stück weit in ihre Fußstapfen um vermutlich dem potenziellen Mörder oder Mörderin irgendwie eine Falle zu stellen so wird es wohl wird es wohl gemeint sein was ist sie denn selbst für eine Figur sie muss ja auch letztlich ein Stück weit mutig sein um so einen Schritt zum Beispiel zu gehen wie bist du da ins Charakterdesign gegangen was ist das inhaltlich für eine Figur und vielleicht auch optisch tatsächlich ist es so ich wollte ein bisschen was in den Charakter reinbringen was ich selber auch ein bisschen erlebt habe das ist jetzt nur so ein bisschen Spoiler-Territory deswegen werde ich nicht zu viel davon erzählen aber tatsächlich ist der Charakter so ein bisschen nach den Sachen modelliert die ich erlebt habe dadurch dass ich aus Russland halt weggezogen bin mit meinen Eltern nach Deutschland gekommen bin das wird dem Charakter auch ein bisschen später deutlich dass sie auch ein Land verlassen hat was ein bisschen sehr kommunistisch angehaucht ist sage ich mal und genau also sie ist so ein Charakter die das miterlebt hat die sowas halt mit in sich trägt die ein bisschen Identitätsfindung halt auch hat also die versucht rauszufinden erstmal wer bin ich ich tue das für meine Freundin aber für wen tue ich das denn noch tue ich das für mich was mache ich denn was mache ich mit meinem Leben was mache ich mit meinen mit meinen Ängsten mit meinen Sorgen die ich jetzt mit mir trage und sowas darf ich das überhaupt ausleben und sowas in die Richtung wollte ich halt so ein bisschen mit einbringen ich meine das ist wirklich grundsätzlich eine faszinierende Figur sie ist ja zum einen du hast gesagt sie ist 16 sie ist in einer gewissen Findungsphase natürlich auch noch und sie hat dieses schwere Trauma erlitten ja letztlich auch und daraus kann sicherlich vieles entstehen und auch passieren sie hat ja Glück sie hat nämlich insofern Glück dass sie Leute um sich rum hat die es ja dem Grunde nach eigentlich nur sehr gut mit ihr meinen sowohl der es ist ja nicht ihr Vater dann in dem Sinne es ist der Stiefvater es ist der gespielte Vater genau auch der hat natürlich ist eine Instanz eine Respektsperson aber letztlich meint der ist ja auch nur gut was ist das für einer ist das so ein Businessman der lange bis spät in die Nacht arbeitet oder ist das jemand der sie auch Zeit für die Familie nennt das ist tatsächlich auch eine Sache die ich ein bisschen beleuchten wollte mit dem Manga er ist eine Person die wie soll ich sagen also er macht schon ziemlich viel für den Job weil er halt denkt dadurch kann er für sein Kind sorgen also hat er sie auch erzogen also er hat das meistens halt das Geld mehr sprechen lassen anstatt die Zeit die Quality Time das heißt er hat ziemlich viel gearbeitet und war weniger für sie da und genau so ist das halt gewesen und die dritte wichtige Figur ist ein torradfahrender junger Mann sehr attraktiv und er passt auf sie auf ist aber seinem Chef also quasi ihrem Vater nennen wir ihn jetzt mal auch sein Mitarbeiter und dem aber auch also ist ihm treu quasi macht auch genau was er sagt was ist das für eine Figur genau also wie du schon sagtest ist er ein Unterstellter von dem Vater der Vater ist tatsächlich ein Yakuza Boss ich weiß nicht ob das durch die also ich wollte das durch die durch das ganze Bling Bling was er trägt durch das dicke Auto was er fährt halt auch ein bisschen zeigen dass er halt so eine hohe Machtproduktion hat auch durch seine Narbe am Auge so ein bisschen zeigen dass er in dieses Metier halt in diesem Metier halt drin ist das heißt Yuta der der Nebencharakter der sich um Sayaka kümmert der ist sein Unterstellter und er hat selber so ein bisschen eine eigene Geschichte am Laufen also die wird auch noch ein bisschen beleuchtet in der Geschichte der ist ja auch ein bisschen geprägt von dieser Schule wo er halt hin muss um nach Sayos Mörder im Prinzip zu suchen auf wie viele Bände ist die Reihe denn konzeptionell angelegt erstmal auf fünf also fünf sind geplant und gibt es ja schon so grobe Skripts oder wie ist der aktuelle Stand es muss ein grobes Skript geben weil es eine Mystery Serie ist also ich muss tatsächlich von rückwärts arbeiten und von wann das also was passiert ist dann muss ich rückwärts arbeiten und ein paar Spuren legen sodass ich halt jetzt den Anfang halt schreiben kann das heißt das Ding ist eigentlich in dem Sinne halt fertig geskriptet nur es muss halt jetzt noch gezeichnet werden was mir auch wirklich sehr positiv aufgefallen ist ist die Schwärze also wir fangen schon an damit dass wir hier letztlich in einem das ist so ein bisschen ich würde es jetzt mal im weitesten Sinne als ein Traumsetting bezeichnen die Gedankenwelt unserer Protagonistin vermutlich und sie interagiert mit irgendeiner Figur mit weißen Augen die auch immer mal so wiederkehrt irgendwas ist da noch in ihr drin das vermutlich noch irgendwie ein bisschen mehr Beleuchtung bekommen wird was war da der Ansatz woher diese Düsternis diese Düsternis ich wollte den Charakter halt ein bisschen also dadurch dass sie halt so viel Trauma in sich trägt möchte ich dass sie das verarbeitet durch diese ganze Geschichte die ich da schreibe und ich muss das natürlich anfangs ein bisschen härter setzen damit es auch verständlich wird dass es da wirklich ein bisschen krass zu Gange geht also das ist halt ein bisschen für sie ist das verstörend aber also für das Mädchen ist das verstörend was da alles abgeht und sie möchte das natürlich irgendwie verarbeiten das war so der Hintergrund des Ganzen ja und dann folgen wir der Protagonistin eben bei ihrem Trip durch die Stadt das ist ist das Tokio Osaka Osaka und dann trifft sie also zusammen eben mit diesem Fahrradbahn Fahrradfahren sag ich schon mit dem Motorradfahren ein Boy und da wäre eben quasi ein bisschen das Abenteuer und wirklich ganz besonders faszinierend fand ich ja dann diesen Aspekt mit dass wir ein bisschen so Lokalkunde eben bekommen wie wir es gerade schon beschrieben hatten da auf jeden Fall nochmal der Hinweis dass ihr das Publikum dass ihr da auch unbedingt in den Anhang reinschaut da gehst du nämlich sehr detailverliebt auf einzelne Sachen ein und erklärst uns einfach mal ein bisschen was was ich immer ganz praktisch finde weil damit letztlich auch einfach Vorteile vielleicht auch abgebaut werden zum Beispiel Stereotype eben nicht bedient werden müssen oder man letztlich einfach ein gewisses Verständnis hat auf der Leipziger Buchmesse bei der Manga Comic Con und die Frage habe ich vorhin schon jemandem gestellt wenn du einem bekannten Freund das gerade erzählst wo du hingefahren bist sagst du dann du fährst zur Buchmesse oder fährst du zum Manga Comic Con das kommt auf die Person an der ich erzähle also wenn die Leute halt Manga kennen dann sage ich ich fahre zum Manga Comic Con wenn die Leute das eher nicht kennen oder nicht bewandert sind dann sage ich ich fahre zur Leipziger Buchmesse weil das halt eher also viel mehr halt bekannter ist sag ich mal dass die mehr das damit anfangen können und du hast hier dann in der Artes Alley ich habe in der New Artist Alley einen Tisch mit einer Freundin sie teilt euch dann zusammen genau okay und wie ist das denn so im Vergleich was ist für dich die Manga Comic Con ist es eine wichtige Veranstaltung und falls ihr das sein sollte warum was für Publikum erwartest du hier was ist für dich die Manga Comic Con das ist finde ich eine der wichtigsten Veranstaltungen weil das einfach eine der größten Veranstaltungen im Jahr ist für diese also für dieses Genre Metier wie diese für das Manga halt für Manga generell genau und deswegen finde ich das halt sehr sehr wichtig und was ich für Leute erwarte ist ziemlich viele Cosplayer Leute die ihre Freunde endlich mal wieder sehen können nach langer Zeit nicht nur durch Corona nicht nur durch Corona bedingt sondern halt auch dass sie ich kenne das noch so dass Leute noch andere Freunde aus verschiedenen Städten halt Freundschaften geschlossen haben und dass sie die auf der Manga Comic Con halt treffen sowas zum Beispiel sowas erwarte ich okay wir hatten ja ich hatte zu Beginn des Gesprächs schon gemeint dass wir uns quasi kennen über den Discord-Server von dem Netzwerk-Comic in Bayern und ich bin ja ganz überrascht Bayern ist ja tatsächlich das hat sich im Laufe der letzten Jahre meiner Arbeit hier als Podcaster und Journalist auf jeden Fall bestätigt das ist ein sehr comic-starkes Bundesland es gibt unfassbar viele gute Leute dort es ist überraschend wenig Verlage muss man mal sagen aber letztlich gibt es ganz viele Artists die von da kommen und Menschen die da tolle Veranstaltungen machen wie natürlich konkret die beiden wichtigsten in Deutschland nämlich das Comic-Festival und der Comic-Salon ganz klar woran liegt das warum ist Bayern so vernetzt bist du vernetzt mit der bayerischen Comic-Szene tatsächlich nicht so ganz einfach weil ich habe das Gefühl das sind sehr viele Comic-Zeichner also wirklich die westliche Comics zeichnen und ich persönlich finde da so ein bisschen schwer Anschluss weil ich halt ziemlich viel Manga zeichne auch wenn ich meinen Manga mehr als Comic bezeichne weil es halt sehr westlich angehauft ist meiner Meinung nach deswegen bin ich persönlich nicht so vernetzt aber ich habe Freunde die tatsächlich da halt ziemlich weit ihre Fühler ausgestreckt haben warum glaubst du gibt es da eventuell Ressentiments also dass du da du sagst du findest ja jetzt nicht unbedingt Anschluss an diese Comic-Leute dabei habe ich immer den Eindruck gerade in der Indie-Szene die suchen auf Teufel komm raus Anschluss zur Manga-Szene das ist ja andersrum gerade im kleinen Bereich ich bin da weder in Bayern noch bin ich Comicschaffender aber das ist interessant dass da doch offensichtlich Bubbles gibt zumindest die sich wahrnehmen und mögen aber nicht so schnell miteinander verschmelzen das ist interessant dass du das sagst auch beim Publikum denn ich hatte vorhin die Josefine Marx und die sagt gerade bei denen wenn sie bei Kids Lesungen macht bei der Frage ob sie Comics mögen melden sich weniger aber Manga lesen dann doch wieder recht viele warum glaubst du warum gibt es diese Gräben überhaupt ich habe das Gefühl dass es einfach verschiedene Publikum Publika Publikums Publikum anspricht es spricht halt verschiedene Leute an weil Manga ist ein sehr weitgreifendes Medium das hat einfach sehr viele sehr viele Genres ich weiß tatsächlich nicht wie das beim Comic ist was ich persönlich kenne ist halt dass du wirklich entweder für die jüngere Generation halt was hast oder tatsächlich etwas das über 18 halt ist dass du halt sowas halt hast und das hat beides seine Daseinsberechtigung aber ich habe das Gefühl dass Manga einfach viele Unterkategorien hat wo die Leute mehr Anschluss finden und viele vielleicht Stereotypen die sie vielleicht spannend finden deswegen vielleicht ist Comic auch ein bisschen geprägt durch den westlichen Markt weil man das halt von früher vielleicht noch von den Schlümpfen sag ich mal kennt oder von Asterix aber es gibt ja tatsächlich sehr sehr viele die also sehr sehr viele die auch weitreichend zeichnen die verschiedene interessante auch spannende Geschichten zeichnen das ist tatsächlich und auch spannend dass du sagst du interpretierst dein Werk tatsächlich auch gern noch als Comic und du versuchst da so ein bisschen eine Mischung herzustellen finde ich sehr begrüßenswert Ja Mensch dann danke ich dir auch schon vielmals für unser Gespräch und wünsche dir ganz viel Erfolg bei der Leipziger bei der Manga Comic Con Vielen Dank Ciao Tschüss Jetzt habe ich einen echten Star der Szene am Start einen mit dem ich unbedingt reden wollte denn er macht eine ganze Menge Sachen er ist natürlich nicht nur Comicschaffender und beteiligt an einer super erfolgreichen ursprünglich mal als Webcomic gestarteten Reihe und zwischen kann man die natürlich auch gedruckt überall kaufen ist klar er ist außerdem noch Speaker habe ich gesehen er hat einen Verlag gegründet er hat Preise gekriegt unter anderem auch für eine Comic Anthologie die er gemacht hat ich glaube das ist so eine eierlegende Wollmilchsau und ich freue mich mega auf das Gespräch Hallo ich bin der Andi und wer bist du? Hi ich bin Jonathan ich bin Jonathan von Wall and Peace und ich freue mich hier zu sein und ja was für eine schöne Anmoderation Ja Mensch Jonathan du bist ja wirklich jemand der wahnsinnig viel macht also wenn man sich zum Beispiel mal umguckt wo du jetzt in den letzten Wochen und Monaten warst du hast auch einige Comic Festivals mitgenommen oder? Ja ich war auf einigen Comic Festivals ich war international unterwegs ich war aber auch hier in Deutschland unterwegs und ich mag einfach die Atmosphäre von Comic Festivals und die Energie die dort aufgebaut wird also das macht mir große Freude Jetzt so die Leipziger Buchmesse ne auf der wir jetzt hier und heute sind ist das für dich irgendwie eine besondere Messe oder ist die so wie viele andere Messen auch? Insofern besonders dass ich noch nie hier war ich war früher häufig beim Millionaires Club das war ein Festival was es leider seit der Pandemie nicht mehr gibt was aber immer parallel zur Buchmesse stattgefunden hat und das war super super toll und deshalb bin ich sowieso jetzt im Modus im Festivalmodus und Buchmesse ist insofern was besonderes weil ja hier auch Comics abgebildet werden als Bücher also dass man jetzt wirklich sagen kann die Literatur will uns vereinnahmen da sagen wir nicht nein als Comics Comicschaffende sind wir immer irgendwie so Außenseiter und was jetzt auch ganz besonders ist dass Anke Feuchtenberger nominiert ist für den Belletristikpreis also das ist schon was besonderes dieses Jahr und ich hoffe dass wir den Comic weiter pushen können dass es weiter ernst genommen wird Ich freue mich sehr für die Anke wir haben vor ein paar Tagen telefoniert und wenn alles klappt dann werden wir uns in Erlangen mal länger zusammensetzen weil das eine Frau ist die glaube ich sehr viel zu erzählen hat und nicht vor dem Grund ist sie auch Dozentin aber ich denke da müssten wir uns mal nochmal ganz ausgiebig in einem Interview um die Anke kümmern heute soll es um dich gehen und du hast eine Menge Dinge also ich will auf jeden Fall am Ende des Gesprächs mal ein bisschen länger über Rap-Comics im Allgemeinen sprechen weil ich glaube da bist du auf jeden Fall super Ansprechpartner aber lass doch erstmal auf aktuellere Projekte eingehen denn du bist hier quasi eingeladen worden vom Panini Comics Verlag wo aktuell was erschienen ist da wollen Menschen die Welt retten das finde ich gut worum geht es da? Es geht um eine ganz ganz tolle Anthologie von organisiert von Rewriting Earth heißt im Original The Most Important Comic Book on Earth und das hat Panini übersetzt und das finde ich extrem gut weil je mehr Menschen das lesen desto besser ist es in dem Buch wurden Partnerschaften gebildet man hat gesagt Comiczeichnende werden mit Celebrities zusammengesteckt also wir haben Cara Delevingne an Bord wir haben Yoko Ono an Bord und Peter Gabriel und Ricky Gervais Patrick Stewart Star Trek Fan ganz ganz tolle Leute wir mit WMPs durften einen Comic machen zusammen mit Richard Curtis das ist der Macher von Bridget Jones und diesen ganzen englischen Komödien die man so kennt und er hat die erschaffen und dann hatten wir einen längeren Call mit ihm zusammen ein super netter Typ und das hat total viel Spaß gemacht daran zu arbeiten und am Ende ist dieser riesige Schinken ist dann daraus geworden ein ganz ganz dickes Buch an dem man wirklich mehrere Abende verbringt und ich bin total Fan von dem Projekt weil die die Gewinne werden dann auch benutzt um tatsächlich die Artenvielfalt zu schützen und um Länder aufzukaufen um quasi Land aufzukaufen keine ganzen Länder sondern um Land aufzukaufen was einfach von der Biodiversität besonders wertvoll ist und ja damit wird dann wirklich versucht die Welt ein bisschen zu retten ein ganz ganz tolles Projekt wo man nur hoffen kann dass das wirklich international einige Verkäufe hat gab es da so thematisch irgendwie so Vorgaben sollte es schon um jetzt eine konkrete Art gehen oder generell um Artenvielfalt wie sah das aus was die Vorgaben angeht das war tatsächlich sehr sehr offen formuliert also als wir uns mit Richard zusammengesetzt haben da haben wir erstmal über über Pensionen gesprochen also über Rentenfonds haben wir gesprochen weil ihn das besonders interessiert und er gesagt hat wenn wir dort hinschauen wo das Geld hinfließt von den Rentenfonds dann sehen wir auch warum die Welt so ist wie sie ist und ich glaube man muss das Thema sehr sehr groß denken und darf nicht denken jetzt nur weil ich meinen Strohhalm meinen Plastikstrohhalm recycle verändere ich die Welt sondern die die Policen werden nochmal woanders gemacht ich glaube wir müssen aufhören auf den Konsumenten rumzuhacken gleichzeitig muss jeder Konsument auch erkennen wo seine Macht liegt und seine Macht liegt natürlich auch im Konsumentenverhalten aber ganz besonders auf dem Wahlschreiben Okay also ich kenne jetzt leider das Buch nicht das heißt also thematisch sind das die Themen die ihr bei euch in eurem Anteil aufgreift Verschiedenes also genau es geht tatsächlich um die Zerstörung der Umwelt und der Vertreibung von Arten die die dann tatsächlich auch zugrunde gehen also wir es sterben unfassbar viele viele Arten jeden Tag und der Menschheit geht es in dem Sinne gut dass wir uns weiterhin vermehren ganz gut wenn man es jetzt so groß denkt das heißt es herrscht eine massive Artenverdrängung und darum geht es natürlich in dem Buch und ansonsten waren die Vorgaben nicht sehr eng also wir dürfen auch einfach Witze machen über Eisbären die nicht in die Schule gehen müssen weil die Schule geschmolzen ist zum Beispiel verstehe okay das klingt unfassbar interessant ich bin sehr gespannt werde auf jeden Fall wenn ich noch die Zeit habe heute mal bei Panini beim Stand dann noch vorbeigucken mir das mal genauer angucken denn das ist ja auch so ein Projekt das unheimlich viel Arbeit und Zeit gefressen haben muss also ich meine das muss ja irgendwie organisieren ich weiß gar nicht genau wer das war das kannst du gerne darauf eingehen das ist also auch organisatorisch vermutlich ein Problem auch Deadlines und Artists auch das beißt sich manchmal dieses Thema wer hat das eigentlich verantworten wer hat die Organisation dahinter übernommen das war Paul Goodenough der schon für zwei Emmys nominiert wurde im Bereich der Serien also er ist ein Drehbuchautor und Filmschaffender ist ein unfassbar sympathischer und positiver Mensch also ich frage mich manchmal wo der die Energie hernimmt der ist immer toll immer ansprechbar er ist unheimlich nett und er bereist bereist die ganze Welt und drückt das Celebrities in die Hand das Buch um ein Foto mit denen zu machen also er hat eine unendliche Energie und manchmal mache ich mir Sorgen um ihn und hoffe es geht ihm gut weil ich mir nicht vorstellen kann wie man wie man so mit Energie haushalten kann aber ich bewundere ihn sehr er ist ein ganz toller Mensch und er dann als derjenige der sich den Hut auf hat hat das dann an Verlage lizenziert die das drucken weltweit genau soweit ich weiß ist Panini jetzt der erste Verlag der sagt wir machen da auch die Übersetzung davon wir wollen das wirklich jetzt auch in den deutschsprachigen Raum bringen und genau er macht er bringt das raus mit DK Books in England und was Verlegen angeht kennst du dich ja auch ganz gut aus als ich das gelesen habe da wusste ich gar nicht wo ich anfangen soll vielleicht fangst du mal besser an du hast einen Verlag gegründet wann, wieso, weshalb und wie heißt er oh das ist eine das ist eine lange Geschichte das ist der Poly Verlag beim Poly Verlag ging es erstmal darum ein besonderes Buch zu veröffentlichen und zwar habe ich lange als Dozent gearbeitet an einer Kunsthochschule und habe einen Master Schwerpunkt im Bereich Comic Graphic Novel gegründet und da gab es eine Studentin die mich besonders beeindruckt hat die Lena Schwingel hat ganz ganz tolle Geschichte erzählt und das obwohl sie schwer krank war und wir haben über viele viele Monate oder sogar Jahre haben wir an dem Buch gearbeitet und einer ihrer größten Wünsche war es dass dieses Buch irgendwann mal veröffentlicht wird bei einem Verlag bei einem richtigen Verlag mit ISBN Nummer allem drum und dran und leider ist sie verstorben und konnte es nicht mehr mitkriegen dass das real geworden ist und dann habe ich mich in der Aufgabe gesehen das Buch dann irgendwie zu einem Verlag zu tragen und habe wirklich alles probiert und habe ganz viele Verlage angeschrieben und habe gehofft dass da einer drauf anspringt und die haben alle gesagt das Buch ist wirklich toll es ist total witzig und schön erzählt aber wir sehen nicht das kommerzielle Potenzial dahinter und dann habe ich gesagt okay gut dann müssen wir eben muss ich jetzt eben selber einen Verlag gründen einen Verlag der keine kommerzielle Ausrichtung hat im ersten im ersten Sinne und habe mit ihrer Mutter telefoniert das war ein schwieriges Telefonat für mich aber es ist ganz positiv ausgegangen weil sie gesagt hat sie findet das eine total gute Idee einen Verlag zu gründen und hat sich mir angeschlossen und jetzt machen wir den Verlag zusammen und haben uns genau solchen Büchern verschrieben wir haben gesagt es gibt manche Bücher die sind toll aber die sind schwer zu kommerzialisieren und wir wollen für diese Bücher aber eine Heimat sein und kratzen dann immer Geld zusammen und versuchen daraus kleine feine Publikationen zu machen also das ist sehr nischig ein sehr nischiger Verlag und es macht aber unheimlich Spaß wir sind eigentlich eine ganz gute Truppe dieser idealistische Ansatz ist ja einer der ganz viele tolle Comics manchmal auch zur Folge hat was man dann letztlich wir als Konsumenten im Endeffekt dann an tollen Sachen lesen können die wie du schon sagst sonst nirgends irgendwie untergekommen werden andererseits ist dieser kommerzielle Ansatz natürlich einer den man auch vollends nachvollziehen kann gerade wenn wir uns in Deutschland zum Beispiel über Förderung unterhalten immer die Frage zwischen individuell Kunstförderung Kulturförderung oder eben Wirtschaftsförderung das sind wirklich ganz wichtige Themen wie ich gerade finde in der Comicszene du musst jetzt keine Zahlen nennen aber wenn du sagst dir kratzt nochmal Geld zusammen würdest du also sagen das ist so ein Hobbyprojekt der Verlag von dir ja auf jeden Fall auf jeden Fall das ist wenn ich wenn ich in der Woche noch irgendwo Zeit finde dann kann ich diese Zeit dann in den Verlag investieren aber das ist nicht viel Zeit die da die ich da investieren kann einfach weil ich viele andere Projekte habe wie du es schon gesagt hast und es ist so eine ja eine Liebelei das macht mir viel viel Freude aber ja es ist nicht dafür da um meinen Lebensunterhalt zu decken auch nicht ansatzweise viele andere Projekte ist ein gutes Stichwort wir müssen natürlich auf jeden Fall auf One Piece zu sprechen kommen da haben wir in Deutschland jetzt schon einen Band gedruckt bei Panini erhältlich wie geht es da eigentlich weiter wie ist gerade der aktuelle Stand bei One Piece wir haben ein Buch rausgebracht rechtzeitig zur Pandemie in den USA aber Andrews McMill und dieses Buch wurde dann auch von Panini aufgegriffen tollerweise und jetzt haben wir ein weiteres Buch gemacht namens High Earth und da ist tatsächlich ein französischer Verlag ist da erste Wahl gewesen Lirica Matot hat gesagt noch bevor das irgendwie auf Englisch erscheint wir wollen die Übersetzung machen haben das rausgebracht das Buch war innerhalb der ersten Woche war die erste Auflage vergriffen also es hat super funktioniert in Frankreich Frankreich ist sowieso das gelobte Land und genau jetzt arbeiten wir daran dass das Buch dann auch auf Englisch erhältlich sein wird und am 2. April haben wir aber ein ganz anderes Buch das wir präsentieren wollen das heißt Once Upon a Workday es ist eine Sammlung an Kurzgeschichten das ist ganz anders als alles was man sonst kennt von War and Peace sonst machen wir Comicstrips die immer so eine Pointe ganz am Ende haben meistens im vierten vierten Bild und damit sind es Kurzgeschichten die sich reimen so ein bisschen ich habe jetzt häufiger gelesen dass Menschen das vergleichen mit Dr. Seuss oder Shel Silverstein wenn man das kennt und das Buch wird genau am 2. April erscheinen nochmal bei Andrews MacMill da sind wir total aufgeregt weil uns das Buch sehr sehr viel bedeutet es geht um Work-Life-Balance es geht darum wie man mit kreativen Blockaden umgeht wie man überhaupt mit Arbeit umgeht obwohl ich selber noch nie angestellt war habe ich trotzdem so eine Vorahnung wie es Menschen geht und ich habe viele viele Jobs gehabt dass ich weiß wie es ist sich zusammenraffen zu müssen und sich jeden Tag aufstehen zu müssen und was zu machen woran man vielleicht selber gar nicht glaubt und ja solche Themen greifen wir auf und haben kleine Kurzgeschichten die sehr schön sind sagst du mal wir und im Team natürlich müssen wir Elisabeth auf jeden Fall nochmal erwähnen ich habe jetzt zuletzt euer Fungirl erst gelesen in der englischen Ausgabe und da sind richtig tolle Sachen dabei vielleicht kannst du mal so ein bisschen von der Zusammenarbeit erzählen wir müssen nicht ganz bei null anfangen ich glaube ihr kennt euch schon ewig aus glaube ich Studienumfeld ist das so wie sieht denn so das alltägliche Zusammenarbeiten mit dir aus wer macht wann ungefähr was habt ihr einen riesen Vorlauf vor einem halben Jahr von Dingen erzähl mal so ein bisschen wie sieht das alltägliche aus in der Zusammenarbeit Ja es ist total toll mit dir zusammenzuarbeiten sie ist wahnsinnig im Arbeiten also sie arbeitet sie ist ein Arbeitstier sie sagt manchmal nennt sie sich selber den Comic-Esel scherzhaft wenn wir zusammenarbeiten ja sie ist irre irgendwie was ihre Arbeitsmoral angeht und ihre Strukturiertheit angeht und gleichzeitig auch wahnsinnig kreativ also es macht mir große Freude mit dir zusammenzuarbeiten und wir haben beide unsere eigenen Ateliers und zwei Tage die Woche setzen wir uns aber zusammen sind wir dann von morgens bis abends im selben Atelier und solche Tage sind sehr sehr intensiv für uns beide weil wir sagen alles was man persönlich besprechen muss muss dann dort besprochen werden wir vergessen manchmal zu essen zwischendrin weil es wie gesagt sehr sehr intensiv ist und wir dann sehr sehr viel abarbeiten und an den anderen Tagen sind wir dann jeweils in unseren eigenen Ateliers dann kommunizieren wir auch und dann kann man sich wieder ein bisschen erholen und dann geht es in der nächsten Woche geht es dann wieder los und dann wird es heftig und macht eine große Freude wir machen auch beide beides also wir zeichnen und schreiben beide das heißt wir mischen und wir sind im kreativen Bereich sind wir da total gleich auf und andere Sachen teilen wir uns dann auf also wer ist dann mehr für die Finanzen zuständig wer mehr für die Kommunikation oder ähnliches und ja es ist eine große Freude und jetzt seit 13 Jahren arbeiten wir zusammen und wenn man über so lange Jahre so professionell zusammenarbeitet dann geht man da bestimmt auch durch Höhen und Tiefen aber ich vermute mal die Grundlage oder Zusammenarbeit könnte ich mir vorstellen sagt mir ob ich falsch liege ist auch eine gute Freundschaft ist das so? das ist so ja ja das ist so und du hast auch wirklich gesagt das ist ganz richtig gesagt also wir haben Höhen und Tiefen miteinander durchlebt also ich kann mir niemanden besseren vorstellen mit dem ich so durchs Leben gehen kann auf professioneller Ebene und auch eben freundschaftlich also wir sind da immer füreinander da wir haben täglich Kontakt miteinander und ja es ist ein großes Geschenk weil ich wüsste nicht was ich machen würde wenn ich sie nicht getroffen hätte dann wären wir beide irgendwie glaube ich in eine ganz andere Richtung gegangen und das ist so gekommen es ist ein großes Geschenk und ich hoffe dass wir bis an unser Lebensende weiter Comics machen ich würde jetzt auf den Tisch klopfen aber das ist nicht gut für die Audioqualität das spreche ich mir wer nämlich auch durch Höhen und Tiefen geht das ist wenn man so will der deutsche Webcomic das ist ein Thema das ich auf jeden Fall kurz nochmal mit dir ansprechen möchte wir haben jetzt mal einfach nur so eine Handvoll Gedankengänge da rauszugreifen Webtoon eine der größten Plattformen hat es auch in Deutschland versucht mit einer eigenen quasi Niederlassung und Plattformen ist leider gescheitert gibt es nun nicht mehr in der Form andere vor allem im Manga können international gesehen tolle Erfolge einfahren wie siehst du das als Comicschaffender wie ist gerade die Lage des Webtoons in Deutschland kommt der gut an hat er noch Potenzial wo liegen vielleicht Probleme was siehst du da Schwierig ganz 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 schwierig also wir veröffentlichen unsere Comics auf Englisch und zwar primär weil wir Englisch sozialisiert wurden was unseren Humor angeht Elisabeth ist in den USA aufgewachsen ich in Deutschland aber ich habe ganz ganz früh angefangen Monty Python im englischen Original zu zu schauen und habe mich da total dafür interessiert das war dann für uns einfach logisch dass wir auf Englisch gehen zumal es einfach so wenige Lesende gibt dann in Deutschland und dass man wenn man sich da finanzieren möchte ist es einfach sehr sehr viel schwieriger es gibt ein paar denen das gelingt und ich bin da extrem beeindruckt davon bei uns ist es eben so dass die Lesenden sich auf der ganzen Welt verteilen wir haben irgendwo so diesen diesen ganz ganz starken Fokus wie andere und ja es ist wirklich eine gute Frage also wenn man wenn mich jetzt jemand fragt hey soll ich meinen Comic auf Deutsch oder auf Englisch machen würde ich würde ich immer sagen auf Englisch machen weil es einfach das größere Publikum anspricht und deine ja deine Szene ansonsten vielleicht zu klein ist also ich finde es sehr schade dass das gescheitert ist mit Webtoon Deutschland ich habe da eigentlich ein entsprechendes Potenzial schon gesehen gerade gerade so an der Schnittstelle zu Manga gibt es ja wirklich sehr viele LeserInnen und woran das liegt muss man muss man jemand anderen fragen aber ja Deutschland ist noch nicht ganz angekommen in Deutschland ist der Comic noch nicht ganz angekommen und wenn man sich anschaut was da zum Beispiel in Frankreich geht das ist das ist was ganz anderes das ist ein ganz ganz anderes Level wir haben ja jetzt und das ist international gesehen auch der Fall in Deutschland auch die Situation dass vermehrt Webcomics auch dann noch gedruckt nochmal extra erscheinen ja also da gibt es gewisses Erfolgspotenzial wir haben jetzt Verlage die sind in Deutschland gegründet haben die ausschließlich das machen sich halt als international Webcomics raussuchen und die dann eben in einer entsprechenden deutschen Übersetzung hier auch in gedruckter Form zu übersetzen und überhaupt zu zu publishen ist das ein Weg den du siehst um also quasi eine sinnvolle auch finanzielle Zweitverwertung dann für solche Produkte möchte ich es mal teurerweise nennen zu haben ja ja also ich wünsche diesen Verlagen extrem viel Erfolg weil das wäre wirklich sehr sehr schön wenn das wenn das so funktionieren würde dass man sagt die Comics die sich im Web bewährt haben was ja schon gar kein so leichtes Umfeld ist die werden dann auch mal noch auf Deutsch oder eben in anderer Sprache werden die dann nochmal auf im Buch veröffentlicht das finde ich eine super super Idee weil man da einfach die die Menschen mitnimmt die einfach in Buchform ihre Comics lesen möchten also ich finde das ich finde das super ich finde die Übersetzung ist nicht ganz einfach also zum einen sprachlich aber auch einfach vom Format her weil viele Comics im Web funktionieren ja quasi ähnlich wie Memes also gerade unsere Webcomic Strips funktionieren wie ein Meme und das heißt es ist logisch dass es im Web ist und wenn du so einen Comic dann ins Buch ziehst dann wirkt es manchmal wie ein Fremdkörper und manchmal ist es auch die sieht dann so ein Comics Trip kann dann auch manchmal sehr verloren aussehen auf so einer großen Seite das heißt es bedarf einfach so einer gewissen Übersetzungsarbeit auch produktionstechnisch und ich glaube wenn man das gut macht sehe ich dann enormes Potenzial ja ja Format Layout das sind alles große Themen dann in dem Zusammenhang die man auf jeden Fall nochmal besprechen müsste vielleicht an anderer Stelle wenn unser Gespräch neigt sich hier auch leider schon dem Ende lieber Jonathan ich danke dir einfach vielmals fürs Gespräch und möchte alle draußen animieren auch mal an die Show Notes zu schauen dort findet ihr noch weitere Infos zu ihm und auch allen anderen Artists die wir hier im Gespräch haben vielen Dank für deine Zeit und bis zum nächsten Mal ciao ich sage wie es ist ich habe zur Vorbereitung für die Leipziger Buchmesse ungefähr ein Dutzend Comics gelesen die haben teilweise mehrere hundert Seiten und ich will ehrlich sein die Leute die jetzt hier mit mir da sitzen und dieses Interview führen wollen die haben den meines Erachtens besten von diesem Dutzend geschrieben ich freue mich mega dass sie da sind ich habe unfassbar viel gelacht und das obwohl ich vom ersten Eindruck überhaupt nicht gedacht habe dass ich da annähernd in die Zielgruppe reinpassen würde ich freue mich total hallo ich bin der Andi und wer seid ihr? hallo ich bin Huggy ich bin die Natalia hi ich bin ganz überrascht dass du tatsächlich uns meinst ich habe mich so umgeguckt ob hier noch andere Leute stehen ich habe wirklich eine Menge Sachen gelesen da war viel gutes Zeug dabei aber so mein Ersteindruck von dem Comic Teddy's Boys Love Nummer 1 war schon okay ist Boys Love das ist vielleicht nicht mein Metier aber liest sie natürlich aus professionellen Gründen trotzdem und ich bin sehr positiv überrascht worden ich habe es schon anderen Jungs vorgeschlagen vielleicht machen wir mal eine große Spezial-Review dazu mal gucken lieber Huggy wir kennen uns schon ein bisschen länger das heißt wir haben uns hier und da schon mal ein Bier getrunken und haben auch schon mal rumgepodcastet und du warst unter anderem auch schon mal beim Tele-Stand du selbst mal in der Redaktion hast Filme besprochen uns vereint eine gewisse Vergangenheit wen ich noch gar nicht so gut kenne ist deine Kollegin vielleicht magst du dich mal kurz vorstellen seit wann machst du Manga und warum eigentlich? das ist eine sehr schwierige Frage also seit wann mache ich Manga? eigentlich seit ich 13 bin zeichne ich schon Manga ich denke im Dojinshi-Markt eingestiegen so mit Selbstverlagssachen also erstmal habe ich mit 19 bei Cursed Side eine Anthology rausgebracht war übrigens auch schon Boys Love obwohl das eigentlich nicht meine Wohlfühlzone ist das ist ja das Witzige daran ich zeichne viel lieber Mädels dann habe ich irgendwann mal Mitte 20 im Dojinshi-Markt mit Selbstverlagssachen angefangen so erstmal Poster Postkarten dann halt die ersten Comics und so und so habe ich dann den Hoogie kennengelernt also ich bin zum Delphinium Prince stand habe halt Teddy Boys Love also seine Version gelesen habe mir einen Arsch abgelacht ja und habe dann gesagt bitte bitte kann ich das also machen halt so meine Version und ich konnte nicht anders und ich habe gesagt na gut aber es ist ja wirklich so ich habe das Gefühl Boys Love ist ein besonders schwieriges Mietier nennen wir es mal ich finde jemand Genre sagen soll keine Ahnung weil ich das Gefühl habe oftmals machen da Menschen zeichnen und schreiben Inhalte von denen sie selbst aber überhaupt gar nicht so reale Vorstellungen oder Erfahrungen letztlich haben keine Kenntnisse manchmal so ein bisschen wird da gewunschträumelt oftmals das ist mein Eindruck was ist aus eurer Sicht die Herausforderung da in Boys Love Geschichten zu erzählen einem wie ich denke sehr erfolgreichen einen beliebten Mietier gerade oder Gattung Genre oder whatever naja das ist halt ja die Frage ist das überhaupt ein Genre oder ist das eher so eine Art Aspekt ich habe halt immer das Gefühl die meisten Boys Love sind ja immer Boys Love und noch irgendwas anderes Eishockey irgendwas mit Basketball irgendwas mit Außerirdischen und so und dachte halt immer ja da kannst du ja eigentlich alles mögliche erzählen und naja Teddy Boys Love ist ja jetzt so ein bisschen so die Mischung aus dem allen dass ich gesagt habe na ich nehme mir das Boys Love ich nehme den Teddy als die Hauptfigur und der kann aber jede Geschichte erleben die die das so hergibt sozusagen muss ein Boys Love Manga explizit sein oder funktioniert der auch wenn man das vielleicht auf Verkaufszahlen unterbrechen will oder so auch wenn der nur so andeutend ist und emotional ich glaube eigentlich ist Boys Love eher andeutend also Teddy Boys Love aber schon sehr explizit ja das wird ja oft zwischen Boys Love und Jaoi nochmal getrennt also Jaoi ist halt wirklich sexuelle Handlungen und ursprünglich wurde das Wort auch nicht für für das schwulen Genre sozusagen benutzt aber inzwischen kennt man es halt Jaoi unter zwei Männer die Sexualverkehr haben sag ich mal darf man das sagen na klar okay gut ja aber so das Übergenre ist halt Boys Love genau und du hast es schon erwähnt was die Entstehungsgeschichte angeht das war ein bisschen ein längerer Weg es gab Teile die du schon selbst verlegt hattest und auch dann Dinge die dann irgendwann bei Ultraverse gelandet sind vielleicht können wir wirklich mal so den groben Ablauf mal nochmal kapitulieren wann ging es los mit Teddy's Boys Love wir schreiben das Jahr 2018 glaube ich da habe ich das erste was jetzt das erste Kapitel ist sozusagen als Delphinium Prince Heft rausgebracht ja selber gezeichnet und das war auch schon die Messe glaube ich das war ja hier in Leipzig wo du dann das auch gelesen hast direkt da haben wir so zehn Bücher vielleicht von verkauft zehn verkauft und eins hat aber Natalia davon auch gekauft ja und da hast du gedacht das kann ich besser das machen wir nochmal neu alles nochmal neu zeichnen nee also ich habe es mir angeguckt und das war halt ähnlich wie beim Bücher lesen ich hatte dann gleich so einen Film im Kopf und dachte mir so okay Huggy hat sehr schnell erzählt und eher reduziert in manchen Sachen denke ich mir so also so Schlag auf Schlag und so wo ich mir dachte so ey also wenn ich das machen würde ich würde da voll krass Bischi Mode gehen und diese Szene die muss man ausschlachten Huggy also viel zu schnell erzählt und dann dachte ich mir so ja also ich hätte schon Bock und ja genau und dann hast du ihn einfach angesprochen und ihr habt dann seinen Kreativprozess gegangen oder hast du immer deine konkreten Vorschläge auch zur Veränderung gemacht wie ging es dann weiter eigentlich nicht also der Huggy meinte mach mal und ich so okay halte dich an Skript dass das so ungefähr so der Inhalt der Geschichte ja ist ja und im Prinzip ja wie ein Storyboard fungierte das dann und dann hast du da gezaubert sag ich mal und du sagst schon Skript das heißt du bist hier in dem Fall ja als Autor ausschließlich tätig beziehungsweise es gibt so unter Lund so kleine Einschübe von Dingen die von dir kommen ist das richtig ja also im Prinzip ich mach halt das Storyboard ich zeichne das wie ein Comic den ich auch so zeichnen würde normalerweise und ja Natalia setzt es dann um in Band 1 sind ja auch ein paar Yonkomas von dir drin genau stimmt in Band 1 ja ein paar Yonkomas das sind das diese Interluden ich kenn mich mit Fachbegriffen nicht so aus ist das was zwischendurch immer mal Comicstrip also 4 Panel ja und dann ist das ein Gag cool ja und dann war der Moment da wo ihr euch dachtet okay das könnt mir jetzt im Verlag pitchen und dann seid ihr irgendwann bei Altraverse gelandet nicht gar nicht sind die auf euch zugekommen also ich hab immer gedacht das ist zu krass für den Verlag das ist auch das können die ja gar nicht das ist das ist zu zu cool für den Verlage zu erwachsen ist ja glaube ich sogar vorher ab 18 plus wahrscheinlich ne ja ab 18 ist es genau und ich glaub Jo Kaps der hat das dann als Herausforderung gesehen und hat gedacht aber wieso Altraverse ist doch cool ja ich weiß dann gar nicht mehr so genau wie wie das zustande kam also wir kannten uns ja eh alle schon unter gegenseitig ich weiß nicht ob du schon mal bei Altraverse was äh nicht rausgebracht hast aber dich mal beworben hattest oder so ich bin mir nicht einmal sicher ob das damals schon Altraverse war oder noch Tokio Pop ich hab keine Ahnung aber ich hab auch schon lang nicht mehr Bewerbungen versucht zu machen weil ihr werdet anschließend angesprochen das läuft andersrum verstehe schon klar wir kennen ja den Jo Kaps der Jo hat mir halt erzählt dass so unter den Mitarbeitern alle Teddy Boys laufen schon so so unterm Tisch halt entlang und sich halt den Arsch abgelacht haben ja bis halt der Jo halt irgendwann mal auf uns zugekommen ist oder war das dass du mit einem der Mitarbeiter mal gesoffen hast war das also die Geschichten gehen da auseinander ja okay also ich weiß dass ich mich mal mit irgendwas mal wieder beworben hatte bei Altraverse und da schon auch die Frage kam ja aber was ist denn mit eurem Teddy Boys Love wollen wir das nicht machen und da hatte ich schon direkt gedacht ja warum eigentlich nicht und dann ist irgendwie lange nichts passiert aus verschiedenen Gründen da war so eine Art Krippe Welle kurzzeitig auch nochmal zwischendurch wo irgendwie nicht so viel los war weiß ich nicht kann ich mich schwierig nur noch dran erinnern und dann war vor zwei Jahren eher lang Comic Salon und da hab ich mich mit einem der Redakteure da gab es auch ein Getränk und da haben wir dann nochmal drüber gesprochen und das war dann wieder so diese Initialzündung dass es dann so richtig losging es ist doch ganz sicher eine besondere Herausforderung auch Humor mit einzubringen in so einem Manga du musst so eine Geschichte ja gerade wenn sie letztlich lustig sein soll und das ist sie halt ich fand es wirklich gut da kann ich mir unerfassbar viele Herausforderungen vorstellen ich habe jetzt beispielsweise auch einfach so Absurditäten entdeckt ich möchte mal ein konkretes Beispiel rausfischen in der letzten Ausgabe jemand wird gefragt wie er eigentlich zu so viel Geld gekommen ist und er sagt er macht glaube ich aus Katzenbabys Seife ist die Antwort das ist schon sehr absurd und skurril aber halt auch unfassbar lustig in dem Moment ein bisschen vielleicht auch ein derber Humor wie gehst du ran wenn du lustig sein willst im Manga bin immer einfach immer lustig testest du Sachen vorher aus fragst du irgendwie einen Austausch mit Natalia irgendwie was so die Humorsachen angeht wie macht ihr das Ja meistens gebe ich dir ja ein fertiges das Storyboard das Skript fertig und da guckst du ja dann nochmal drüber können wir das machen ist das überhaupt darf man das den Menschen geben oder müssen wir dann nochmal was rausstreichen Ja also bei ein paar Sachen wo ich meine okay das ist vielleicht doch zu derb das sage ich dem Hugi dann schon mal und dann überlegt sich der Hugi und manche Sachen lachst du mal einfach drin Es werden verschiedene Grenzen überschritten ich möchte nicht zu weit drauf eingehen aber ist das eine eigentlich eine pädophile Geschichte in dir Nein Also ich meine Steht doch da sogar das Grundgesetz wird ja da erwähnt Nicht bei die Kinderwahl gehen Also ich sage immer ganz gern Teddy Boys Love ist politisch korrekt von hinten Nein durchs Hintertürchen Und wenn du dann das Skript bekommst dann legst du wie los wie geht dann das Kreative weiter Also nachdem ich das Storyboard von Hugi gekriegt habe das ist dann meistens so 30 40 Seiten lang dann mache ich nochmal mein Storyboard und das wird dann locker 60 Seiten lang Also ich mache halt Szenen länger mache Panels richtig groß Der Text bleibt eins zu eins derselbe Die Handlung im Prinzip auch nur wie bestimmte Sachen dargestellt werden also so der Winkel oder ob sie sich jetzt zwischendurch ein bisschen mehr Zeit lassen oder ich ein paar Panels so dazwischen einbaue dass man auch sieht wohin er entlang geht und so das ist dann so mein Dann gezeigt wie der Penis eingeführt wird aber dann auch wie er noch wieder rausgezogen wird dafür bin ich dann zuständig Könnt ihr eigentlich das dann oben auslegen ihr habt hier auch Signierstunden bei Ultraverse kann man das einfach so abverkaufen wird immer ein Personalausweis kontrolliert wie läuft das eigentlich ab eingeschweißt die Leseprobe gibt es so weil die ist zensiert da haben sie die 12 Seiten wo man kein Zähnest zu sehen da als Leseprobe ausliegen es sind ja auch wirklich schöne Menschen das muss man sagen also auch die Aktien sind wirklich auch toll geraten ich fand da viel ästhetisches dran finden und dabei ist das nichts womit ich mich im Regelfall sonst so beschäftige aber ich fand es wirklich ganz ansehnlich und frag mich jetzt auch so ein bisschen kann es da weitergehen wird es da weitergehen es muss ja weitergehen denn wir haben tatsächlich einen roten Faden seid ihr schon in der Konzeptionsphase ich bin ja im Kopf schon bei Band 3 und Band 2 ist jetzt in Arbeit eigentlich also das ganze Skript für Band 2 steht Kapitel 1 habe ich auch schon sag ich mal so zu 70% fertig die nächsten zwei Kapitel stehen auch schon werden auch demnächst angegangen und Band 3 steht jetzt an eigentlich auf den allerletzten Seiten werden ja auch potenzielle Fortführungen schon angeteast in welche Richtung es gehen könnte welche Charaktere und Figuren wir unter Umständen auch wiedersehen könnten ich freue mich total drauf und habe auch vorhin von der Rakami gehört dass die da oben so ein richtig geiles Häuschen zum Signieren bekommen hat richtig toll ausgestattet mit allem was man sich für ihr aktuellen Manga der Fluch des purpuren Rauchs wünschen kann und sowas habt ihr auch bekommen wie sieht es denn bei euch aus da habe ich gar keine Fotos und Bilder gesehen wurde die auch überrascht Jo Kaps der ist auf den Kirmes gefahren hat dann so diese Greifarmautomaten alle leer gemacht und dann so riesige Stoff-Teddies da rausgezogen und die liegen bei uns da alle in der in der Bude voll gut vibriert da auch irgendwas von das habe ich noch nicht ausgedrückt wir müssen da wahrscheinlich Handys unten drunter legen du bist ja auch sehr verbandelt lieber Huggy mit dem mit der Finumprinz war das eigentlich ein Problem dass ihr quasi dann gleichzeitig in zwei Verlagen unterwegs seid das ist total also es gab direkt böses Blut natürlich ich rede da mit keinem mehr von denen okay ich sitze da zwar immer noch am Stand auch natürlich und signiere und hänge auch abends mit denen ab und dann gehen wir was trinken und so aber ich rede dann nicht mit denen nein das war das ist war ja klar also generell bei der Finumprinz ist es eigentlich so wenn sich dann so eine Möglichkeit anbietet dass man da noch einen Schritt größer gehen kann mit so einem Projekt dann machen wir das einfach ja und weil wir es vorhin noch bei Josefine Mark hatten die natürlich mit ihren Projekten die sie gerade bei Kiebitz Verlag umsetzt natürlich ganz andere einfach Hebel ansetzen kann international gesehen was Veröffentlichung angeht war das tatsächlich so dass ihr mit dem Schritt zu Ultraverse einfach andere Möglichkeiten habt die euch jetzt bei einem kleineren Verlag vielleicht nicht passiert werden seht ihr das meinetwegen mehr PR meinetwegen mehr Messeauftritte und so weiter mehr Abverkäufe mehr Buchhandel und so weiter ist es so dass der Ultraverse einfach sehr viel mehr machen kann als es jetzt zum Beispiel der Finumprinz könnte also ich möchte könnte mal als Vergleich dieses das den Stand den wir jetzt haben nur um zu signieren den wir da gekriegt haben von Ultraverse der ist größer als der der Finumprinz Stand hier auf der Messe dieses Jahr ja voll gut Kleinverlag das ist halt nochmal eine ganz ist halt ja wichtig natürlich ich glaube auch also klar um Nachwuchs zu fördern ist das halt super wichtig dass wir uns da immer all die Jahre immer viel Mühe geben man kann da natürlich auch so Projekte machen die man beim Großverlag wahrscheinlich nicht machen könnte aber jetzt sieht man auch es geht aber auch dass man mit etwas Kleinem anfängt und dann wird das dann noch ein größeres Projekt von man muss ja irgendwo anfangen und irgendwo lernen und dann auch seine Grenzen austesten auch mit Content was geht was finden die Leute gut es ist halt einfach im Selbstverlag so eine kleine Auflage zu machen und dann mal gucken wie die Leute also wie die Leute reagieren anstatt da irgendwie damit naja ja die Leipziger Buchmesse ist eine Messe die ist für viele eine ganz besondere gerade insbesondere hier in der Comicbranche in der Comicszene in der Manga und Comicszene da haben wir auch schließlich die Manga Comic Con hier was bedeutet für euch die Leipziger Buchmesse ist sie für euch eine besondere sticht sie in irgendeiner Form heraus im Vergleich zu anderen Veranstaltungen was bedeutet sie euch also mir ganz ganz viel und warum das war meine allererste Messe ich habe damals Manga Talente 2006 den zweiten Platz gemacht in der Kategorie unter 16 ja und da bin ich noch mit meiner halberten Familie und meiner Mutti hier angereist weil mit 16 hatte ich noch Angst irgendwie mit den Öffis und so von Bayern bis hierher gegurkt und so übelst aufgeregt damals war Kaori Yuki auf der Bühne und hat mir irgendwie so meinen Preis überreicht und ich dachte oh Gott ne also total also Leipziger Buchmesse ist krass für mich auf jeden Fall ja wie ist es bei dir aus ich habe auch mal Manga Talente den vierten Platz gemacht ich glaube einmal den dritten Platz in der Kinder Kinderkategorie sag ich jetzt mal und dann in der ab 16 war das glaube ich einmal den vierten Platz gemacht das weiß ich noch das war meine erste Buchmesse auch wo ich dann hier das mal erleben durfte und das ist halt irgendwie ja ich finde das ist immer noch die beste Convention also Convention sag ich immer es ist ja jetzt eine Convention innerhalb der Buchmesse für mich ist das immer einfach nur die Leipziger Buchmesse ehrlich gesagt und bin dann immer überrascht dass es stimmt es gibt ja die MCC auch ja okay das ist halt groß das ist halt auch einfach ich habe immer das Gefühl zu allen anderen Conventions geht man und trifft verschiedene Leute und hier trifft man immer alle ach ja ja bisschen wie Erlang genau ist das Publikum ein anderes wenn wir jetzt zum Beispiel einen Vergleich ziehen wollen zur Dokomi oder Konichi Animagic wie sie alle heißen ist das hier ein anderes Publikum ich finde du hast hier halt also kleine Kinder und dann hast du aber auch so die alten Herren die schon seit 100 Jahren irgendwie so mit Comics zu tun haben dann hast du aber auch ganz viel die Mütter die mit den Kindern da sind und dann halt so die also so das Standardpublikum Cosplayer und Fans und so und das mischt sich alles irgendwie hier so ganz schön da muss man auch viel öfter mal erklären was das eigentlich soll was man hier so machen das auf anderen Messen so ein bisschen weniger aber ich finde das ist halt einfach irgendwie ja einerseits ist es größer und krasser und und so aber auch gleichzeitig irgendwie heimeliger irgendwie als wie jetzt also nichts gegen die Dokomi aber das ist immer so ein Fischmarkt Feeling irgendwie angenommen so in diesen großen Hallen ja und hier hast du das so wird auch große Hallen aber trotzdem ist es wie zu Hause Leipziger Buchmesse ist wie zu Hause das ist doch ein schöner Abschluss für unser Gespräch liebe Natalia lieber Huggy vielen vielen Dank fürs Gespräch Huggy haben wir gleich nochmal am Start da kommt der Dave noch dazu und dann gucken wir mal in welche Richtung das jetzt eskaliert ich freue mich tierisch wünsche euch noch mega viel Erfolg bei dem lustigsten Comic den ich in den letzten Wochen gelesen habe vielen vielen Dank dafür Dave und ich machen dann gleich zeigen dir dann nochmal Boys Love ich freue mich drauf vielen Dank bis zum nächsten Mal tschüss tschüss so müsste das eigentlich so kann das klingen das ist ein echter Podcast ja ja Mensch ein großes Revival haben wir hier ein Revival von einer Konstellation das wir schon mal hatten in Erlangen im grünen hinter einem Zelt auf Stühlen und ich glaube exakt dieses Aufnahmegerät stand auf irgendeiner stand irgendwo drauf hier klebt noch mein Kaugummi so in der Art ja das ist bei so altem Plastikrahmen der fängt irgendwann an komisch auszusehen ich freue mich mega dass sie da sind denn sie sind redest du eigentlich gerade von mir? von dem alten Plastikrahmen? der hat mich komisch auszusehen? ne ich bin schon immer hier gewesen habe ich das Gefühl es fühlt sich fühlt sich wirklich an wie alt werden was bedeutet die Leipziger Buchmesse für den Alt sein? hi Dave hi Hugi guten Tag hey hallo na wir führen quasi so ein bisschen das Gespräch weiter das wir gerade schon geführt haben sowohl auch im der Aufzeichnung eben als auch eben im Vorgespräch und dann bin ich jetzt Natalia in der Situation quasi ich weiß jetzt nicht ob das jetzt besser oder schlechter ist als vorher die Entscheidung ich bin oft Natalia in irgendwelchen Rollenspielen mit meiner Frau also ich kann mich gut reinfinden das ist ja super wir sind hier immer noch auf der Leipziger Buchmesse wo ihr als Artist hier unterwegs seid und natürlich auch im Namen von Delfinium Prinz Incorporated ich vergesse mal das Ink am Ende das geht nicht intoxicated intoxicated ich vergesse das immer tatsächlich ja wir wollten halt einfach noch irgendwie wir hatten noch Buchstaben frei da kommen noch drei Buchstaben ran das war halt Int Punkt und dann haben wir gedacht ja was könnte das denn dann sein intoxicated und unser Verlagschef der Roll der legt da Wert auf Vorständigkeit der schreibt das immer mit dazu ich vergesse das immer es ist Delfinium Prinz oder es ist Delfinium Prinz wir lassen jetzt das intoxicated weg na gut ich habe die Frage noch nie so konkret gestellt aber was zeichnet eigentlich das Portfolio von Delfinium Prinz intoxicated aus was kann das Publikum da eigentlich für vor allem Manga denke ich erwarten na Bücher von uns ja stimmt gut auf den Punkt gebracht also eigentlich tatsächlich mittlerweile schon ja weil es halt auch nicht nur Delfinium Prinz ist sondern wir verkaufen ja auch praktisch in der Händler Funktion ganz viel von den Sachen die wir auch für andere Verlage machen aber ich glaube die Idee ist wir haben das Ding ja gegründet 2008 sozusagen als Rest der Rampe für brachliegende Konzepte die halt eben nicht bei den großen Verlagen gelandet sind das kann man übrigens auch alles im ersten Band von 78 Tag auf der Straße das hat nochmal nachlesen wo jetzt die Neuauflage endlich rausgekommen ist was vor 16 Jahren hier auf der Buchmesse auch Premiere hat und da ging das ja auch alles mit Delfinium Prinz da hatten wir wirklich nur diese 78 Tage Hefte Kopfstopp Style und die waren halt so versiv und trashig und auch so ein bisschen schlecht aber das das war also glaube ich das was wir direkt als Label hatten und dann war unser Anspruch auch entsprechende weitere Künstler die in dem Bereich deliveren können mit reinzuholen und mein früher Gedanke war dass wir sowas wie das Weißblech der Manga Szene machen ja also es hat sich davon ein bisschen wegbewegt und wir haben natürlich auch nicht die Levin Curio Reichweite das sind wir einfach zu blöd was Vertrieb anbelangt aber so eine gewisse anarchistische Grundstruktur im Verlag bisschen edgy genau aber das komische ist man kann das nicht halten und ich glaube auch ein Levin Curio ist eigentlich der spießigste Buchhalter hinter den Kulissen weil ich glaube du kannst nicht anarchistisch und edgy und underground immer bleiben wenn du halt da bleiben willst wie gesagt wir sind seit 16 Jahren jetzt da und das ist doch hinter den Kulissen sehr normal und das ist halt eine Normalität die ich dann halt zum Beispiel auch zu anderen Verlagen mitnehme wenn ich für die arbeite und ja wir bemühen uns so dieses freche Juviole Leute merken das langsam dass wir nicht so verrückten Massenmörder sind sondern wir hatten auch schon mal einen Anzug an auf einer Messe und ich glaube wir hatten viel kaputt gemacht ganze Image zur Stimme ja das heißt also ihr müsst euch so ein bisschen dem Markt anpassen oder ist der Output immer noch edgy und immer noch ein bisschen drüber ich glaube das eine bedingt das andere ich glaube gewisse professionelle Strukturen die kommen automatisch rein und wenn ich mir die ersten 78 Tagessachen jetzt nochmal angucke ich habe jetzt im Rahmen der Neuveröffentlichung irgendwie Auflage 20 oder so von den ersten Heften jetzt wieder ein Buch vor das ist halt ein anarchistischer Drive der da drin steckt den habe ich nicht mehr das habe ich mit Anfang 20 gemacht das ist eine Fortsetzung von einer Sache die ich in meiner Schulzeit gezeichnet habe die ich halt wirklich so so richtig Geria mäßig auf umgekehrten Arbeitsblättern von Matheunterricht dann hinten so draufgekritzelt und an das schwarze Brett meiner Schule gepinnt habe wo dann immer die Originale hing und das diente halt eigentlich nur den Zweck zu schockieren ja und da war ich halt in meinen frühen 20ern nach als wir den Verlag gegründet haben und da wollen auch viele uns noch sehen und viele Leute kommen dann halt gerade auch zu mir und sagen ja früher war immer geil und denke ich ja das stimmt aber ich kann nicht immer wie früher sein niemand kann diese Energie so halten und ich hoffe halt dass die Leute mit uns in Würde altern und das auch akzeptieren dass es halt alles ein bisschen runder und professioneller ist weil ich glaube es ist auch auf eine Art unterm Strich trotzdem besser in deinem privaten Umfeld hat sich auch viel getan alle werden erwachsener auch bei dir ist glaube ich du hast andere Perspektiven aufs Leben als du sie vielleicht noch damals hattest vermute ich mal hat das dafür gesorgt dass du auch ein bisschen ich sag mal professioneller an deine Arbeit gehst und an die Geschichten die du erzählst ja also auf alle Fälle ist das für mich wichtig eine Grundsicherung durch die Comiczeichnung 2008 da hätte ich hier schon nackig auf dem Tisch gestanden und hier hingecotet aber ja es ist wirklich so also du hast ja auch eine gewisse Verantwortung und trotzdem ich versuche ja immer so gut es geht diesen Delphinien Prince Gedanken mit reinzubringen und egal wie groß der Verlag ist egal wie anspruchsvoll das Projekt ist ob das ja irgendwas für Kinder ist ich versuche immer da was mit reinzubringen dann würde mich zum Beispiel auch mal beim Hugi interessieren Hugi ist ja noch nie so richtig weggegangen von von dem was er halt schon immer gemacht hat ich kann mich gerade nicht erinnern dass du mal auch nur den Versuch gewagt hattest ich sag mal dich mehr anzunähern an eine gesellschaftliche Norm so Influencer-Comics sollen gut funktionieren ja nicht ich finde ich mach das schon ich glaube ich mach schon das was die Leute gerne wollen die wissen das nur noch nicht das ist halt immer die Frage ja das ist immer die Frage die gilt es ja nach wie zu klären mein großer Glaubensgrundsatz dass das schon sehr gut ist ich glaube deswegen sag ich auch mal du bist der deutsche Heinz Strunk ich glaube wenn der in der falschen Zeit da gekommen wäre als da gerade so ein Günde krass mit seiner Blechtrumme unterwegs war oder noch schon so ein Thomas Mann und der wäre dann gekommen ich hab das über die Schinkenstraße gemacht auf Malle und dann habe ich gesagt ach ja komm aber mittlerweile ist der halt einfach im Filtor angekommen und ich glaube halt wenn die uns mal einen kleinen Finger reichen die merken hey guck mal könntest du dir das vorstellen tatsächlich so ein bisschen einen biedereren Comic was heißt ich eine Biografie oder sowas zu machen oder einfach irgendwie ein bisschen was ich will nicht sagen also was anderes von wem der cool ist halt Batman zum Beispiel ihr seid wirklich extrem breit aufgestellt was die Sachen angeht die ihr macht ihr habt ja natürlich diese ich hab das ständig als edgy bezeichnet Richtungen oder eben auch jetzt auch sexuelle Inhalte aber es gibt ja von dir zum Beispiel Dave gibt es ja auch diesen ich hab den gelesen ich fällte der Name gerade nicht ein den du zusammen mit einem YouTuber gemacht hattest diesen da gibt es mehrere ja ne aktuelle vielleicht der Rise of the Reborn Rise of the Reborn genau sind das so Sachen die wären 2008 auch noch nicht vorstellbar gewesen und ist das so eine Likulität jetzt eingestellt hat gab da noch keine YouTuber ja also der Markt der hat sich da natürlich extrem schnell jetzt in so eine Richtung entwickelt also ich glaube der 2008er Dave der hat sich da nicht so viel in seine Ideologie reinkrätschen lassen und ich will jetzt gar nicht irgendwie schlecht reden was ich zusammen mit YouTuber und Influencer mache aber natürlich sind das Zugeständnisse also ein bisschen eine Ausnahme ist jetzt der zweite Band von dem German Let's Play Comic German Let's Play und der Traum des Dämons den ich halt komplett geschrieben habe aber natürlich du schreibst den mit dem Bewusstsein das ist für die Fanbase von einem German Let's Play und das ist halt jetzt nicht deckungsgleich mit meiner Fanbase wenn es nach mir gehen würde würde ich natürlich nur meine subversiven frechen Comics ich würde auch einen klassischen Mainstream schon machen so wie ich das ja auch schon teilweise angeboten habe aber du hast halt immer eine Grenze bis dahin geht's aber ich glaube halt auch dass das möglich wäre gerade wenn man so eine Plattform hat wie so ein Influencer Comic dass man da viel mehr über die Stränge schlagen könnte und ich glaube gerade der Rise of the Reborn der kam raus da ging erst mal weg wie warme Semmeln und dann ging das relativ schnell erst mal also so eine Stagnation über und ich glaube weil die Leute vielleicht auch ein bisschen mehr herausgefordert werden wollten und ich glaube der war ein bisschen zu sehr ja ich sag jetzt mal so in den Mainstream reingedacht ich glaube man hätte gerade mit dieser geschenkten Basis diese vielen Fans die der Kuro nur mitgebracht hat den hätte man einfach was reindrücken müssen und ich glaube das ist halt so eine Chance die man jetzt gerade mit dieser Synergie hat aus YouTubern, Influencern und uns Comicschaffenden wo es ja viele solche Projekte gibt ich glaube das ist genau die Basis wo man jetzt wirklich mal ein Massenmedium hat weil ich kenne ja die Verkaufszahlen die sind teilweise sehr gut also gerade die Paludensachen wo ja einige aus der Szene jetzt auch unterkommen als Illustratorinnen als Autorinnen Heiko Hörnig zum Beispiel Irina Zinner die erreichen da ein Publikum das ist überhaupt nicht möglich normalerweise in der deutschen Comicszene und ich glaube dieses Publikum das müsste man jetzt formen den müsste man halt mal zeigen was mit dem Medium noch möglich wäre und nicht das zeigen was ein Verlag denkt was man dem Publikum geben müsste weil es der Zielgruppe entspricht aber kriegt ihr so Feedback auch von Lesenden beispielsweise bei Delfinium Prinz die sagen okay ich kenne euch von dem und dem ich nenne es mal Mainstream Projekt und ich möchte jetzt lieber auch mal andere Sachen von euch lesen wollen ich bin quasi darüber reingerutscht gibt es diese Effekte habt ihr da schon entsprechendes Feedback bekommen gar nicht komischerweise gar nicht ich habe jetzt über die letzten zwei Jahrzehnte habe ich immer wieder solche Projekte mit reingenommen ich spreche jetzt noch mal ganz kurz für mich weil ich glaube Bugi hat da noch nicht so viel in dem Bereich gemacht aber du kannst natürlich dann über andere Medien nochmal was erzählen weil du ja auch dadurch versuchst Leute da mit rein zu locken und ich versuche halt Leute in meinem Pfefferkuchenhaus der Gewalt zu locken indem ich zum Beispiel halt mal sage hey ich mache mal was mit Dokaro dann kommen halt viele die halt Dokaro aus dem Fernsehen kennen gucken sich halt mal diesen Comicband an und dann hm was hat der Zeichen auch gemacht funktioniert ich habe ja für die SPD Comics gemacht für für deutsche Fußball Nationalmannschaft also viel größeres Publikum hätte ich eigentlich nicht bekommen können ich würde mal sagen so Rücklaufquote dass die Leute zur Delphinium Prince kommen gegen 0% das passiert nicht weil die nicht wissen von wem das kommt oder warum ne es passiert einfach also wir haben halt das Delphinium Prince Publikum was wir uns selber rangezüchtet haben dann gibt es halt diese diese Massen Publikation oder irgendwelche Zeitungscomics die ich schon gemacht habe und so weiter das Schlaufuchs zum Beispiel das passiert aber alles in parallelen Welten die treffen sich nicht es wäre schön wenn die sich treffen würden ich hatte das vielleicht so im Laufe der letzten 10, 20 Jahre so ein Dutzend Mal dass dann mal jemand kam und gesagt hat ja ich habe ja dein SPD-Comic gelesen im SPD-Parteimagazin und ich wollte mal gucken wer das ist das ist das ist so selten und das Ding hat eine Auflage von 600.000 die kommen nicht zu dir und fragen hey was machst du sonst noch so das passiert nicht aber das ist das womit dich große Verlage oft ködern ja von welchen anderen Projekten hat der Dave gerade erzählt gehabt war ein YouTube Channel nehme ich mal an deine Musik meine Musik YouTube also ich versuche tatsächlich eher noch so ein bisschen das Künstler-Ding ja rauszuarbeiten dass die Leute halt meine Comics lesen aber mich als als Person auch gut finden eine Influencer nennt man das glaube ich auch aber ich will den Leuten dann halt keine Cola verkaufen und keine Energydrinks sondern meine Comics und funktioniert das schaffst du das da so dir eine Community aufzubauen als jemand der auch versucht hin und wieder mal einen Follower zu gewinnen ist das echt eine Herausforderung wie sind deine Erfahrungen es ist ein ich glaube die meisten Leute stellen sich das so vor ja man macht das irgendwie und dann explodiert das so und das ist groß ich mache das halt seit vielen Jahren und das ist so ganz es geht ganz langsam wird das immer ein bisschen mehr immer ein bisschen mehr zehn Jahre Comics gezeichnet und jetzt mal Ultraverse Comic gemacht so mühsam ernährt sich das eigene ist meine Strategie wie verkopft ist das was du da auf YouTube machst sind das eher spontane Dinge sind die lange vorher durchgeplant wie sieht das aus ich wünschte mal das wäre noch ein bisschen besser geplant also ich bin da immer sehr ich mache wo ich jetzt gerade so Lust zu habe also es muss immer von mir irgendwie kommen das ist natürlich schwierig für die Zuschauer auch glaube ich das weiß ich auch dass ich denke gerade auf YouTube musst du ja eigentlich wenn du was gefunden hast was so Anklang findet musst du eigentlich immer das gleiche machen das muss dann immer wieder das passieren wir schimpfen ja immer weil du hattest ja zwischendurch virale Hits das einfach drei Jahre lang bedient hättest dann hättest du glaube ich so eine Größenordnerei dann hättest du alles reinschmeißen können aber ja ich ich kenne ja deine Seele Huggy und ich liebe ja auch deine Seele und ich ich leide da immer mit weil ich empfinde mich das als dein Papa der da so schützend seine Affenarme drüber hält und ich denke dann immer ach Huggy bleib doch mal bei dem scheiß Bademandelmann das geht doch das lieben die Leute dann mach doch noch drei vier Bademandelmännerlieder oder von mir aus ein paar Remixe aber mach doch jetzt nicht schon wieder ein völlig neues Konzept aber ich weiß du hast halt so viele Ideen und das ist glaube ich so traurig das ist ich glaube das ist das wichtigste wenn man so eine Art Influencer Basis aufbauen will man muss sich auf was einkegeln und wenn das auf Instagram One Piece Fanorts sind aber du du musst runterschlucken dass du so viel zu sagen hast und gucken was ist der kleinste gemeinsame Nenner der die meisten Leute erreicht und ich glaube wir haben da so viele Sachen verpasst einfach weil wir halt zu arrogant sagen das müsst ihr aber auch noch mitnehmen jetzt hab ich auch noch ein Buch geschrieben ich hab ein Samuel Cotton Spiel noch gemacht das zeig ich euch auch noch du verlierst die alle ein kleiner gemeinsamer Nenner den es auf jeden Fall gibt hat jetzt vor kurzem leider einen traurigen Moment gehabt die Rede ist vom Schöpfer von Dragon Ball die Szene kann man sagen und Millionen Fans weltweit waren geschockt erzählt mal was bedeutet für euch der mit dem Namen tue ich mich schwer was bedeutet für euch der Tod des Schöpfers von Dragon Ball wie habt ihr davon erfahren und ja was hat das mit euch gemacht Akira Toriyama das ist finde ich das wichtigste Bindeglied von allem in meinem Leben ja schon irgendwie also ich fand das wirklich so ja gerade jetzt dann wo nach dem Tod ist mir das immer mehr aufgefallen wie der das alles beeinflusst hat dann auch immer nur nicht so was ich mache sondern was wir machen aber die ganze Szene halt einfach irgendwie ne also ja Dragon Ball ne ja also ich komme dann immer mit meiner Anekdote 1997 etwa mein Papa kommt aus dem Ungarnurlaub hab ja da noch viel Verwandtschaft und die waren da gerade auf dem Dragon Ball Hype weil der Anime ging gerade zu Ende und mein Cousin fünf Jahre jünger als ich etwa Gabor schöne Grüße falls ihr das hört ähm der war halt mega am Dragon Ball Fieber und haut da meinem Papa die Ohren zu Dragon Ball hier Dragon Ball da Son Goku bla 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 mein Papa kommt aus dem Urlaub zurück und erzählt mir von diesem Drachenball kennst du dieses Drachenball ich so ich dachte das ist der mein Drachenjunge Taro so ein Anime aus den 60er Jahren oder so das ist das mit so einem Junge wo man ständig einen Pimmel sieht ja 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 das war mit dabei also das ist halt nur weil es zufällig so ziemlich jeden zweiten Anime der Zeit betrifft und dann ich wusste nicht was er meint ich dachte ich kenne mich doch ein bisschen aus war ja noch lange vor dem Manga-Boom in Deutschland man wusste ja noch nicht mal dass es Manga-Anime ist dass es so heißt und dann kam mein Papa mit so ein paar Sammelkarten von Dragon Ball und ich hab mir anhand von diesen Sammelkarten so ein bisschen zusammengereimt was das ist und erst viele Jahre später kam dann die Manga und ich war so ziemlich der einzige Mensch der schon was wusste darüber aber so ziemlich das erste was ich gesehen habe war so Super Saiyajin ich hab die ganze Zeit gewartet wann kommt denn die mit den Blondon an und ich war da direkt aber auch voll drin und ich wusste auch das ist nicht so gut also gerade das alte Dragon Ball der Anime lief dann auf RT2 und da lief viel besseres Zeug damals aber ich hab da einfach mit diesem Vertrauensvorschuss weil halt meine ungarischen Cousins schon gesagt haben ey das brennt so krass alles weg hab ich gedacht okay ich zieh das durch dann hab ich mich so reingearbeitet und das hat für mich aber sonst in meinem Leben keine große Rolle gespielt ich hatte auch niemanden mit dem ich das teilen konnte du konntest ja schlecht da zu den zu den Leuten in deiner Klasse gehen wir waren ja schon Teenager guck doch mal das an mit dem kleinen Junge wo man ihn mal einen Pullermann sieht der dann immer so im Tiger auf die Mütze haut naja wir hören jetzt Nirvana an wir sind schon groß ja okay und dann ging das ein paar Jahre später los und dann war ich so meinungsführer da war ich auf einmal der coolste Typ an der Schule weil ich schon alles von Dragon Ball kannte das ging so ein bisschen peinlicher und ich wusste ja noch gar nicht dass ich in die Richtung gehe ich wusste auch nicht dass ich in die Richtung mal zeichne und so weiter und dann hat es nur ein paar Jahre gedauert dann hab ich ja wirklich im Prinzip mit dem Redakteur von Dragon Ball auch zu tun gehabt und hab den kennenlernen dürfen und das war für mich so der Redakteur oder Toriyama leider nur und einfach der Redakteur aber also für mich war der Redakteur immer wie so eine geheime Hauptfigur in diesem ganzen Kosmos weil der auch in Toriyamas Werk immer eine Rolle spielt der ist zum Beispiel die Vorlage für Oberteufel Piccolo aus Dragon Ball dem ersten richtig großen Bösewicht der hat eine Hauptrolle als sein alter Ego Dr. Machirito in Dr. Slum was mein absoluter Lieblingsmanga aller Zeiten ist und da schließt sich dann nämlich wieder der Kreis hier zwischen uns weil Dr. Slump diese Liebe zu Dr. Slump und diese Genialität die da drin steckt das hat uns ja irgendwie auch zusammengebracht weil du erkennst Leute die Dr. Slump mögen irgendwie ich weiß noch dass damals auf Animax ich dann immer geguckt hab gibt's Leute die das kennen weil das war noch so das lief noch unter Ferner liefen irgendwie tut's ja irgendwie immer das verblasst halt bei Dragon Ball irgendwie immer aber ich mochte das halt noch viel mehr ich hab gedacht die Leute verstehen das nicht dass das ja noch viel geiler ist aber Dave der hat das verstanden ja und das ist wirklich auch traurig dass Dr. Slump was glaube ich so der Manga sein könnte der alle Comic lesenden vereint das ist jetzt nicht irgendwie übertrieben oder aus so einer Manga Affinität ich bin ja gar nicht so ein großer Manga Fan ich bin ein Comic Fan und ich glaube der hätte alle Leute erreichen können aber wo ist die Neuauflage ich hau nebenbei auf den Tisch wo ist die Neuauflage von Dr. Slump und das das Traurige ist ich vermute die kommt bald ein bisschen spät shameless Stephplug da empfehle ich auf jeden Fall das große Special das es bei den Comic Cookies gab da hat die der Andi zusammen mit der Lena Bopolena ein großes Special gemacht zu Dr. Slump hört da unbedingt mal rein und wir merken schon Toriyama hat auf jeden Fall dafür gesorgt dass ihr auch einen Kontakt hattet dieser ist in vielen tollen Kooperationen aufgeblüht unter anderem ja auch noch beim Nerdship Podcast da müsst ihr uns auch nochmal kurz abholen was ist denn da so der aktuelle Stand gibt es euch noch was macht ihr so wie geht es wie viele Folgen 700 800 ja aber lange Folgen ihr das macht ja so nach einer Stunde etwa ist Schluss ne ne da fangen wir erst an mehrere tausend Stunden schlecht aufgezeichnet das ist das eine Problem wenn wir hier auch so ein so ein Gerät hätten wie du mit so Kopfhörern und Mikrofon wenn wir Mikrofone hätten das wäre krass wie macht ihr wie nehmt ihr auf was macht ihr über Discord aktuell seit ein paar Jahren seit Corona mittlerweile ist es ja schon besser geworden seit Corona sind wir auch so online bist du ein Corona Gewinner würde ich mal sagen und da haben wir uns dann mal echte Mikrofone erzähl doch mal wie haben wir das früher mal aufgenommen ja ich hatte halt so ein Camcorder und da ist ja auch ein Mikrofon dran und dann haben wir einfach den so in die Mitte gestellt nach oben in die Torte rein weil wir ja ein bisschen höher saßen als der Camcorder der auf dem Ort steht und dann war die Logik ja der Ton geht dann ja nach unten bestimmt da in das Mikrofon rein Huki hat das auch schon irgendwie so im alten Kabel aufgehängt an der Stupendecke damit das so über uns rumschwingt wenn wir uns immer treffen ist das immer schwierig weil wir brauchen immer viel Platz weil wir dann auch oft nebenbei zeichnen müssen und so und da ist das dann immer nicht so einfach dass jeder mal ein Mikrofon kriegt man hätte auch nicht gedacht dass wir das so lang machen wir hatten letztes Jahr hatten wir zehnjähriges Jubiläum je nachdem wie man es rechnet und hätten wir da schon gewusst dass wir mal so Richtung 800 Folgen jetzt schon sein werden da hätte man vielleicht auch früh investieren können weil ich glaube auch das ist so ähnlich wie mit Huki mit seinen ganzen Karriereoptionen ich glaube man hätte das schon besser schneller größer machen können als es ist aber wir haben uns nie so richtig bemüht auch so Werbung und so weiter das finde ich halt cool bei euch ihr streut die Information das vergessen wir immer wir nehmen das halt auf wir nehmen es doch gerne auf wir stecken da viel Herzblut rein aber wir machen da nichts du hast die Aufnahme wir machen noch eine Title Card und dann liegt es so rum und wir hoffen dass einfach jemand hoffentlich lädt andere das dann hoch ja aber so funktionieren ja viele Podcasts die sind ja oftmals und das ist auch das Gute daran halt eine Sache die Spaß macht im besten Fall sowohl dem Publikum als auch den Menschen die es aufzeichnen ja und das wirst du ja auch kennen du findest dann immer so diese paar Leute die es dann halt doch immer hören und denkst na ich könnte nicht mal aufhören damit weil was sollen die dann immer machen Sonntag sind die traurig blöd und das ist wirklich auch krass weil die paar Leute also wir haben nicht so viel Hörer also das kann man ja schon sagen wir haben immer mal so eine Folge die hat so einen Peak weil wir irgendwie ein Thema ansprechen was gerade irgendwie gehypt ist das ist gar nicht mal so dass wir das so berechnend machen aber wenn gerade halt so ein Thema ist wenn es uns auch interessiert hat die One Piece Live Action Serie auf Netflix da haben wir natürlich dann gesagt lass uns mal relativ schnell die Folge raussagen dann hat es natürlich auch mehr Hörende aber meistens machen wir schon Sachen die uns auch gerade einfach am Herzen liegen gerade die alten Folgen da hört man das auch glaube ich noch sehr gut raus wenn man überhaupt was raushört aha ja und ja aber die die Professionalität hört dann noch auf wenn es Arbeit wird ist es irgendwann aber dann hast du halt wie gesagt du hast diese paar Leute die dann auch teilweise schon von Anfang an dabei sind aber auch teilweise Leute die jetzt erst dazukommen und dann ja innerhalb von ein paar Wochen diese paar tausend Stunden nachholen und das finde ich halt krass bei Comic bin ich so ich will halt dieses Massenpublikum beim Podcast klar möchte ich das auch bin ich aber realistisch genug und denke aber ja aber da ist es mir echt tatsächlich das wert also geht es um die Freundschaft ums 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 rumnerden oder einfach um sich mal wieder zu unterhalten was ist so ja genau die Punkte genau die Punkte perfekt und bei mir ist es ja tatsächlich Huggy hat ja eine echte Arbeit ich weiß nicht ob ihr da schon ein paar Mal jetzt in den anderen Folgen drüber gequatscht habt so verheimlichen wir alles ja die dürfen das nicht mitkriegen dass ich hier bin Huggy Huggy hat ja hat ja echte soziale Kontakte und das war bei mir schon häufig so dass das so verkrüppelte verstehe und ich brauchte dann wirklich was weil ich habe ja meine Frau und mittlerweile auch Kinder mit Kindern kann ich mich nicht irgendwie über über meine krassen Batman Theorien unterhalten mit meinem kleinen jetzt so langsam über Jurassic Park das geht das impfe ich ihm gerade so ein bisschen aber meine Frau ist zum Beispiel auch so gerade in der Kennenlernsphase da wusste die okay ich muss mir diese Nerdscheiß anhören jetzt haut er wieder so ein zwei Stunden Monolog raus über irgendwie äh die versteckte dritte alter Ego-Figur und Fight Club und so weiter ja komm laber 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 aber mit euch habe ich dann Leute gefunden ihr müsst euch das anhören ich weiß euch nervt das auch aber ihr müsst es euch anhören und das ist mir viel wert wenn die Frau dann fragt und erzähl mal hiervon und dann erzählst du und merkst sie hat dich das nur gefragt weil sie nett sein wollte aber sie will das eigentlich gar nicht die Wäsche nur pumpen mein Schugi Dave vielen 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 Dank wir haben zu danken fürs Gespräch für die Ausführung und vor allem dass wir heute nicht wieder im Garten sein müssen weil es regnet hat wieder angefangen hier ja aber ich hoffe doch sehr dass wir uns in Erlangen und irgendeiner Form nochmal zusammenfinden und seid eben beim Bier auf jeden Fall Jungs lass krachen bis zum nächsten Mal Tschüss Auf das nächste Interview habe ich mich sehr gefreut denn tatsächlich gibt es einen privaten Aspekt der hier mit reinspielt denn natürlich habe ich hier heute jemanden sitzen der vertritt eine Reihe die schon mein Vater gelesen hat das liegt unter anderem daran dass er genau wie ich aus den neuen Bundesländern kommt und da hat er schon viele Jahre lang Dinge gelesen genau genommen waren die Sachen die damals erschienen sind somit mein erster Kontakt zum Bereich Comics und ich glaube das wird ein total interessantes Gespräch ich freue mich sehr dass er heute da ist hallo ich bin der Andi und wer bist du? Ich bin Robert Löffler und ich arbeite seit 2008 beim Mosaik bin aber natürlich seit meiner Kindheit Mosaik Fan gewesen von daher kenne ich mich mit allem rund ums Mosaik wunderbar aus Also Hobby zum Beruf gemacht So muss man das sagen genau heißt der Verlag heißt Mosaik Steinchen für Steinchen also die Umschreibung für Mosaik gab es ja schon in der Antike bei den alten Römern aus jeder Menge vielen bunten Steinen da wird dann ein ganzes Bild so ähnlich ist das bei uns ja mit dem Mosaik auch aus vielen Bildern ergibt sich dann die gesamte Geschichte Auch ein Verlag und generell auch eine Veröffentlichungsgeschichte die wahnsinnig faszinierend und eben auch lang anhaltend ist es gäbe viel zu erzählen da in dem Zusammenhang und was ich mich immer frage weil ich denke Interviews sind hast du einige geführt im Laufe der letzten Jahre was mich wirklich sehr interessieren würde wäre die Frage wie man es eigentlich schafft eine Reihe so langlebig zu gestalten und immer auch ein Publikum anzusprechen mit Themen das es interessiert das ist doch bestimmt eine enorme Herausforderung oder wie geht ihr damit um? Also das ist natürlich eine enorme Herausforderung weil natürlich wir wollen natürlich unsere Auflage auch halten und das Publikum ansprechen und im Prinzip das Geheimnis ist eigentlich immer Kinder anzusprechen also man kann sich natürlich jetzt an das Erwachsene Publikum anbietern aber das hilft uns ja auf Dauer nicht weil dann stirbt uns ja auf gut und Deutsch irgendwann das Publikum weg von daher müssen wir immer wieder das neue junge Publikum ansprechen wenn es denen in der Kindheit gefallen hat hoffen wir gefällt es ihnen dann auch als Erwachsene die Erwachsenen wollen wir natürlich auch auf jeden Fall erreichen für die bauen wir dann natürlich ein paar zweideutige Gags ein die dann vielleicht der als Kind noch nicht die man als Kind noch nicht versteht aber wenn man dann als Erwachsener die Hefte nochmal liest ergibt sich das dann vielleicht das ein oder andere Aha-Erlebnis ach so haben die das damals gemeint dass man das dann nochmal mit ganz neuen Augen liest wenn man das aber als Erwachsene nochmal wiederliest das Mosaik und wenn ihr sagt dass ihr quasi auch natürlich gezielt auch Kinder ansprecht wie kommen diese Kinder denn in Kontakt mit dem Mosaik-Käft ist es so dass die oft schon über die Elterngeneration die das auch schon kennen mit ins Boot geholt wird das ist oft so im Idealfall würden wir uns das vielleicht auch anders wünschen aber oft ist es doch so dass das Mosaik ein Familienmagazin ist und dann auch von den Eltern und Großeltern für die Kinder weitergekauft hat weitergekauft wird und wir wollen natürlich trotzdem die Kinder weiter ansprechen weil wenn wir die Kinder nicht mehr erreichen mit unseren Geschichten haben wir irgendwas falsch gemacht und ist es richtig also du kannst mich da gerne berichtigen aber ihr scheint das mit einem ziemlichen Erfolg zu machen denn soweit ich das sehe dürfte das das auflagenstärkste Magazin dieser Art sein auch ich hatte glaube ich so eine Schlagzeile gelesen erfolgreicher als beispielsweise das Mickey Mouse Magazin stimmt das? Das ist auf jeden Fall richtig und wir produzieren ja auch unsere Comics alle selber das Mickey Mouse Magazin das gibt ja nur Comics heraus was die in Italien Dänemark oder sonst wo auf der Welt gezeichnet worden sind bei uns wir haben echt ein Zeichenstudio wo acht Zeichner sitzen wirklich jeden Tag acht Stunden fünf Tage die Woche und wo dann Comic gezeichnet wird also das ist glaube ich auch einzigartig mittlerweile in Deutschland also früher gab es das doch öfter mal noch aber mittlerweile sind wir glaube ich noch die einzigen die wirklich noch ein richtiges Comicstudio in Deutschland unterhalten Dann lass uns doch gerne vorziehen auf diese Institutionalisierung weil ich auf jeden Fall zu sprechen komme weil sie eben dieses Alleinstellungsmerkmal hat dann lass das doch gerne nochmal vorgreifen vielleicht kannst du ein bisschen vom ja letztlich Verlagsalltag erzählen und auch vom kreativen Prozess denn das sind festangestellte Leute in abhängigen Beschäftigungsverhältnissen die Kunst machen und eben ich vermute eine Art Redaktion oder so zusammenarbeiten vielleicht kannst du uns ein bisschen mit ins Boot holen wie entsteht eigentlich so ein Mosaikheft das erste was natürlich passiert ist dass wir uns langfristig überlegen was wollen wir jetzt für die nächsten Jahre als Serie machen und da überlegt sich unser Autor erstmal einen groben Storybogen jetzt aktuell sind wir ja gerade mit den Abrafaxen von Bagdad nach im Prinzip perspektivisch Aachen unterwegs mit dem Elefanten Abul Abbas das ist auch eine historische Begebenheit also das ist eigentlich auch unsere Grundvoraussetzung dass wir eigentlich historische Geschichten mit den Abrafaxen nochmal erzählen und das ist erstmal die Grundvoraussetzung dass wir uns erstmal überlegen was wird die Geschichte für die nächsten Jahre werden die Arbeit die dann Monat für Monat stattfindet ist dass der Autor dann die Geschichte in monatliche Hefte runterbricht im Prinzip die Geschichte schreibt und schon mal grob die Seiten aufreißt in Skriptform dann genau erstmal ein Manuskript und er skribbelt auch jede Seite grob vor also teilt die Seiten in Panels auf und wo die Sprechblasen ungefähr hinkommen und wie viele Figuren auf den Bildern zu sehen sind also das ist erstmal noch eine ganz sehr einfache Skizze die vielleicht auch am Anfang erstmal nur wir erkennen und lesen können aber das reicht auch erstmal am nächsten Schritt haben wir einen künstlerischen Leiter der dann alle Seiten vorzeichnet mit Bleistift also das Layout quasi von den Seiten genau er teilt die Seiten dann noch viel genauer auf da werden da stimmt dann schon die Perspektive und die Einzelheiten von den Proportionen von den Figuren damit das alles die Texte müssen ja auch gesetzt werden wo genau die Blasen hinkommen damit die Figuren dann auch den Raum haben um zu agieren auf sowas muss man ja alles achten also das ganze 1x1 von den Comic vom Comic erstellen und wenn die Seiten dann vorgezeichnet sind dann wandern die bei uns von Arbeitsplatz zu Arbeitsplatz und jeder Zeichner betreut über das Heft seine Figuren und ergänzt dann auf jeder Seite seine Figuren die er betreut also wir haben hier einen Zeichner der den Elefanten macht einen Zeichner der die Abrafaxe zeichnet und dann haben wir noch andere hier einen dritten Zeichner der zum Beispiel die Lela und die die beiden Bösenwichte da zeichnet und gibt es denn da so einen Art Director der alles im Überblick hat und auch Abnahmen macht ja das ist im Prinzip unsere künstlerische Leiter das ist wenn unsere wenn die Zeichner neu dabei sind da guckt er sich natürlich die Figurinen nochmal genau an aber viele von unseren Zeichnern sind jetzt schon über 10 Jahre dabei da kann man dann auch die wissen wie der Mosaikstil zu sein hat und dementsprechend entwerfen die dann auch die Figuren wenn wir natürlich die Serie eine neue Serie starten und es müssen neue Hauptfiguren gestaltet werden da guckt dann auch nochmal das ganze Team drauf auch der der Autor ob er ob die Figuren so aussehen wie er sich die vorgestellt hat aber für die für jede Figur die da im monatlichen Heft neu auftaucht muss man so einen Aufwand gar nicht betreiben und dann gibt es aber auch so Momente wo dann natürlich Figuren neu designt werden wo sich jemand ein Charakterlayout machen muss und Charakterdesign letztlich das kommt dann auch alles vom künstlerischen Leiter oder von wem kommt das im Normalfall kommt das von den Zeichnern die dann die Figuren wirklich übernehmen weil die haben die Figur jeden Tag zu betreuen die müssen die Figuren müssen ihnen dann wirklich liegen mit ihrem Strich und so deswegen machen wir das auch so dass unsere Zeichner die Figuren durchs ganze Heft betreuen also dass nicht ein anderer Zeichner fremde Figuren zu oft übernehmen muss sowas kommt immer mal vor weil jeder ist mal krank oder geht mal in Urlaub da kann immer mal ein anderer Zeichner auch fremde Figuren übernehmen aber das soll eher die Ausnahme bleiben damit die Figuren im Heft irgendwie einheitlich aussehen das gibt den Menschen die bei euch arbeiten natürlich auch eine unfassbare Sicherheit das ist ja dieses als letztlich eines der Alleinstellungsmerkmale eures Verlages dass ihr wie gesagt diese festen Anstellungsverhältnisse habt dass da wahrscheinlich auch entsprechende Räumlichkeiten gestellt werden vielleicht kannst du da mal ein bisschen zu erzählen findet das alles vor Ort statt hat sich mit Corona ein bisschen was ins Homeoffice Verlage wie ist da die Situation während Corona hatten einige Zeichner doch im Homeoffice gearbeitet aber das macht das tägliche Zusammenarbeiten schon schwieriger deswegen sind wir danach auch wieder zurückgegangen also in der Regel sitzen unsere Zeichner schon in einem Atelier zusammen damit man dann auch ganz mit ganz kurzen Wegen dann auch Sachen absprechen kann das ist einfach besser also natürlich gibt es unseren Zeichnern Sicherheit aber es schränkt natürlich auch in gewisser Weise den künstlerischen Prozess ein also sie müssen natürlich immer Rücksicht nehmen was macht der andere mit seinen Figuren und wie passe ich dann meine Figuren ins Bild ein also das natürlich hat das alles Vor- und Nachteile wenn man einen Zeichner wie der Albert Udassau der Asterix von vorne bis hinten alles selber zeichnet Figuren von jeder Figur bis zu den Hintergründen ist das natürlich irgendwie mehr aus einem Guss aber man kann so kein monatliches Magazin rausgeben das schafft kein Zeichner da braucht man eben ein Team und das muss man dann wie am Fließband muss der ein Rädchen ins andere greifen damit das auch wirklich jeden Monat fertig wird das muss professionell ablaufen da müssen Deadlines eingehalten werden und wie ich gehört habe passiert das Ganze auch in einem wirklich ganz tollen Rahmen kannst du gerne mal erzählen ich habe gehört ihr habt ein ganz tolles Verlagshaus und da gäbe es auch einen Pool stimmt das? ja der Pool das Verlagshaus ist im Prinzip auch das Wohnhaus vom Herausgeber und einer Frau die oben unterm Dach wohnen und von daher haben die natürlich alle Annehmlichkeiten die man so hat also wir sind eine wir sind in einer alten Villa in Berlin-Westend das Haus hat irgendwie so drei Etagen die Abrafaxe sind jetzt so in der Belletage also im ersten Obergeschoss wo so eine also fast die halbe Etage für das Atelier da ist und wo die wo jeder Zeichner bei Tageslichten schön also die haben schönes Licht und gute Aussicht und haben jeder einen guten Platz wo sie sitzen und gut arbeiten können und bei euch erscheint ja nicht nur das Mosaik Magazin es erscheint noch andere Sachen vielleicht kannst du mal ein bisschen ausholen und das Verlagsportfolio mal abreißen was da noch bei euch gibt also wir machen bei uns im Verlag natürlich alles rund um die Abrafaxe wir haben mittlerweile viele von den alten Serien also mit ging ja 1976 los mit den Abrafaxen bei uns im Verlagsarchiv sind auch sämtliche Originale seitdem erhalten und wir haben jetzt nach und nach in den letzten Jahren alles neu digitalisiert und machen jetzt Jahrgangsbände wo wirklich jeder Jahrgang nochmal im Hardcover oder in der günstigeren Version im Flexcover erscheint und dann machen wir noch wir machen noch Sammelbände bei uns im Verlag also da sind dann immer vier Hefte drin und wir machen da noch einen redaktionalen Anhang dran wir haben auch schon Abrafaxe Alben herausgebracht also wo wirklich also wie bei normalen Comic Alben eine Geschichte über 48 oder 64 Seiten geht wir haben jetzt bei uns im Verlag ganz frisch ein Kochbuch rausgebracht weil wir haben ja betreuen natürlich im Mosaik Heft nicht nur die Comic Seiten sondern da gibt es auch immer die redaktionellen Seiten da gibt es dann auch immer Seiten über mit irgendwelchen Kochrezepten oder was lernen ja und das haben wir jetzt alles mit einem Buch zusammengefasst und das Buch dann noch ein paar Onepager mit den Abrafaxen reingestreut also dass das ein schönes ansprechendes Buch geworden ist wo man auch leichte Rezepte nachkochen kann was wir noch machen ist die Ausgabe von den Fix und Fax von den Mäusen Fix und Fax das sind Comic Mäuse die auch in der DDR erschienen sind von 1958 glaube ich bis 1990 oder 91 das waren damals im Atze Magazin meistens Dreiseiter also dreiseitige Comic Geschichten und da machen wir auch Bücher mit 30 Geschichten in einem Buch das sind Reprints von ja genau wir haben natürlich auch diverses Merchandise bei uns im Verlag wir haben es gibt eine Abrafaxe Sinfonie und noch ein Buch dazu und ihr habt nicht nur die Jungs ihr habt ja auch noch Mädels die Abenteuer und wir haben natürlich auch noch Abenteuer von Annabella und Caramella da machen wir Comic Hefte die kommen aber nur alle vier Monate raus weil wir da nicht so ein großes Team haben sondern da sitzen nur zwei Leute dran die gibt es aber mittlerweile auch nicht nur als viermonatliches also quartals quartalsweises Heft sondern auch als Sammelbände wo immer vier Bücher nachgedruckt also vier Hefte nachgedruckt werden in einem Buch wir haben noch Wissensbücher die heißen wie funktioniert die Welt in vier verschiedenen Farben wir machen dann die verschiedensten Sammelbände von den Abrafaxen also wir wir machen schon ganz viel und ich habe bestimmt jetzt noch Sachen vergessen die mir jetzt gerade auf die Schnelle nicht einfallen es ist super viel und vor allem fällt mir immer wieder auf wo man es überall bekommen kann das sind also jetzt insbesondere aufgewachsen bin ich in Erfurt da kann man das ständig entgegen an jedem Kiosk im Bahnhof natürlich auch und es auf jeden Fall auch ein Ostprodukt das da überall wahrgenommen wird wie ist das eigentlich du musst jetzt keine Zahlen nennen aber gerade insbesondere das Mosaik Magazin läuft es eigentlich über die Abos oder läuft es über den Direktverkauf im Vertrieb also wir sind schon sehr froh sehr viele Abos zu haben also das ist schon das A und O für unseren Verlag und für den Verkauf für den auch dass wir so viel den ganzen Zeichnerstab auch bezahlen können aber ohne den Direktverkauf am Kiosk gibt es natürlich auch keine Neuleser also das ist für uns eigentlich genauso wichtig selbst wenn da jetzt vielleicht nicht genauso viel rumkommt für uns als Verlag aber es ist trotzdem wichtig dass wir in der Breite immer noch präsent sind dass uns Kinder oder Zufallskäufer immer noch entdecken können und wenn sie dann sagen ich habe das jetzt zwei Jahre jeden Monat am Kiosk gekauft ich abonniere es ist das natürlich für uns umso besser aber in der Breite Präsenz zu sein ist trotzdem noch ganz wichtig für uns und vorn drauf auf der aktuellen Ausgabe die du hier mitgebracht hast zum Gespräch prangert die 580 das ist eine stolze Zahl für so ein Magazin wie sieht es eigentlich aus gibt es da Einstiegspunkte die sich besonders lohnen ich glaube ihr seid ja in so Intervallen oder Arcs unterwegs was sind gute Einstiegspunkte wie komme ich am besten rein in das Magazin also am besten reinkommt man natürlich immer zu Serien Starts also man muss immer dazu sagen die Abrafaxe sind meistens über zwei Jahre unterwegs die aktuelle Serie geht jetzt glaube ich schon über zwei Jahre ja also die wird wahrscheinlich auch über drei Jahre gehen deswegen ist es aktuell ein guter Einstiegspunkt wäre jetzt die 550 die die kann man bei uns im Onlineshop natürlich wenn man das möchte immer noch kaufen wir haben natürlich in den Jahren auch immer mal kürzere Serien gemacht die auch nur ein Jahr ging oder mal 14 Monate einfach mal bei uns auf der Homepage gucken von wann bis wann ging so eine Serie ich interessiere mich irgendwie wenn man sich irgendwie für so eine Serie interessiert kann man ja erstmal eine davon kaufen und dann gucken wie man da reinkommt ja tatsächlich habe ich das auch schon gemacht ich habe schon online bestellt eben weil es sich zum Beispiel wie ich finde auch ganz gut als Geschenk anbietet unter Umständen hat ein oder andere lesende Person die das vor vielen Dekaden schon gelesen hat inzwischen kein Kontakt mehr zum Magazin und allein schon aus nostalgischen Gründen ist das auch ein super Geschenk sich zum Beispiel mal ein tolles gut verarbeitetes Reprint zu gönnen und das dann zum Beispiel zu verschenken dann an der Stelle von mir ist auf jeden Fall mal ein Tipp das in der Form zu machen eine Sache habe ich noch gesehen die fällt mir auf weil ich auch totaler Fan davon bin nämlich die Frage der digitalen Verwertung ich habe gesehen man kann die Geschichten auch digital lesen und erwerben erzähl mal wie funktioniert das und deckt sich das eigentlich mit eurer Kundschaft digitales Lesen von Comics also man muss ich glaube ich hole mal ein bisschen weiter aus also erstens gibt es natürlich bei unserem gedrucktes Magazin wir haben dann wir arbeiten schon seit etlichen Jahren mit Augmented Reality also dass man auf bestimmten Seiten so ein Auge sieht und wenn man auf dem Handy die Mosaic Magic App hat kann man das Handy drüber halten das erkennt das Muster von der Seite und dann kommt da irgendwie noch so ein digitaler Inhalt ein kurzes Filmchen ein Bild oder irgendwie dass man über das was auf der Seite passiert noch ein bisschen mehr erfahren kann also das ist die eine Sache und dann gibt es bei wie heißt denn das jetzt sind wir auch erfolgreich haben wir eine Zeit lang bei Marvel auch sowas gesehen das waren vergleichbare Sachen das gibt dann noch das über die Kindle App genau genau wir hatten das schon vor paar Jahren mal bei einem anderen Anbieter der ist leider pleite gegangen ist Neo die hießen anders weiß ich jetzt nicht mehr da hatten wir teilweise auch vertonte Comics also dass das Comic nicht nur vorgelegt also nicht nur die Bilder gezeigt werden sondern dass das auch vertont wurde aber mittlerweile machen wir das jedenfalls bei über die Kindle App und wir hoffen dass der Anbieter so groß ist dass der nicht pleite geht also wenn die Leute das kaufen dass sie die dann wirklich auch jahrelang benutzen können also da haben wir natürlich einige neue Abenteuer wir haben aber auch einige Klassik Abenteuer und wird das angenommen vom Publikum also wir haben gemerkt dass es mehr wird also es ist natürlich nichts wo man jetzt schon wirklich viel Geld verdient aber man muss es ja auch perspektivisch machen das ist ja wenn wir das jetzt online stellen sind die Hefte ja quasi ewig da also von daher wenn da jeden Monat ein paar Hefte verkauft werden ist es ja mehr als nichts also von daher ist es eine Investition auch in die Zukunft das einfach so weiterzumachen aber wir merken auch Ökologen vermutlich sind es auch der klassische Comicleser möchte das Heft schon als Papierheft haben und zu Hause auch ins Regal stellen also von daher ich glaube so viel wie das auch in der Zukunft vielleicht noch wird momentan ist das A und A immer noch das Papierheft Lieber Robert vielen Dank für die Ausführungen zum Verlag und zum Magazin selbst vielleicht noch mal ganz kurz hier zur Leipziger Buchmesse bei der ihr in diesem Jahr auch seid ihr habt hier einen Stand was bedeutet euch die Leipziger Buchmesse ist sie eine wichtige Veranstaltung für euch nehmt ihr auch einen anderen Teil und wenn ja wie unterscheidet sich die Leipziger Buchmesse auch vielleicht von anderen Veranstaltungen also auf der Leipziger Buchmesse da gehen wir eigentlich immer sehr gerne hin weil hier in Leipzig sind wir eigentlich im Herzen von unserem Hauptbekanntheitsgebiet also jeder der hier bei uns an den Stand kommt und der ein bisschen älter ist sagt ach Mosaik habe ich als Kind auch gelesen das ist für uns schon erstmal immer ein super Einstiegspunkt um mit den Leuten auch ins Gespräch zu kommen viele sagen uns dann auch gleich ich habe das immer noch abonniert auch immer super für uns und also wir nutzen das natürlich hier auch um bekannt zu bleiben also man kann wir verteilen hier auch gratis Hefte an alle die sie mitnehmen wollen da sind viele ältere Damen dabei die sagen ich habe zwei Enkelkinder darf ich zwei Hefte haben so kommt immer noch die junge Leserschaft auch immer noch mit dem Mosaik in Kontakt und wir hoffen dann immer dass unserer Leserschaft das Mosaik immer noch gefällt und auch immer noch neu gefällt dass wir auch in die Zukunft weiter mit unserem Mosaik Heft weitermachen können also gibt es eigentlich ein Abrafaxe Cosplay hast du schon was gesehen in der Richtung äh nee aber ich persönlich wir haben solche Lauffiguren ja die wir für bestimmte Veranstaltungen nutzen und da war ich auch glaube ich selber schon mal in einem drin ich glaube ich war Brabax ich müsste aber jetzt Lügen machen also sozusagen war ich schon selber als Cosplayer mit den Abrafaxen unterwegs ja wir fahren auch jedes Jahr immer gerne zum Comics in Erlangen da ist aber natürlich das ganz andere Publikum da ist das Mosaik weniger bekannt und da sind viel mehr Comic Fans hier kommt halt das allgemeine Lesepublikum auch her und auch die kennen Mosaik also man hat irgendwie ein anderes Gefühl auf den im Vergleich von der Buchmesse zum Comics Salon in Erlangen das ist anders ist auch gut aber anders sehr gut ja Mensch Robert vielen vielen Dank für die ganzen Einblicke und deine Zeit heute für das nette Gespräch ich wünsche weiterhin viel Erfolg bei der Leipziger Buchmesse und wir sehen uns garantiert in Erlangen ja dann bis dann ciao jetzt habe ich die Ehre mit einem Ehrengast hier der Leipziger Buchmesse zu sprechen sie hat ganz aktuell was veröffentlicht das ich glücklicherweise vorab lesen konnte und ich bin mir sicher dass sie eine Menge zu erzählen hat wir kennen sie hier beim Podcast noch gar nicht und ich glaube das könnte sehr spannend werden hallo ich bin der Andi und wer bist du hallo ich bin Ren und ich bin Manga Zeichnerin bei Egmont Manga hi Ren Mensch ich habe es gerade gemeint als zum Ehrengast haben die dich hier gemacht bei der Leipziger Buchmesse was bedeutet das eigentlich kriegt man da besonders viel Aufmerksamkeit Termine und Panels extra viel Geld was bedeutet das eigentlich Ehrengast bei der Leipziger Buchmesse zu sein also man wird auf jeden Fall im Programmheft mit erwähnt dass man wie gesagt Ehrengast ist und man kann natürlich auch ein Panel organisiert bekommen und zum Beispiel auch Signierstunden kannst du uns einen Gefallen tun und dich vielleicht kurz nochmal selbst vorstellen so ein bisschen den Grobabriss von deiner vor allem Manga Karriere zu machen so ein bisschen wie ging es los und wie sind wir heute hier bei der Leipziger Buchmesse gelandet genau also zeichnen tue ich schon ungefähr seit ich 14 bin und ich hatte damals halt Manga gepackt und fand das wirklich faszinierend was wie viele Geschichten es gibt und in ganz vielen unterschiedlichen Zeichenstilen und erzählweise ist bei jedem anders Charakterkonstellation also da gab es so viel zu entdecken und ich dachte das möchte ich auch mal probieren und hab angefangen Manga zu zeichnen hab dann festgestellt das kommt noch gar nicht so ran an die Profis ich muss jetzt noch einmal richtig hier ins Training reingehen hab mich ein bisschen zurückgezogen hatte dann für mich lange Zeit Manga gezeichnet und irgendwann im Studium meinte dein Kollege jetzt mach doch mal was für uns und zeig das mal und dann hab ich angefangen auch mal ein bisschen nach außen was zu zeichnen und dann irgendwann kam dann die Bewerbung bei Egmont Manga und genau da kam dann der Kontakt zustande und gab es dazwischen so ein Teil auch wo du im Selbstverlag Sachen veröffentlicht hast das ist im Manga-Bereich ja auch nicht unüblich gab es da was genau das mache ich Hobbymäßig halt auch okay und als nächstes geht es auch auf die Dokomi im Sommer Ach mega ja dann lass die Frage gleich mal vorweggreifen weil das finde ich wahnsinnig spannend auch gerade für mein Publikum was denn so die Leipziger Buchmesse insbesondere die Manga Comic Con was sich so ein bisschen unterscheidet von zum Beispiel der Dokomi für dich als Künstlerin als Artist ist das eine andere Veranstaltung anderes Publikum kannst du da Vergleiche oder vielleicht auch Unterschiede für uns Außenstehende vielleicht mal formulieren gibt es da was Also was mir als allererst auffällt ist auf jeden Fall dass diese Artist Allee bei der Dokomi deutlich größer ist also sie ist gigantisch und hier auf der Leipziger Buchmesse finde ich ist das eher es wirkt offizieller Das heißt offizieller ist es einhergehend mit professioneller? Von außen vielleicht ja und dann wenn man dann reinkommt ist es eigentlich sehr ähnlich also die Stimmung ist ja eigentlich dieselbe Und was waren es denn für Manga die dich geprägt haben es gibt ja immer so diese krassen Titel die alle nennen ich meine ganz aktuell ist natürlich auch Dragon Ball in aller Munde weil der Schöpfer leider verstorben ist wir haben glaube ich heute Morgen war noch immer eine Schweigeminute auch in dem Zusammenhang was waren es denn für Sachen die dich stilistisch vor allem geprägt haben? Auf jeden Fall Hunter x Hunter also das ist mein absolutes Lieblingsmanga und ich hatte damals mehrere Mangas gekauft und wusste gar nicht was da jetzt auf mich zukommt und als ich den gelesen habe dachte ich da will ich auf jeden Fall jetzt weiterlesen und ja das ist immer noch mein Lieblingsmanga und nun ist Monster Forest erschienen und die erste Frage ist es richtig dass es quasi dein Debütmanga ist bei einem großen Verlag oder gab es vorher schon Zusammenarbeit mit Verlagen? Also es gab vorher schon eine kleine Zusammenarbeit auch mit Egmont Manga es war der Secret Pond und zwar im Rahmen der Egmont Shots ja Egmont Shots das waren halt ganz kleine Kurzgeschichten so um die 30 Seiten da gab es auch noch zwei andere Künstler und dass man sich mal so ein bisschen kennenlernen konnte und auch mal sieht wie zeichnet man eigentlich einen Manga oder wie komme ich mit dem Verlag zurecht ist das irgendwie anders als wenn ich jetzt alleine zeichne und ja einfach mal so ein Schnuppern Auch mal diese Feedbackschleife mit dem Redakteur oder Redaktoren ist wahrscheinlich ganz 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 interessant und wie kam es dann letztlich musst du da so ganz klassische Mappensichtungen gemacht und irgendwelche Sachen gepitcht oder kannte man sich schon Vitamin B wie kam es da zur Zusammenarbeit? Ich habe mich da ganz gewöhnlich über die Webseite beworben da gibt es eine Rubrik die heißt dann Mangaka werden oder so ähnlich und da hatte ich jetzt einfach mal was eingeschickt gehabt und ich dachte ich müsste ein Band einschicken also Was Fertiges Nicht was Fertiges aber die Idee für einen fertigen Band also was Großes und dann kam halt die Idee mit den Egmont Shorts lass uns erstmal probieren ob das überhaupt mit 30 Seiten funktioniert weil manchmal beginnt man so ein Projekt und denkt das schaffe ich locker und nach Seite 20 stellt man fest oh 200 Seiten ist ganz schön viel Arbeit Echt Arbeit Genau aber das hat ganz gut geklappt und dann war halt die Frage ob wir nicht ein Einzelband machen das ist jetzt der neue Monster Forest Ja dann lass doch gleich mal direkt einsteigen bei Monster Forest wie kam es denn dazu vielleicht fangen wir mal nochmal einen Schritt zurück womöglich sollten wir erstmal klären wovon Monster Forest überhaupt handelt ist nämlich ganz aktuell erschienen vielleicht mal mit eigenen Worten vielleicht kannst du es machen ich glaube man kann nämlich viel spoilern deswegen habe ich mega Angst die Zusammenfassung zu machen überlass das dir wovon handelt Monster Forest Ja also da geht es um zwei Jungs das sind Lenny und Jess und die finden sich in einem ihren unbekannten Wald wieder und der ist auch ein bisschen mysteriös und ein bisschen angsteinflößend und sie stellen dann recht schnell fest sie werden da verfolgt von jemanden und ja sie müssen einen Weg da raus finden das ist dann sozusagen die Geschichte der Heimreise Das ist auch total so Action-lastig also wir haben sehr viele Action-Szenen hier drin ist Action in Manga ist das was was dich auch so sag ich mal als Konsumentin auch anspricht was was du unbedingt auch dann selbst mal in kreativer Form umsetzen wolltest Ja auf jeden Fall also als Leser lese ich natürlich nur Geschichte aber als jemand der zeichnet habe ich immer sehr gerne auf die Panels auch geguckt bei den Profis und manchmal sieht man da Panels zusammenhängen und denkst du wie kommt der da drauf also es ist richtig gut und das macht halt auch Spaß sich da mal ein bisschen rein zu überlegen wie will ich das jetzt selbst darstellen Ja so Blickwinkel Perspektiven Movement und was nicht alles da sind da sicherlich sehr viele Herausforderungen vielleicht kannst du da jetzt auch aus dem gerne aus dem Kreativprozess jetzt hier für Monster Forest mal erzählen was war denn so die Herausforderung konkret für dich die Action so darzustellen wie du sie wolltest was ist da so die Herausforderung weil Action braucht einfach eine gewisse Dynamik und das ist natürlich in einem Nicht-Bewegt-Bild recht schwer erzähl mal was sind die Herausforderungen für dich gewesen erstmal überhaupt zu überlegen wo baue ich diese Action ein weil ich muss sagen das ist mein erster Manga der so Action-Szenen mit einbaut und ich wollte es unbedingt ausprobieren und auch diese Geschichte mit dem Wald dass der so ein bisschen düsterer aussieht das war auch nochmal eine Herausforderung und ja dann die Panels da zusammenbauen passt das jetzt mit der Dynamik oder müssen wir doch nochmal was umstellen und ja so kam da die Action dann zustande und so im Kreativprozess dann in Zusammenarbeit dann auch mit Egmont gab es da so eine enge Zusammenarbeit oder haben die einfach immer nur alles freigegeben was du denen geschickt hast wie läuft das so ab das wäre natürlich traumhaft ja schon oder ja also es ist glaube ich bei jedem anders wie das macht und ich habe jetzt ein fertiges Skript gehabt was ich dann geschickt habe und zusammen mit Skizzen und der Micha der hatte dann rüber geschaut wie passen die Skizzen und passt der Text noch dazu und wollen wir was abändern genau ja sau cool und wir haben jetzt hier den fertigen Manga vor uns der ist jetzt heute erschienen wann ist offiziell Release von dem Manga also jetzt ist es erstmal Pre-Release auf der Leipziger Buchmesse und erscheinen wird er dann am 8. April Genre-mäßig würde ich es irgendwo Richtung Mystery schicken es sind aber wohl glaube ich auch weil ich das verstehe Boys Love Elemente mit drin was war so die Inspiration warum wolltest du uns genau so eine Geschichte erzählen also in erster Linie ging es erstmal um das Mystery aber ich zeichne immer halt so ein bisschen Boys Love und das wollte ich nicht ganz wegnehmen also ich glaube das erwartet man auch bei dem Werk wenn ich es male und genau das wollte ich dann auch mit reinbringen ja was ist so dein wenn man das überhaupt so sagen kann dein Zielpublikum wen wollt ihr ansprechen jeden alle 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 die Lust auf gute Manga haben genau ich sag immer es kann halt jeder mal reinlesen es wird nicht zu aufdringlich ins Boys Love geschickt sondern sowas gibt es halt und man kann mal reinschauen also es würde mich freuen wenn das ganz viele Leser finden würden ja es ist nicht zu explizit das kann man glaube ich ruhig gewissens sagen mir fällt auf jeden Fall auf dass einer der beiden Protagonisten immer auch mit Maske also oft vor allem mit Maske unterwegs ist dass zum einen erstmal wie kam es dazu hat da Corona eine Rolle gespielt oder geht es ja um andere Dinge ein bisschen ja also da haben wir eben alle Masken getragen und ich fand das auch irgendwie ganz cool aus auf dem Cover auch und auf den Bildern und deswegen habe ich das mal einfach ausprobiert und es gefällt mir auch sehr gut absolut ich kann mir auch vorstellen dass es aber auch eine besondere Hürde darstellt ich meine du kannst letztlich was die Mimik betrifft ja nur einen Teilaspekt überhaupt des Charakters nutzen was für wie bist du daran gegangen das dann umzusetzen ich vermute über die Augen was hast du da so gemacht genau über die Augen und über seinen Charakter selbst also das ist ein sehr introvertierter Charakter und deswegen hat die Maske da eigentlich auch sehr gut gepasst dass er sich so ein bisschen versteckt und man merkt auch er hat anfangs noch häufiger eine Kapuze auf also versteckt noch mehr von sich und die fällt dann nach und nach dann doch weg die Geschichte ist hier mit diesem Band auch soweit ich das schütze zu Ende erzählen oder könntest du dir ein Sequel vorstellen jetzt gerade eigentlich nicht gerade nicht vielleicht kommt irgendwann mal so eine Erleuchtung für ein Sequel aber das sollte schon als Einzelband zu Ende sein die Frage ist immer fies und unprofessionell gerade weil jetzt das erste der Band erst erschienen ist und das Baby ist noch ganz frisch und man liebt es und will tausend Sachen machen aber gibt es schon perspektivisch Dinge auf die wir uns auch noch freuen können die vielleicht demnächst von dir kommen könnten höchstens auf der Dokumente etwas selbst gemacht das wieder im eigenen Verlag aber wer weiß also wenn jetzt alle sagen Monster Forest war super cool ja also gäbe es ein Genre auf das du mal Lust hättest keine Ahnung es gibt ja diverse Sachen ähm Shonen Manga Shonen Manga ja mega dann danke ich dir vielmals für deine Zeit und für das nette Gespräch heute hier und auch einfach die Vorstellung mal vom Kreativprozess und der Zusammenarbeit mit dem Verlag es war mir eine wahre Freude und ich wünsche vor allem viel Erfolg hier auf der Manga Comic Con danke dir ich danke dir tschüss tschüss ich kann ruhigen Gewissen sagen dass es genau gar kein Interview gab auf das ich mich länger vorbereitet habe als auf dieses ich habe mit 15 wahrscheinlich mein erstes ganzes Bier am Stück getrunken und seitdem eine Expertise aufgebaut die im heutigen Gespräch und Interview ihr Finale findet ich freue mich sehr auf ein Gespräch mit jemandem der Comics mag der für Comics Redaktionsarbeit macht der ist PR-Mensch bei Panini und er ist vor allem aber auch Biersommelier er ist jemand der ist aus der Szene nicht nur nicht wegzudenken er ist ein wesentlicher Bestandteil davon und ich freue mich mega dass er da ist hallo ich bin der Andi und wer bist du ich bin der Steffen und ich kann bei so viel Lob und Lorbeeren mein Gott ich werde ganz rot ein Glück dass man das gerade nicht sehen kann du bist schuld dass ich was abgeschlossen habe ich habe ein Bier Abo abgeschlossen da bin ich gerne schuld das ist komplett okay für mich nach einem unserer letzten Treffen habe ich mir überlegt okay guckst du mal was in meiner Region eigentlich an Nanobrauereien existiert und es sind nicht so viele gewesen in meinem Fall es gab eine zwei Städtchen weiter und die bieten mir an für 33 Euro im Monat schicken die mir in den Kasten nach Hause neun verschiedene Biere sind dort drin die die in Kleinstmengen produzieren und ich habe entgefallen an diesem Abo gefunden und ich muss sagen für eine Nanobrauerei ist das schon ein ganz schöner Output also ein Pärchen total begeistert und ich habe uns zum Anlass heute eins dieser neun Biere mitgebracht von dem ich dachte es passt thematisch am ehesten es heißt nämlich Scarecrow und das kam es sind halt immer so diese Craft Biere die du kennst dich besser aus haben irgendein Special und hier ist Kürbis mit drin ein Spicy Pumpkin Ale da ist kein Kürbis mit drin da ist da ist Pumpkin Spice drin wo die Amerikaner ja so wahnsinnig draufstehen auf dieses Gewürz da rückseitig steht Kürbis ja ja also Kürbis Gewürz also die haben die haben tatsächlich zum Fermentieren noch Kürbis mit rein man macht es ganz oft nur mit dem Gewürz aber Pumpkin Spice ist natürlich wow das ist das musst du können das kann schon das kann schon geschmacklich herausfordernd werden wir werden gucken was passiert es steht nämlich drauf Kaltstellen und Trinken das Kaltstellen habe ich mir heute gespart kann also nur gut werden warmes Bier warmes Bier ist ja so bestimmte von den Bierarten Bierstilen die soll man gar nicht so arg kalt trinken weil dann tatsächlich von dem Geschmack der da drin ist ziemlich viel weg geht also Kälte nimmt uns die Fähigkeit zu schmecken je kälter ein Bier ist desto weniger schmecken wir von den ätherischen Ölen die da vor allem in den modernen Bieren ja drin sind oder wenn eben sowas etwas exklusiveres gebraut wird wo eben irgendwelche Kräuter oder Gewürze mit drin sind oder Früchte oder was auch immer das wird weggenommen von der Kälte deswegen Biere die lang gelagert wurden oder die billig gebraut wurden die werden immer empfohlen dass man die möglichst kalt trinken soll weil dann schmeckst du diese Geschmacksfehler nicht ja und wenn du jetzt ein Bier hast das richtig richtig gut ist dann darfst du das schon ein bisschen wärmer trinken ob es jetzt unbedingt so warm sein muss wie wir hier die Temperatur haben das ist nochmal so die Frage aber wir probieren es einfach also gerade malzige Biere die sind warm viel besser als wenn sie kalt sind was tatsächlich auch zum Beispiel auf Stouts und Porters zu trifft was tatsächlich ein bisschen auch so eine historische Komponente hat weil man in England ganz lang in den Pubs nicht kühlen konnte sondern die Keks die Fässer wurden einfach so angeschlossen und dann mit Hand so mit so einer Handpumpe rausgeholt und deswegen waren die Biere sehr malzig weil diese Süße die kommt warm besser rüber als wenn du jetzt zum Beispiel ein hochbitteres Bier hast zu viel Fachsimpelei lass uns mal einen Schluck trinken wow also riechen tut das schon mal also du merkst diesen Pumpkin Spice der da drin ist das riecht schon so richtig raus mir fällt es schwer die richtigen Worte zu finden ich bin kein Bissomalier aber ich finde das angenehm mild fruchtig das ist das ist super also die du hast tatsächlich dieses Pumpkin Spice drin du merkst auch dass da eine fruchtige Note drin ist die wahrscheinlich von dem Kürbis kommt der mit drin ist und notabene es ist trotz der Wärme nicht so dass du denkst das will ich nicht trinken sondern das passt ziemlich gut das ist perfekt gelaufen hast du gut gemacht Applaus 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 liebe Leute schaut gerne auch mal ob es bei euch eine Nähe Nanowar Brauereien gibt die Bier herstellen ist tatsächlich einfach ich entdecke das gerade für mich so ein bisschen neu über dieses Massenbier hinaus einfach auch mal die einzelne kleine Flasche mit dem besonderen Geschmack für mich zu entdecken jetzt sind wir hier lieber Steffen wir auch auf der Manga Comic Con beziehungsweise Leipziger Buchmesse und ein wesentlicher Punkt heute ist natürlich auch Comics in unserem Gespräch denn du hast uns tackenswerterweise dafür du hast dafür gesorgt dass hier in Deutschland was erschienen ist was Comics und Bier kombiniert und damit meine ich nicht deinen YouTube Kanal den ich auf jeden Fall auch nochmal in die Show Notes packen werde schaut da gerne mal rein da könnt ihr ihn nicht nur über Comics sondern eben auch über Bier sprechen hören sondern du hast hauptverantwortlich mitverantwortlich für eine Graphic Novel im Bereich Bier das ist richtig heißt Bier die Graphic Novel total innovativer Name und beinhaltet tatsächlich die Geschichte des Bieres von 10.000 vor Christi da hat das Ganze angefangen beziehungsweise wissenschaftlich hat man da die ersten Beweise für Fermentierung gefunden und letzten Endes ist ja die Gärung von Bier auch nichts anderes als eine Fermentierung und da hat man eben auch schon angefangen Getreide zu fermentieren um tatsächlich zum einen mal die Inhaltsstoffe aufzuschlüsseln zum zweiten war es leichter fermentiertes Getreide zu essen wenn dir die Kauleiste rausgefallen ist was ja in früheren Zeiten auch noch öfter war und der schöne Nebeneffekt war die Brühe die dabei entstanden ist die hatte Alkohol und war deswegen a länger haltbar als zum Beispiel verdorbenes Wasser und b war es so dass man so leicht berauscht wurde was dem Ganzen natürlich dann auch so einen mystischen Touch gegeben hat und da fängt eben auch diese Biergeschichte an mit diesem bierähnlichen Breien oder Getränken und zieht sich dann über die Jahrhunderte beziehungsweise Jahrtausende wie sich das mehr und mehr entwickelt hat bis zu dem heutigen Bier das wir kennen bis zur Craft Beer Revolution die die letzten Jahre ja eben auch diese neuen Bierstile hervorgebracht hat wie jetzt zum Beispiel dieses Pumpkin Ale und das wird da drin wunderbar aufgeschlüsselt in Text und Bild man hat hinterher einen schönen Überblick was ist wann passiert was nicht alles in Deutschland passiert vieles in England passiert vieles dann auch in Amerika passiert in Frankreich und so weiter und so fort Tschechien wahrscheinlich auch Tschechien und das und du siehst auch wie sehr dieses Getränk mit unserer Gesellschaft mit unserer Entwicklung verbunden ist und das ist wahnsinnig interessant wahnsinnig gut gemacht wahnsinnig gut recherchiert auch und du hast meinen YouTube Kanal angesprochen Comics und Bier da gibt es ja auch eine Bühnenshow dazu Comics und Bier wo wir live vor Publikum so ein bisschen wie beim literarischen Quartett nur eben mit Comics und Bier vier Comics vorstellen und vier Biere verkosten und das habe ich vor ein paar Jahren angefangen und habe dann irgendwann festgestellt wir hatten immer Wissende da die uns viel über Bier vermittelt haben das Comic Wissende konnten wir selber mitbringen aber die haben uns über Bier viel vermittelt und habe dann irgendwann festgestellt da möchte ich eigentlich auch mehr selber beitragen können und habe dann so eine beiläufig so eine Ausbildung zum Biersommelier gemacht und als ich die gemacht habe habe ich so gedacht hm was gibt es denn eigentlich zu dem zu dem Thema in Sachen Comic habe festgestellt es gibt sehr wenig von dem wenigen das es gibt ist das wenigste gut und die drei vier Sachen die gut sind die gibt es nicht auf Deutsch und diese Graphic Novel die ist 2015 in Amerika erschienen und die beinhaltet wirklich alles was ich wissen wollte und dann habe ich gesagt die muss auf Deutsch rauskommen habe meine Leute bei Panini ein bisschen gefragt sollten wir das nicht machen und dann habe ich gesagt ja probier es doch mal und dann habe ich das als Redakteur betreut wir haben die Lizenz eingekauft ich habe geguckt dass wir das inhaltlich ein bisschen updaten weil wie gesagt das ist von 2015 da gibt es seitdem noch ein paar neue Erkenntnisse wir haben natürlich am Artwork nichts geändert aber wir haben den Text insoweit abfresht dass das dann so ein bisschen noch aktueller ist als es dann eh schon war und haben auch also viele haben dann gesagt der amerikanische Blick aufs Bier die haben das gut recherchiert aber es gab so ein paar Sachen drin wo wir gesagt haben okay da müssen wir aus deutscher Sicht noch ein zwei Sachen hinzufügen weil wir das ein bisschen anders kennen und das haben wir dann auch noch so ein bisschen abgedatet in den Text rein oder als redaktionellen Beitrag sowohl als auch also wo es im Text gepasst hat haben wir es da abgedatet ansonsten wo es nicht ging haben wir im Prinzip eine Fußnote reingesetzt oder einen redaktionellen zusatz sodass ich behaupten würde das Produkt das wir rausgebracht haben das ist noch ein Ticken besser als das Original außerdem schöner weil wir haben es im Hardcover während die das im Softcover haben ist ein wunderbares Buch geworden und ist tatsächlich seit es draußen ist ein Bestseller geworden also wir haben die werden so Variant Cover auch oder wir haben Variants gemacht allerdings das war jetzt eher so so ein Zufallsding weil wir haben Brauereien und Biershops gefragt ob die nicht Kleinsteditionen machen wollen mit einem Variant und da sind einige eingestiegen aber das gibt es dann nur bei denen tatsächlich ganz regional dann haben wir eins für die Stuttgart Comic Con im letzten Jahr gemacht mit Peter Puck und Rudi vorne drauf sensationell und ich habe mir tatsächlich für meinen Comics und Bier Kanal eins mit einem Variant gegönnt das es wiederum nur bei mir gibt aber das das sind also jetzt nicht so die großen offiziellen wie jetzt wie jetzt bei Superhelden oder so aber ich kenne tatsächlich Sammler die es geschafft haben sich alle zu bedorgen und das ist gar nicht so einfach das glaube ich sofort also von daher ziemlich coole Sache und wie gesagt wir Bestseller wir drucken demnächst nach wir haben noch gar nicht über die kreativen Köpfe dahinter gesprochen wer hat das Ding dann eigentlich erstellt gezeichnet getextet es ist alles einer Hand erzähl mal also das haben zwei Amerikaner zusammen gemacht die Namen sagen euch nichts die muss ich jetzt nicht wirklich herbeten kann man aber im Netz natürlich auch alles sehen aber es haben zwei Amerikaner gemacht als Texter der eine der macht eigentlich solche Dinge wie man bei uns auf Arte sieht also der macht eigentlich Dokus fürs Fernsehen und der andere ist Bierbrauer und die haben sich irgendwie zusammengetan haben gesagt hey wir wollten eigentlich glaube ich wollten sie eine Doku fürs Fernsehen machen und dann ist es plötzlich haben sie gesagt nee lass uns daraus einen Comic machen und haben dann einen Zeichner gefunden mit dem wiederum der von den Dokus schon einige Doku Comics gemacht hat also auch keiner der jetzt aus dem aus dem Bereich Action oder so kommt sondern der so Doku Erklär Comics gemacht hat und der hat das ganze dann umgesetzt und das ist das Kreativteam dahinter ist das denn jetzt auch eine ein Doku Comic oder wird schon eine stringente Geschichte erzählt anhand von Figuren die wir wiedererkennen wie ist das ist das eigentlich die schöne Version von den Wikipedia Artikel zu Bier oder ist das halt gibt es eine Handlung sag ich mal also es gibt eine Rahmenhandlung die findet statt auf den ersten vier Seiten und auf den letzten drei Seiten und ich frage mich schon so ein bisschen warum sie das gemacht haben aber vielleicht haben sie das einfach in Amerika auch gebraucht es wirkt so ein bisschen wie aufgesetzt also mir hätte der Doku Comic als solcher gereicht mit wir befinden uns 10.000 Jahre vor Christi und hier wurde das erste möglicherweise Bier gebraucht und die haben aber so eine kleine Story wahrscheinlich damit man sich mit der besser in die Sache reinfindet drumherum gebaut aber es ist tatsächlich ein bisschen schade dass das zwischen den Kapiteln nicht nochmal aufgegriffen wurde sondern es ist wirklich nur das Intro und das Outro und das hätte man meines Erachtens genauso gut weglassen können da wäre es wirklich schöner gewesen wenn sie die Geschichte immer mal wieder hätten so rein fließen lassen warum sie das nicht gemacht haben oder ob ihnen einfach der Platz gefehlt hat das weiß ich nicht so richtig es gibt also eine Geschichte die ist aber wirklich so im wahrsten Sinne des Wortes beiläufig dass man diese Seiten auch vernachlässigen kann und du hast gemeint das war eines von wenigen Dingen die es überhaupt in gut zu Bier in Comicformen gibt wenige Dinge heißt es ist nicht das einzige sondern es gibt theoretisch schon andere Optionen jetzt ist das Ganze wohl wie du sagst ein Bestseller gewesen könntest du dir auch andere Projekte vorstellen absolut könnte ich mir andere Projekte vorstellen nur die anderen Sachen die gut sind sind tatsächlich für den deutschen Markt ein bisschen schwieriger also es gibt eine Funny-Serie aus Frankreich die sich mit Bier auseinandersetzt die ist wahnsinnig lustig aber die ist unglaublich französisch das heißt da kannst du diesen Mehrwert nicht so richtig rausziehen weil das sich ganz stark auf französische Biere aber auch auf französische Kultur bezieht und ich fand es sehr lustig weil es ein sehr lustiger Funny ist aber es ist halt dieses Bierwissen ist da sehr implementiert und das macht das zu einer sehr sehr schwierigen Serie finde ich jetzt um sie für den deutschen Markt zu adaptieren und dann gibt es zwei Comics nochmal aus Amerika die sich speziell mit Craft Bieren beschäftigen die ich super gut finde die aber sehr cartoonig sind das heißt da werden Craft Biere mit so einem ganz zurückgefahrenen Cartoon Stil erklärt wurde in Amerika gefördert von der Craft Beer Association das heißt das war ein Auftrags Comic wir wollen einfach dass du uns in Comics Bier erklärst hat eine junge Dame gemacht die sowohl Text als auch Comic gemacht die selber auch Bier ist inhaltlich sehr stark aber grafisch so dass ich befürchte dass auch das sich in Deutschland ein bisschen schwer tun würde ich finde es inhaltlich super super gut und an dem Ding überlegen wir gerade rum und sichten natürlich auch sonst was es sonst noch so gibt ich hätte durchaus auch Lust mal einen eigenen Comic zu schreiben und mit einem Zeichner umzusetzen aber das ist halt schon was was kein Projekt ist von heute auf morgen also ja aber wir schauen schon was es noch so gibt es gab in Deutschland noch Projekte über deren Qualität du dich nicht äußern musst aber insbesondere aus München vom Comic Kaze Verein weiß ich dass er in Zusammenarbeit beziehungsweise eigentlich eher für die Wiesen für irgendeine Ausgabe von den Wiesen vor ein paar Jahren was entstanden ist ich weiß gar nicht ob das gut oder schlecht ist ich habe es nie gelesen es gibt es auch hattest du zufällig auch Kontakt mit den Münchnern mit Comic Kaze ich habe Kontakt zu Comic Kaze aber jetzt nicht direkt deswegen ich kenne auch den Comic ich finde den eigentlich eine witzige Idee fürs Münchner Bierfest aber da muss man jetzt natürlich wieder sagen Panini ist natürlich schon sehr mainstream wir müssen natürlich auch gucken was ein bisschen in unser Programm reinpasst und da würde ich die jetzt nicht so direkt sehen also da würde ich schon eher ein Projekt sehen wo man dann zum Beispiel die Geschichte des deutschen Bieres irgendwie darstellt und dann eben auch mit einem entsprechenden Zeichner umsetzt ich meine Bier findet zum Beispiel ja auch bei Trachtman statt und das finde ich auch sehr sehr gut gemacht und da ist das Thema ja durchaus auch präsent und es gibt viele kleine Indies die sich natürlich mit Bier auseinandersetzen aber das sind muss man ganz klar sagen nicht die Sachen die bei Panini reinpassen absolut okay ja prima da bin ich sehr gespannt auf die Lektüre vom Bier die Graphic Novel die mich noch erwartet ich habe noch nicht die Gelegenheit das zu lesen freue mich aber sehr drauf weil ich glaube da ist einfach auch inhaltlich noch vieles zu lernen für mich eine Frage will ich trotzdem noch anschließen weil wir hier ja auch bei der Leipziger Buchmesse sind bei der Manga Comic und ich stelle die Frage hier in den Runden heute vor allem immer den Artists aber gerade für dich der du das ganze auch als Verlagssicht siehst oder sehen kannst was ist eigentlich das Besondere hier an der Leipziger Buchmesse du nimmst mit Panini unfassbar viele Veranstaltungen dieser Art wahr hat die Leipziger Buchmesse die jetzt zum Beispiel auch einen neuen Geschäftsführer hat und wie ich jetzt die Tage gelesen habe auch ein Refinanzierungsproblem hat zum Beispiel ein großes wie nimmst du diese Messe wahr was sind für dich eventuell Besonderheiten was sind vielleicht Baustellen gern auch aus Verlagssicht also tatsächlich gehört die Leipziger Buchmesse beziehungsweise die MCC gehört zu meinen Lieblingsmessen im Jahr die hat natürlich erstmal eine sehr prominente Stellung recht früh im Jahr das ist so dieses eingrooven in das Comic Jahr dann mag ich diese Kombination wo Comic quasi Verbindung hat zur Literatur auch wenn das manchmal von der Belletristik und da drüben den Sachbüchern gar nicht so gerne gesehen wird dass hier so viele Comic Kids rumlaufen oder Comic Interessierte rumlaufen aber ich finde diese Verbindung sehr 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 gut und ich finde sie auch sehr wichtig für das Thema Comic dann darüber hinaus kümmern sich die Leute hier wahnsinnig drum es ist unglaublich gut organisiert es ist trotzdem die relativ groß ist hat sie so ein bisschen was anheimelndes und das sind alles Faktoren die ich total geil finde weshalb ich diese Messe tatsächlich als eine meiner absoluten Lieblingsmessen sehe und mich jedes Jahr immer freue das neue Comic Jahr hier einzuleuten auch wenn es für mich einen wahnsinnigen Stress bedeutet weil ich auch sehr viel auf den Bühnen unterwegs bin irgendwelche Gespräche führe aber das macht die Messe schon besonders weil sie halt tatsächlich diese direkte Schnittstelle zum Publikum bietet und das wirklich super organisiert und gleichzeitig aber diese Erweiterungsmöglichkeit in den Bereich Buch Belletristik Literatur bietet und das hat man so nirgends das hat es auch damals in der Frankfurter Buchmesse nicht gegeben wo es ja mal dieses Comic Zentrum gegeben aber da war man immer so ein bisschen so ein Appendix und hier ist man wirklich integriert in die ganze Sache und das macht das ganz besonders und ich hoffe dass es unter neuer Leitung trotzdem weitergeht weil man weiß ja es gibt immer ganz viele Stimmen auch gegen die Comics sie wollen das eher auslagern oder wollen es zumindest nicht bei der Literatur dabei haben und ich glaube damit würden sie sich keinen Gefallen tun das glaube ich auch die Fotos mit Cosplay sehen einfach besser aus als ohne das ist glaube ich schon so ein Effekt den Novel ich wünsche dir ich wünsche es trotzdem ich wünsche dir viel Spaß hier bei der Leipziger Buchmann den kann man haben den habe ich immer also ich habe zwar hier viel Stress aber ich habe auch unglaublich viel Spaß weil wie gesagt ich mache hier sehr viel auf den Bühnen und diese Gespräche mit Künstlern mit Autoren das ist etwas was mir sehr viel Spaß macht und auch diese Möglichkeit gibt es auf anderen Messen gar nicht so wie wie es die hier gibt und von daher ich habe hier meinen Spaß unbedingt vielen Dank wir sehen uns in Erlangen da macht es auch Spaß das nächste Gespräch ist das finale für den heutigen Tag den Donnerstag der Manga und Comic Con bei der Buchmesse in Leipzig und wir werden es führen mit einer Person die hat ganz aktuell natürlich einen Comic veröffentlicht wie sollte es anders sein und da gibt es viele besondere Dinge zu erzählen ich habe zwei ganz besondere Schwerpunkte auch heute im Kopf die wir unbedingt besprechen wollen nämlich wie es erscheint und warum sie blinden Menschen Comics vorliest all das sind Dinge die will ich unbedingt genauer wissen hallo ich bin der Andi und wer bist du ich bin Judith von Istendal aus Belgien Brüssel hi hi das ist ja du bist auch als Ehrengast hier bei der Buchmesse eingeladen ist das richtig ich weiß es nicht ich bin mir nicht ganz sicher aber zumindest ist es auch Gastland ja ich bin eingeladen weil es Flandern und Niederlanden Gastland sind und ich habe auch ein Buch jetzt auf Deutsch und das wird hier irgendwie lanziert oder wie sagt man das veröffentlicht released genau du hast ja nicht nur ein Comic auf Deutsch du hast bei Reprodukt bereits verschiedene Sachen veröffentlicht die wir von dir kriegen können da empfehle ich unbedingt mal einen Blick auf die Verlagswebsite wo wir uns viele tolle Sachen von dir schon anschauen können ganz aktuell ist auch was von dir erschienen greifen wir doch da mal direkt vor die Rede ist von Athan von den Kykladen ich habe den Comic komplett gelesen ich weiß natürlich was die Kykladen sind habe ich gelernt dank der Lektüre dieses Comics aber vielleicht magst du dem Publikum noch kurz erzählen was sind die Kykladen und wer ist Athan die Kykladen ist eine Gruppe von Inseln in der Mitte von Griechenland also wirklich in der Mitte von allen Inseln von Griechenland gibt es die Inseln von den Kykladen Naxos Santorini sehr bekannte Inseln sehr touristisch und die haben 5000 Jahre her eine Kunst produziert die in Le Louvre in Paris hochgezeigt wird und da Le Louvre mich gefragt hat ein Comic zu machen habe ich die Kunst von den Kykladen gewählt und es ist eine spezielle Kunst weil sie sehr modern aussieht sie ist ganz weiß ganz zurückgehalten sind Figuren die sehr geometrisch aufgebaut sind das sieht eigentlich ein bisschen aus wie Kunst aus den 20er Jahren oder so Modernismus aus Europa was aber wirklich nicht ist und die zweite Frage war wer ist Atan Atan ist eigentlich mein Sohn Simon aber der im Lockdown entdeckt hat dass er ein wahnsinniges Talent für Figuren machen aus Ton und skulptieren ein 3D Talent hat er und ich habe diese Selbstentdeckung benutzt und ihm dann in den Kykladen gesetzt und 5000 Jahre her und da muss er eigentlich sein Talent entwickeln er geht in die Dera auf einem Insel und muss dann lernen diese ganz einfache schlichte moderne Skulpturen zu machen obwohl er selbst eigentlich lieber Superheroes skulptiert und er muss also lernen sich anzupassen an dieser Idee und wir begleiten ihn bei dieser Lehre bei dieser Ausbildung und bekommen natürlich auch eine ganze Menge Informationen mitgeliefert das ist eine wirklich gute Möglichkeit wenn man sich diesem Thema nämlich diesen Skulpturen und der Erstellung dieser Skulpturen nähern möchte weil wir hier eben relativ gute Informationen kriegen ich kann mich an einen konkreten Fall erinnern das habe ich mir gemerkt weil ich das so deutlich fand was passiert eigentlich wenn diesen langen dünnen Figuren ein Artikel in einem archäologischen Magazin oder so und man repariert die so also das sind Skulpturen wenn die Beine brechen zum Beispiel macht man ein Loch in jedem Teil und dann nimmt man ein Lederriemen ganz dünn der eine Nacht im Wasser liegt damit es ausdehnt und dann verbindet man durch die beiden Löcher diese zwei Teile und wenn das trocknet ist das ganz hart und strack verbunden ich fand das unglaublich das habe ich reingetan und das ist nur eines von mehreren Beispielen dafür wie da was wir alles lernen können über diese recht spezielle Kunst auch natürlich es geht um wie wird es bemalt wie kommen die an die Steine wie werden die Steine bearbeitet da ist auf jeden Fall ein gutes Überblickswissen drin über genau diese Skulpturenerstellung was hat dich denn da so daran fasziniert das ist ja sicherlich ein Thema das jetzt nicht jeder auf dem Sturm hat ich finde die Skulpturen wenn man sich die anschaut die sehen alle gleich aus das sind alle weiße Marmorskulpturen von Frauen ganz gerade es ist alle gleiche Proportionen ziemlich abstrakt eigentlich und ich fand das so interessant weil ich unterrichte selbst ich mache selbst Kunst ich bin Autorin und wir sind immer auf die Suche nach Originalität und eine eigene Stimme einen Stil den man erkennen kann und da diese Kunst die man sehr schätzt die sehr schön ist sieht alle Skulpturen sehen gleich aus ein bisschen Variation aber minimal und ich fand es super interessant zu sehen zu sehen woher kommt das warum wie kann es sein dass es ist der Gegenteil von unserer Kultur eigentlich und das fand ich interessant zu untersuchen also in Reproduktion immer ein und dasselben und relativ wenig Individualität fast keiner und trotzdem große große Kunst es erscheint ja auch in der du hattest bereits erwähnt Louvre Edition würde man es wohl aussprechen so weit ich in der Vorbereitung gelesen habe ich kann kein Französisches sorry aber nennen wir es mal Comics die vom Louvre kommen weil er sich da verschiedene Dinge angestoßen hat vielleicht kannst du uns ein bisschen die Reihe naheliegen da gibt es ja auch bereits Dinge die wir bei Reprodukt bekommen können auf deutschen eben übersetzt was ist das eigentlich und warum macht der Louvre Comics weil Comics eine große Kunstform ist und Louvre das verstanden hat sie laden eigentlich auch zeitgenössische Tanz oder Maler ein um mit ihrer Kollektion mit der Kollektion von Louvre zu arbeiten und sich inspirieren zu lassen von dieser Kunst die da gezeigt wird also die Idee von der Louvre war schon am Anfang im jetzt werde ich einen Fehler machen aber ich glaube nein 19. Jahrhundert der Louvre ist geöffnet damit nach der Französischen Revolution damit das Volk die Kunst damit die Kunst zum Volkes geht also ich weiß der Louvre jetzt im Moment ist ziemlich elitär ich meine es ist nicht so dass jeder reingeht den die Künste sich anschaut aber trotzdem das ist die Idee da hinten und es gibt auch eine Louvre Akademie wo Kunststudenten da zeichnen da sich die Kunst anschauen und darüber lernen und es gibt also auch diese Tradition vom Künstler einladen und sich mit der Kollektion auseinanderzusetzen und Fabrice Duach das ist der Herausgeber von der Louvre hat ich weiß nicht 18 Jahre her 19 Jahre her 20 Jahre eine Weile her gesagt auch Comics gehören dazu und er liebt Comics und er hat damit angefangen und er ist unglaublich er ist Spezialist italienischer Renaissance aber veröffentlicht ist Herausgeber für Comics von der Louvre weil es seine es ist er liebt es weil er das super interessant findet und die Wahl der Künstler ist auch bei ihm er liebt es oder er liebt es nicht und er hat eine Kollektion von Büchern von Künstlern die will er noch in der Kollektion von der Louvre und dann ruft er dich an und das heißt er hat dich angesprochen ob du nicht zu einem Thema das im Louvre repräsentiert ist einen Comic beitragen möchtest ich habe ihm nicht angerufen ich rufe nicht der Louvre an und sage ich habe eine coole Idee hat es eine Auswahlantene gekriegt hast du Bock hast du deine Auswahl an Themen bekommen wo du dir was auswählen konntest oder hast du einfach selbst entscheiden können da ist eine Riesenaufwahl 100% Freiheit ok ja und das ist dann auch ein Erfolgskonzept das offensichtlich auch außerhalb Frankreichs funktioniert also eben jetzt insbesondere auch in Deutschland schon mehrere Veröffentlichungen hat weißt du auch ob das auch in anderen Ländern veröffentlicht wird nicht bei uns in Belgien ah dieses Buch die Bücher aus der Edition ja in Belgien ja ja in vielen Sprachen auch in Japan weil es gibt auch viele Manga Autoren sie haben eine sehr spezielle Beziehung zu den Manga Autoren ich weiß nicht warum aber es gibt viele aus Japan und auch China China ja also es wird in verschiedenen Sprachen veröffentlicht ja ja vielen Dank in die Einblicke dazu und auch in den Comic wie lange hast du ungefähr daran gearbeitet zwei Jahre zwei Jahre ok wie gesagt ihr kriegt das ganz aktuell bei Reprodukt und es gibt hier wirklich viel zu lernen ich finde es ist einfach ein super Zugang zu einem Thema das andere das man vielleicht nicht unbedingt auf dem Schirm hat vielen Dank dafür ich habe in Vorbereitung für unser Gespräch was gelesen du hast nämlich bei den Kollegen vom Tagesspiegel so einen Fragebogen geschickt gekriegt wo du dann auf Dinge antworten konntest unterschiedlichste sagen wir mal unterschiedlichste Fragen und eine ganz tolle Antwort habe ich gesehen da will ich jetzt unbedingt wissen wie du das anstellst nämlich geht es um die Frage wie Menschen mit Sehbehinderung also blinde Menschen ob die Comics wahrnehmen können und du hattest quasi gesagt dass du Lesungen machst für Menschen mit Sehbehinderung also blinde Menschen wie funktioniert das wie stellst du das an also für mich ist es ich habe es auch immer ein bisschen eigenartig gefunden dass man hat mir gefragt in Belgien in Brüssel gibt es eine Bibliothek für Blinden und sie haben mich gefragt kannst du dein Comic vorlesen ich fand das wirklich eigenartig weil dann fehlen die Bilder aber es funktioniert eigentlich ganz gut und ich habe angefangen mit meinem ersten Buch und man liest die Dialoge und eigenartigerweise funktioniert das natürlich muss man dann dialogreiche Comics haben es ist so wie ein Theaterspiel eigentlich und es wird auch ausgeliehen und was auch manchmal passiert ist dass man dann dass jemanden zusammen mit einem Blinden liest und dann erklärt was auf die Zeichnung steht aber okay aber weil diese Ebene das ist ja eine der besonderen Anleitungsmerkmale des Comics dass die Geschichte eben nicht nur über die Texte und Dialoge und eben auch durch die Bildebene erzählt wird und trotzdem wenn man ist der Text anders rhythmiert als im Prosa zum Beispiel und ist es wie ein Theaterstück wo wo man auch zuhören kann ohne es zu sehen und ich glaube der Blinde wird dann einen ganz anderen Comic sich vorstellen als was ich gemacht habe nehme ich mal an aber ich dachte auch am Anfang das ist Wahnsinn ja wer hat sich das ausgedacht aber sie wählen bestimmte Comics dialogreiche oder mit viel voiceover reiche Comics und die liest man okay also schon eine Selektion es ist auch viel eigentlich benutzt nicht von den Blinden aber eigentlich von Menschen mit wo man Wörter Buchstaben umwechselt Dyslexia die nicht gut lesen können aber gut schauen kann die gut Bilder lesen können aber nicht Buchstaben lesen können Wörter und dann liest man eigentlich zusammen mit der Stimme von der Autorin liest man dieses Buch man schaut sich die Bilder an und zur gleichen Zeit folgt man die Geschichte es ist auch eine Kombinationsfrage das heißt du beschreibst aber auch vorab unter Umständen die Figuren zum Beispiel oder irgendwas geht einzig und allein über die Dialoge ich stelle mir das vor so vor jemand mit Dyslexia die hat das Buch öffnet das und dann fängt die Stimme an man kann auch mit dieser Lesung kann man auch aufhören und wieder anfangen und man kann dann so auf eigenen Rhythmus diesen Comic lesen vielleicht kannst du uns noch ein bisschen was erzählen auch zur Comicszenen in deiner Heimat das wäre ganz spannend weil ich finde es immer ganz toll wenn ich hier Menschen habe die eben nicht aus Deutschland stammen sondern eben auch international Veranstaltungen wahrnehmen oder eben auch Comicszenen aus anderen Ländern kennen vielleicht kannst du mal erzählen wie bei dir zu Hause in der Region wie da Comics gelebt wird was sind da vielleicht auch Unterschiede zu Deutschland wir haben also ich wohne in Brüssel Brüssel ist also zwischen Flandern und ist eigentlich mehrsprachig man spricht niederländisch und französisch es gibt drei Comics Schulen in Brüssel wovon zwei akademisch Niveau also universitär also sowieso gibt es viele jungen Menschen auf sehr hohem Niveau die mit Comics beschäftigt sind in der Hauptstadt von Belgien weil wegen diesen Schulen es gibt eine sehr lebendige Comics Szene also mit wahnsinnig vielen Ateliers von Menschen die zusammen ja es ist wahnsinnig lebendig es gibt auch viele Franzosen die zu uns kommen weil Brüssel billiger ist als Paris und viel freier also Brüssel ist eine Stadt die ein bisschen schlecht organisiert ist und nicht im Zentrum der Welt steht so wie Paris das ist wirklich sehr zentral wobei man also viel mehr in marginal funktionieren kann und wenn man an der nicht im Zentrum steht aber in auf der Grenze irgendwie von etwas dann ist man viel freier und viel experimenteller und das ist was in Brüssel sehr stark basiert also das ist sehr 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 lebendig sehr experimentell sehr untersuchende Szene also die Szene und die Kreativseite die Artists sind da offensichtlich vielzählig akademisch und abwechslungsreich wie sieht es aus mit dem Publikum ist denn ist Comic ein Massenmedium bei euch das hängt davon ab welche Comics zum Beispiel ich arbeite bei Le Lombard also ich publiziert von Le Lombard das ist Torgal zum Beispiel das ist ein Massenmedium aber meine Bücher sind ihr nicht Massen da kommen keine 400.000 Menschen die mein Buch kaufen aber ich sitze auch bei Le Lombard also ich bin auch in dem Katalog von Le Lombard sie kombinieren eigentlich Massenmedien Comics mit sehr spezifischen Comics eigentlich also und sie tun das weil sie beide lieben das heißt es gibt dann hoffentlich auch Synergieeffekte die natürlich genutzt werden können in irgendeiner Form und wenn wir dann vergleich zu Deutschland ziehen möchtest insbesondere wir haben jetzt hier die Leipziger Buchmesse auch Veranstaltungen gibt es wahrnehmbare Unterschiede in den Veranstaltungen in den Veranstaltungen weniger Publikum in Deutschland ja tatsächlich okay aber man sieht vor allem wie in Deutschland die Künstler in Deutschland wie die Comics machen ist anders als bei uns es ist mehr schwarz weiß ernst es ist nicht so ich finde es fantastisch aber in Belgien ist es ein bisschen lustiger ein bisschen lustiger ein bisschen barbiger ein bisschen frivoler interessant dass du sagst wir haben glaube ich noch viel aufzuholen hier bei uns in Deutschland aber ich finde das auch nicht schlimm ich finde beide ist super interessant das ist ein Reiz ja absolut ja ja Mensch dann sind wir auch schon am Ende unseres Gesprächs angekommen ich danke dir viel vielmals für deine Zeit für den Einblick in auch die belgische Comicszene und natürlich eben auch in deinen aktuellen Arbeiten vielen Dank und weiterhin viel Erfolg vielen Dank auch ciao tschüss sehr geehrte Damen und Herren wertes Publikum liebe Hörende vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und Zeit ich hoffe es sehr euch hat gefallen was ihr gerade gehört habt wir die Redaktion des Telestammtisch betreiben ein semi-professionelles Podcastprojekt zum Selbstmitmachen also meldet euch bei uns wir beißen auf außerdem freuen wir uns immer über Feedback via Social Media und E-Mail sowie euren finanziellen Support ebenso froh locken wir förmliche Bewertungen auf den gängigen Podcastplattformen wer möchte darf uns gern immer und überall empfehlen alle relevanten Links findet ihr in den Show Notes vielen Dank und bis zum nächsten Mal euer Andi